Abschnitt 1 von Die Waffen Nieder Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Waffen Nieder von Bertha von Suttner Abschnitt 1 Erstes Buch 1859 Teil 1 Mit 17 Jahren war ich ein recht überspanntes Ding. Das könnte ich wohl heute nicht mehr wissen, wenn die aufbewahrten Tagebuchblätter nicht wären. Aber darin haben die längst verflüchtigten Schwärmereien, die niemals wieder gedachten Gedanken, die nie wieder gefühlten Gefühle sich verewigt. Und so kann ich jetzt beurteilen, was für exaltierte Ideen in dem dummen, hübschen Kopf steckten. Auch dieses Hübschsein, von dem mein Spiegel nicht mehr viel zu erzählen weiß, wird mir durch alte Porträts verbürgt. Ich kann mir denken, welch beneidetes Geschöpf die Jugendliche, als schön gepriesene, von allem Luxus umgebene Comtesse Martha Althaus gewesen sein mochte. Die sonderbaren, in rotem Umschlag gehefteten Tagebuchblätter jedoch deuten mehr auf Melancholie als auf Freude am Leben. Die Frage ist nun die, war ich wirklich so töricht, die Vorteile meiner Lage nicht zu erkennen, oder nur so schwärmerisch zu glauben, dass allein melancholische Empfindungen erhaben und wert seien, in poetischer Prosa ausgedrückt und als solche in die roten Hefte eingetragen zu werden? Mein Los schien mich nicht zu befriedigen, denn da steht's geschrieben. O Jeanne d'Arc, du himmelsbegnadete Heldenjungfrau, könnt ich sein wie du, die Ori-Flamme schwingen, meinen König krönen und dann sterben für das Vaterland, das Teure. Zur Verwirklichung dieser bescheidenen Lebensansprüche bot sich mir keine Gelegenheit. Auch im Zirkus von einem Löwen als christliche Märtyrerin zerrissen zu werden, ein anderer, laut Eintragung vom 19. September 1853, von mir beneideter Beruf, war mir nicht zugänglich, und so hatte ich offenbar unter dem Bewusstsein zu leiden, daß die großen Taten, nach welchen meine Seele dürstete, ewig ungeschehen bleiben müßten, daß mein Leben im Grunde genommen ein verfehltes war. Ach, warum war ich nicht als Knabe zur Welt gekommen? Auch ein in dem roten Heft gegen das Schicksal oft vorgebrachter, fruchtloser Vorwurf. Da hätte ich doch Erhabenes erstreben und leisten können. Vom weiblichen Heldentum bietet die Geschichte nur wenig Beispiele. Wie selten kommen wir dazu, die Grachen zu Söhnen zu haben, oder unsere Männer zu den Weinsberger Toren hinauszutragen, oder uns von Säbelschwingenden Magiaren zuschreien zu lassen, es lebe Maria Theresia, unser König. Aber wenn man ein Mann ist, da braucht man ja nur das Schwert umzugürten und hinauszustürmen, um Ruhm und Lorbeer zu erringen, sich einen Thron zu erobern, wie Cromwell, ein Weltreich wie Bonaparte. Ich erinnere mich, daß der höchste Begriff menschlicher Größe mir in kriegerischem Heldentum verkörpert schien. Für Gelehrte, Dichter, Länderentdecker hatte ich wohl einige Hochachtung, aber eigentliche Bewunderung flößten mir nur die Schlachtengewinner ein. Das waren ja die vorzüglichen Träger der Geschichte, die Lenker der Länderschicksale, die waren doch an Wichtigkeit, an Erhabenheit, an Göttlichkeit beinahe, über alles andere Volk so erhaben, wie Alpen- und Himalaya-Gipfel über Gräser und Blümlein des Tales. Aus alledem brauche ich nicht zu schließen, daß ich eine Heldennatur besaß. Die Sache lag einfach so. Ich war begeisterungsfähig und leidenschaftlich. Da habe ich mich natürlich für dasjenige leidenschaftlich begeistert, was mir von meinen Lehrbüchern und von meiner Umgebung am höchsten angepriesen wurde. Mein Vater war General in der österreichischen Armee und hatte unter Vater Radetzki den er abgöttisch verehrte in Kustotza gefochten. Was mußte ich da immer für Feldzugsanekdoten hören. Der Papa war so stolz auf seine Kriegserlebnisse und sprach mit solcher Genugtuung von den mitgemachten Kampagnen, daß mir unwillkürlich um jeden Mann leid war, der keine ähnlichen Erinnerungen besitzt. Welch eine Zurücksetzung doch für das weibliche Geschlecht, daß es von dieser großartigen Betätigung, des menschlichen Ehr- und Pflichtgefühls ausgeschlossen ist. Wenn mir je etwas von der Bestrebung der Frauen nach Gleichberechtigung zu Ohren kam, doch davon hörte man in meiner Jugend nur wenig und gewöhnlich in verspottendem und verdammendem Tone, so begriff ich die Emanzipationswünsche nur nach einer Richtung. Die Frauen sollten auch das Recht haben, bewaffnet in den Krieg zu ziehen. Ach, wie schön las sich's in der Geschichte von einer Semiramis oder Katharina der Zweiten. Sie führte mit diesem oder jenem Nachbarstaate Krieg, sie eroberte dieses oder jenes Land. Überhaupt die Geschichte, die ist, so wie sie der Jugend gelehrt wird, die Hauptquelle der Kriegsbewunderung. Da prägt sich schon den Kindersinnen ein, daß der Herr der Heerscharen unaufhörlich Schlachten anordnet, daß diese sozusagen das Vehikel sind, auf welchem die Völkergeschicke durch die Zeiten fortrollen, daß sie die Erfüllung eines unausweichlichen Naturgesetzes sind und von Zeit zu Zeit immer kommen müssen, wie Meeresstürme und Erdbeben, daß wohl Schrecken und Gräuel damit verbunden sind, Letztere aber voll aufgewogen werden, für die Gesamtheit durch die Wichtigkeit der Resultate, für den Einzelnen durch den dabei zu erreichenden Ruhmesglanz, oder doch durch das Bewusstsein der erhabensten Pflichterfüllung. Gibt es denn einen schöneren Tod, als denen auf dem Felde der Ehre, eine edlere Unsterblichkeit als die des Helden? Das blies ganz klar und einhellig aus allen Lehr- und Lesebüchern für den Schulgebrauch hervor, wo nebst der eigentlichen Geschichte, die nur als eine lange Kette von Kriegsereignissen dargestellt wird, auch die verschiedenen Erzählungen und Gedichte immer nur von heldenmütigen Waffentaten zu berichten wissen. Das gehört so zum patriotischen Erziehungssystem. Da aus jedem Schüler ein Vaterlandsverteidiger herangebildet werden soll, so muss doch schon des Kindes Begeisterung für diese seine erste Bürgerpflicht geweckt werden. Man muss seinen Geist abhärten gegen die natürliche Abscheu, die die Schrecken des Krieges hervorrufen können, indem man von den furchtbarsten Blutbädern und Metzeleien wie von etwas Gewöhnlichem, Notwendigem, so unbefangen als möglich erzählt, dabei nur allein nach Druck auf die ideale Seite dieses alten Völkerbrauches legend, und auf diese Art gelingt es, ein kampfmutiges und kriegslustiges Geschlecht zu bilden. Die Mädchen, welche zwar nicht ins Feld ziehen sollen, werden aus denselben Büchern unterrichtet, die auf die Soldatenzüchtung der Knaben angelegt sind, und so entsteht bei der weiblichen Jugend dieselbe Auffassung, die sich in Neid nicht mittun zu dürfen und in Bewunderung für den Militärstand auflöst. Was uns zarten Jungfräulein, die wir doch in allem übrigen zu Sanftmut und Milde ermahnt werden, für Schauderbilder aus allen Schlachten der Erde, von den biblischen und makedonischen und bunischen bis zu den dreißigjährigen, und napoleonischen Kriegen vorgeführt werden, wie wir da die Städte brennen und die Einwohner über die Klinge springen und die besiegten Schinden sehen, das ist ein wahres Vergnügen. Natürlich wird durch diese Aufhäufung und Wiederholung der Gräuel das Verständnis, dass es Gräuel sind, abgestumpft. Alles, was in die Rubrik Krieg gehört, wird nicht mehr vom Standpunkt der Menschlichkeit betrachtet und erhält eine ganz besondere, mystisch-historisch-politische Weihe. Es muss sein, es ist die Quelle der höchsten Würden und Ehren, das sehen die Mädchen ganz gut ein, haben sie doch die kriegsverherrlichenden Gedichte und Tiraden auch auswendig lernen müssen. Und so entstehen die spartanischen Mütter und die Fahnenmütter und die zahlreichen, dem Offizierschor gespendeten Cotillot-Orden während der Damenwahl. Ich bin nicht wie so viele meiner Standesgenossinnen im Kloster, sondern unter der Leitung von Gouvernanten und Lehrern im Vaterhause erzogen worden. Meine Mutter verlor ich früh. Mutter stelle an uns Kindern, ich hatte noch drei jüngere Geschwister, vertrat unsere Tante, eine alte Stiftsdame. Wir verbrachten die Wintermonate in Wien, den Sommer auf einem Familiengut in Niederösterreich. Meinen Erzieherinnen und Lehrern habe ich viel Freude gemacht, dessen erinnere ich mich, denn ich war eine fleißige, mit gutem Gedächtnis begabte und namentlich ehrgeizige Schülerin. Da ich meinen Ehrgeiz wie schon bemerkt nicht damit befriedigen konnte, als Heldenjungfrau Schlachten zu gewinnen, so begnügte ich mich damit, in den Lektionen gute Zensuren davon zu tragen und durch meinen Lerneifer der Umgebung Bewunderung abzuzwingen. In der französischen und englischen Sprache brachte ich es nahezu zur Vollkommenheit. Von Erd- und Himmelskunde, von Naturgeschichte und Physik machte ich mir so viel zu eigen, als mir in dem Programm der Mädchenerziehung überhaupt zugänglich war, aber von dem Gegenstand Geschichte lernte ich noch mehr, als von mir gefordert wurde. Aus der Bibliothek meines Vaters holte ich mir dickbändige Historienwerke hervor, in welchen ich in meinen Musestunden studierte. Ich glaubte mich jedes Mal um ein Stück gescheiter geworden, wenn ich ein Ereignis, einen Namen, ein Datum aus vergangenen Zeiten meinem Gedächtnis neu einverleibt hatte. Gegen Klavierspielerei, welche doch auch im Erziehungsplan aufgezeichnet stand, habe ich mich standhaft zur Wehr gesetzt. Ich besaß weder Talent noch Lust zur Musik und fühlte, dass mir darin keine Ehrgeizbefriedigung winkte. Ich bat so lange und inständig mir die kostbare Zeit, die ich an meine anderen Studien wenden wollte, nicht für das aussichtslose Geklimper zu kürzen, dass mich mein guter Vater von der musikalischen Fronarbeit freisprach. Zum großen Leidwesen der Tante, welche meinte, ohne Klavierspiel gäbe es keine eigentliche Bildung mehr. Am 10. März 1857 feierte ich meinen 17. Geburtstag. Schon 17 lautet unter jenem Datum die Eintragung ins Tagebuch. Dieses Schon ist ein Poem. Es steht kein Kommentar daneben, aber vermutlich wollte ich damit sagen und noch nichts für die Unsterblichkeit getan. Diese roten Hefte leisten mir heute, da ich meine Lebenserinnerungen aufzeichnen will, gar gute Dienste. Sie ermöglichen mir, die vergangenen Ereignisse, welche nur als verschwommene Umrissbilder im Gedächtnis haften geblieben, bis in die kleinsten Einzelheiten zu schildern und ganze längst vergessene Gedankenfolgen oder längst verklungene Gespräche wörtlich wiederzugeben. Im nächstfolgenden Fasching sollte ich in die Gesellschaft eingeführt werden. Diese Aussicht entzückte mich aber nicht so außerordentlich, wie dies gewöhnlich bei jungen Mädchen der Fall ist. Mein Sinn strebte nach Höherem alle diese glühenden Sehnsuchts- und Ehrgeizträume, welche im Jünglings- und Jungfrauenalter die Menschenherzen schwellen und welche unter allerlei Formen Wissensdurst, Reiselust, Tatendrang sich verwirklichen wollen, sind doch zumeist nur die unbewussten Bestrebungen des erwachenden, verliebten Triebes. In diesem Sommer wurde meiner Tante ein Kurgebrauch in Marienbad verordnet. Sie befand es für gut, mich mitzunehmen. Obgleich meine offizielle Einführung in die sogenannte Welt erst in der kommenden Winterzeit stattfinden sollte, so wurde mir doch gestattet, einige kleine Kurhausbälle mitzumachen, gleichsam als Vorübung im Tanzen und Konversieren, damit ich in meiner ersten Faschingssaison nicht gar zu schüchtern und ungelenk auftreten möge. Doch was geschah auf der ersten Reunion die ich besuchte? Ein großes sterbliches Verlieben. Natürlich war es ein Husarenleugnant. Die im Saale anwesenden Zivilisten schienen mir neben den Militärs wie Maikäfer neben Schmetterlingen und unter den anwesenden Uniformträgern waren die Husaren jedenfalls die glänzendsten. Unter den Husaren schließlich war Graf Arno Dotzki der blendendste. Über sechs Fuß groß schwarzes Kraushaar aufgezwirbeltes Schnurrbärtchen weiß glitzernde Zähne dunkle Augen welche so durchdringend und zärtlich schauen konnten kurz auf seine Frage haben sie den Cotillon noch frei Gräfin fühlte ich dass es noch andere ebenso erhebende Triumphe geben kann wie das Banner Schwingen der Jungfrau von Orléans oder das Zepter Schwingen der großen Katharina und er der 23 Jährige hat wohl ähnliches empfunden als er mit dem hübschesten Mädchen des Balles nach 30 Jahren kann man schon so etwas konstatieren im Walzertack durch den Saal flog da dachte er wohl auch dich besitzen du süßes Ding das wöge alle Marschallstäbe auf aber Martha aber Martha brummte die Tante als ich atemlos auf meinen Sessel an ihre Seite zurück fiel ihr mit den schwingenden Tüllwolken meines Kleides um den Kopf wirbelnd oh pardon pardon Tanti bat dich und setzte mich zurecht ich kann nichts dafür davon ist auch nicht die Rede mein Vorwurf galt deinem Benehmen mit diesem Husaren ich ich kann nicht anders sie müssen es erfahren heute noch ich liebe sie das klang ein bißchen anders angenehm als Johannas famose stimmen aber so im weitertanzen konnte ich doch nichts antworten das mochte das mochte einsehen denn jetzt hielt er inne wir standen in der leeren ecke des saales und konnten die unterhaltung unbelauscht fortführen sprechen sie gräfin was habe ich zu hoffen ich verstehe sie nicht log ich glauben sie vielleicht nicht an liebe auf den ersten blick bis jetzt hielt ich es selber für eine fabel aber heute habe ich die wahrheit davon erprobt wie mir das herz klopfte aber ich schwieg ich stürze mich kopfüber in mein schicksal fuhr er fort sie oder keine entscheiden sie über mein glück oder über meinen tod denn ohne sie kann und will ich nicht leben wollen sie die meine werden auf eine so direkte frage musste ich doch etwas erwidern ich suchte nach einer recht diplomatischen phrase die ohne jegliche hoffnung abzuschneiden meiner würde nichts vergäbe brachte aber weiter nichts hervor als ein zitternd gehauchtes Ja So darf ich morgen bei ihrer Tante um ihre Hand anhalten und dem Grafen Althaus schreiben wieder Ja diesmal schon etwas fester Oh ich glücklicher also auch auf den ersten Blick du liebst mich jetzt antwortete ich nur mit den Augen doch diese glaub ich sprachen das allerdeutlichste Ja Ende von Abschnitt I gelesen von Hokuspokus Abschnitt Abschnitt von die Waffen nieder Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox .org Aufgenommen von Jessie Die Waffen An meinem achtzehnten Geburtstage wurde ich getraut nachdem ich zuvor in die Welt eingeführt und der Kaiserin als Braut vorgestellt worden war Nach unserer Hochzeit unternahmen wir eine Italienreise Zu diesem Zweck hatte Arno einen längeren Urlaub genommen Von einem Austritt aus dem Militärdienste war niemals die Rede gewesen Zwar besaßen wir beide ziemlich ansehnliches Vermögen aber mein Mann liebte seinen Stand und ich mit ihm Ich war stolz auf meinen schmucken Husaren Offizier und sah mit Befriedigung der Zeit entgegen da er zum Rittmeister zum Obersten und einst zum Generalgouverneur vorrücken würde Wer weiß vielleicht sollte er als großer Felder in der vaterländischen Ruhmesgeschichte glänzen Dass die roten Hefte gerade in der seligen Brauzeit und während der Flitterwochen eine Lücke aufweisen tut mir jetzt sehr leid verflogen verflogen verweht in nichts verflattert wären die Wonnen jener Tage freilich ebenso wenn ich sie auch eingetragen hätte aber wenigstens wäre ein Abglanz davon zwischen den Blättern festgebannt aber nein für meinen Gram und meine Schmerzen fand ich nicht genug Klagen Gedankenstriche und Ausrufungszeichen Die jammervollen Dinge mussten der Mit- und Nachwelt sorgfältig vorgeheult werden aber die schönen Stunden die habe ich schweigend genossen Ich war nicht stolz auf mein Glücklichsein und gab es daher niemand nicht einmal mir selber im Tagebuche kund und zu wissen Nur das Leiden und Sehnen empfand ich als eine Art Verdienst daher daß viele groß tun damit Wie doch diese roten Hefte alle meine traurigen lagen getreulich spiegeln während zu frohen Zeiten die Blätter ganz unbeschrieben blieben zu dumm das ist als sammelte einer während eines spazierganges um andenken daran nach hause zu bringen als sammelte er von den Dingen die er auf dem Wege findet nur das hässliche als füllte er seine Botanisierbüchse nur mit Donnen Disteln Würmern Kröten und ließe alle Blumen und Falter weg dennoch ich erinnere mich es war eine herrliche zeit eine Art feen märchentraum ich hatte ja alles was ein junges frauenherz nur begehren kann liebe reichtum rang vermögen und und das meiste so neu so überraschend so staunenerregend wir liebten uns wahnsinnig mein Arno und ich mit dem ganzen Feuer unserer lebensstrotzenden schönheitssicheren Jugend und zufällig war mein glänzender Hussar nebenbei ein braver herzensguter edeldenkender Junge mit weltmännischer Bildung und heiterem Humor er hätte ja ebenso gut was bot der Marienbader Ball für eine Bürgschaft dagegen ein böser und ein Rohrmensch sein können und zufällig war auch ich ein leidlich gescheites und gemütliches Ding er hätte auf besagtem Balle ebenso gut in ein launenhaftes hübsches Gänzchen sich verlieben können so kam es denn dass wir vollkommen glücklich waren und dass infolgedessen das rotgebundene Lamento Hauptbuch lange Zeit leer blieb halt hier finde ich eine fröhliche Eintragung Verzückungen über die neue Mutter Würde Am ersten Januar 1859 war das ein Neujahrsgeschenk ward uns ein Söhnchen geboren Natürlich erweckte dieses Ereignis so sehr unser Staunen und unseren Stolz als wären wir das erste Paar dem sowas passierte daher wohl auch die Wiederaufnahme des Tagebuchs von dieser Merkwürdigkeit von dieser meiner Wichtigkeit musste die Nachwelt doch unterrichtet werden Vorne ist das Thema junge Mutter so vorzüglich Kunst und Literatur fähig Dasselbe gehört zu den bestbesungenen und fleißig bemalten Vorwürfen Dabei lässt sich so gut mystisch und heilig gerührt und pathetisch naiv und lieblich kurz ungeheuer poetisch gestimmt sein Zur Pflege dieser Stimmung tragen ja sowie die Schulbücher zur Pflege der Kriegsbewunderung alle möglichen Gedichtssammlungen illustrierte Journale Gemäldegalerien und landläufige Entzückungsphrasen unter der Rubrik Mutterliebe Mutterglück Mutterstolz nach Kräften bei Was zunächst der Heldenanbetung siehe Carlyles Hero Worship im Vergötterungsfach Höchstes geleistet wird das leisten die Leute in Baby Worship Natürlich blieb hierin auch ich nicht zurück Mein kleiner herziger Ruru war mir das wichtigste Weltwunder Ach mein Sohn mein erwachsener herrlicher Rudolf Was ich für dich empfinde dagegen verblaßt jene kindische Babybestaunung Dagegen ist jene blinde affenmäßige jungmütterliche Freßliebe so nichtig wie ein Wickelkind ja selber gegen einen entfalteten Menschen nichtig ist Auch der junge Vater war nicht wenig stolz auf seinen Nachfolger und baute die schönsten Zukunftspläne auf ihn Was wird er werden Diese eben noch nicht sehr dringende Frage wurde des öfteren über Rurus Wiege vorgelegt und immer einstimmig entschieden Soldat Manchmal erwachte ein schwacher Protest von Seiten der Mutter Wie aber wenn er im Kriege verunglückt Ach Bah ward dieser Einwurf weggeräumt Es stirbt ja doch jeder nur dort und dann wie es ihm bestimmt ist Ruru würde ja auch nicht der Einzige bleiben Von den folgenden Söhnen mochte in Gottes Namen einer zum Diplomaten ein anderer zum Landwirt ein dritter zum Geistlichen erzogen werden Aber der Älteste der musste seines Vaters und Großvaters Beruf den schönsten Beruf von allen erwählen Der musste Soldat werden Und dabei ist's geblieben Ruru wurde schon mit zwei Monaten von uns zum Gefreiten befördert Werden doch alle Kronprinzen gleich nach der Geburt zu Regiments Inhabern ernannt Warum sollten wir unseren Kleinen nicht auch mit einem imaginären Rang schmücken Das war uns ein Hauptspaß Dieses Soldatenspielen mit einem Baby Arno salutierte so oft sein Bub auf den Armen der Amme ins Zimmer gebracht wurde Letztere nannten wir die Marketenderin Und was bei dieser das Furage Magazin hieß lasse ich erraten Rurus Geschrei ward Alarmsignal geheißen Und was Ruru sitzt auf dem Exerzierplatz bedeutete lasse ich abermals erraten sein Am ersten April als am dritten Monatstage seiner Geburt nur die Jahrestage zu feiern hätte zu gar zu seltenen Festen Anlass gegeben rückte Ruru vom Gefreiten zum Korporal vor An jenem Tage geschah aber auch etwas Düsteres Etwas was mir das Herz schwer machte und mich veranlaßte es in den roten Heften auszuschütten schon längere Zeit war am politischen Horizont der gewisse schwarze Punkt sichtbar über dessen mögliches Anwachsen von allen Zeitungen und allen Salongesprächen die lebhaftesten Kommentare geliefert wurden Ich hatte bis jetzt nicht darauf geachtet Wenn mein Mann und mein Vater und deren militärische Freunde auch öfters vor mir gesagt hatten Mit Italien setzt es nächstens etwas ab So war das an meinem Verständnis abgeprallt Mich um Politik zu kümmern hatte ich gerade Zeit und Lust Da mochte um mich herum noch so eifrig über das Verhältnis Sardiniens zu Österreich oder über das Verhalten Napoleons des Dritten debattiert werden dessen Hilfe Kavur durch die Teilnahme am Krimkriege sich zugesichert hatte Da mochte man immerhin von der Spannung reden welche zwischen uns und den italienischen Nachbarn durch diese Allianz hervorgerufen worden Das beachtete ich nicht Aber an jenem ersten April sagte mir mein Mann allen Ernstes Weißt du Schatz es wird bald losgehen Was wird losgehen mein Liebling Der Krieg mit Sardinien Ich erschrak Um Gottes Willen das wäre furchtbar Und musst du mit Hoffentlich Wie kannst du so etwas sagen Hoffentlich fort von Weib und Kind Wenn die Pflicht ruft Dann kann man sich fügen Aber hoffen das heißt also wünschen dass einem solch bittere Pflicht erwachse Bitter So ein frischer fröhlicher Krieg muss ja was Herrliches sein Du bist eine Soldatenfrau vergiss das nicht Ich Ich fiel ihm um den Hals O du mein lieber Mann Sei ruhig Ich kann auch tapfer sein Wie oft hab ich's den Helden und Heldinnen der Geschichte nachempfunden Welch erhebendes Gefühl es sein muss in den Kampf zu ziehen Dürfte ich nur mit An deiner Seite fechten fallen oder siegen Brav gesprochen mein Weibchen Aber Unsinn Dein Platz ist hier an der Wiege des Kleinen in dem auch ein Vaterlands Verteidiger großgezogen werden soll Dein Platz ist an unserem häuslichen Herd Um diesen zu schützen und vor feindlichem Überfall zu wahren um unserem Heim und unseren Frauen den Frieden zu erhalten ziehen wir Männer in den Krieg Ich weiß nicht warum mir diese Worte welche ich in ähnlicher Fassung doch schon oft zustimmend gehört und gelesen hatte diesmal einigermaßen als Phrase klang Es war ja kein bedrohter Hort da keine Barbarenhorden standen standen vor den Toren einfach politische Spannungen zwischen zwei Kabinetten wenn also mein Mann begeistert in den Krieg ziehen wollte so war es doch nicht so sehr das dringende Bedürfnis Weib und Kind und Vaterland zu schützen als vielmehr die Lust an dem abenteuerlichen Abwechslung bietenden hinaus marschieren der Drang nach Auszeichnung Beforderung Nun ja Ehrgeiz ist es schloss ich diesen Gedankengang schöner berechtigter Ehrgeiz Lust an tapferer Pflichterfüllung Es war schön von ihm dass er sich freute wenn er zu Felde ziehen musste aber noch war ja nichts entschieden vielleicht würde der Krieg gar nicht ausbrechen und selbst für den Fall dass man sich schlage wer weiß ob gerade Arno wegkommandiert würde es geht ja doch nicht immer die ganze Armee vor den Feind Nein dieses so herrliche abgerundete Glück welches mir das Schicksal zurecht gezimmert hatte konnte doch dieses selbe Schicksal nicht so rot zertrümmern O Arno mein vielgeliebter Mann dich in Gefahr zu wissen es wäre entsetzlich solche und ähnliche Ergüsse füllen die in jenen Tagen beschriebenen Tagebuchblätter von da ab sind die roten Hefte eine Zeitlang Volkanegießerei Louis Napoleon ist ein Intrigant Österreich kann nicht lange zuschauen es kommt zum Kriege Sardinien wird sich vor der Übermacht fürchten und nachgeben der Friede bleibt erhalten meine Wünsche trotz aller theoretischen Bewunderung vergangener Schlachten waren natürlich inbrünstig nach Erhaltung des Friedens gerichtet doch der Wunsch meines Gatten rief offenbar die andere Alternative herbei er sagte es nicht gerade heraus aber Nachrichten über die Vergrößerung des schwarzen Punktes teilte er immer leuchtenden Auges mit die hier und da leider immer spärlicher werdenden Friedensaussichten hingegen konstatierte er stets mit einer gewissen Niedergeschlagenheit mein Vater war auch ganz Feuer und Flamme für den Krieg die Besiegung der Piemontesen würde ja nur ein Kinderspiel sein und zur Bekräftigung dieser Behauptung regneten wieder die Radetzky Anekdoten Ich hörte von dem drohenden Feldzug immer nur vom strategischen Standpunkt sprechen nämlich ein Hin und Her Wägen der Chancen wie und wo der Feind geschlagen würde und die Vorteile welche uns daraus erwachsen mussten Der menschliche Standpunkt nämlich dass ob verloren oder gewonnen jede Schlacht unzählige Blut und Tränen Opfer fordert kam gar nicht in Betracht Die hier in Frage stehenden Interessen wurden als so sehr über alle Einzelschicksale erhaben dargestellt dass ich mich der Kleinlichkeit meiner Auffassung schämte wenn mir bisweilen der Gedanke aufstieg Ach was frommt den armen Toten was den Armen Verkrüppelten was den armen Witwen der Sieg Doch bald stellten sich als Antwort auf diese verzagten Fragen wieder die alten Schulbuch die Thüramben ein Ersatz für alles bietet der Ruhm Doch wie wenn der Feind siegte Diese Frage ließ sich einmal im Kreise meiner militärischen Freunde laut werden wurde aber schmählich niedergezischt Das bloße Erwähnen von der Möglichkeit eines Schattens eines Zweifels ist schon antipatriotisch Im Voraus seiner Unüberwindlichkeit Sichersein gehört mit zu den Soldatenpflichten also gewissermaßen auch zu den Pflichten einer loyalen Leutnantsfrau Das Regiment meines Mannes lag in Wien Von unserer Wohnung hatte man die Aussicht auf den Prater und wenn man da ans Fenster trat wehte es sommerlich verheißend herein Es war ein wundervoller Frühling Die Luft war lau und feilchenduftend und zeitiger als in anderen Jahren sproste das junge Laub hervor Auf die im kommenden Monat bevorstehenden großen Praterfahrten freute ich Wir hatten uns zu diesem Zweck ein kokettes Zeugel angeschafft nämlich einen Kutschierwagen mit einem Viererzug von ungarischen Juckern Schon jetzt in diesen herrlichen Apriltagen fuhren wir beinahe täglich in den Prateralleen spazieren aber aber das war nur ein Vorkosten des eigentlichen Maigenusses ach wenn nur bis dahin nicht etwa der Krieg ausbräche na Gott sei Dank jetzt hat die Unentschiedenheit ein Ende rief mein Mann als er am Morgen des 19. April vom Exerzieren nach Hause Was was heißt das Das heißt das letzte Wort der diplomatischen Verhandlungen welches der Kriegserklärung vorausgeht ist gesprochen Unser Ultimatum an Sardinien fordert dass Sardinien entwaffne was dieses natürlich bleiben lässt und wir marschieren über die Grenze Großer Gott vielleicht aber entwaffnen sie Nun dann wäre der Streit auch beigelegt und es bleibt Frieden Ich fiel auf die Knie Ich konnte nicht anders Lautlos und dennoch heftig wie ein Schrei schwang sich aus meiner Seele die Bitte zum Himmel Frieden Frieden Arno hob mich auf Du narrisches Kind Ich schlang meine Arme um seinen Hals und fing zu weinen an Es war kein Schmerzens Ausbruch denn noch war ja das Unglück nicht entschieden Aber die Nachricht hatte mich so erschüttert dass meine Nerven zitterten und diesen Tränensturz verursachten Marta Marta du wirst mich böse machen schallt Arno bist du denn mein braves Soldaten Weiblein vergisst es du dass du Generalstochter Oberleutnantsfrau und schloss er lächelnd Korporalsmutter bist nein nein mein Arno ich begreife mich selber nicht das war nur so ein Anfall ich bin ja doch selber für militärischen Ruhm begeistert aber ich weiß nicht vorhin als du sagtest alles hänge von einem Worte ab das jetzt gesprochen werden soll ein Ja oder Nein auf das sogenannte Ultimatum und dieses Ja oder Nein solle entscheiden ob tausende bluten und sterben sollen sterben in diesen sonnigen seligen Frühlingstagen da war mir als müsste das Friedenswort fallen und ich konnte nicht anders als betend niederknien um dem lieben Gott die Sachlage mitzuteilen du Herzensnärchen die Hausglocke ertönte schnell trocknete ich meine Tränen wer konnte das sein so früh es war mein Vater er kam heftig hereingestürzt nun kinder rief er atemlos indem er sich in einen lehnsessel warf wißt ihr schon die große nachricht das ultimatum soeben hab ich's meiner frau erzählt sag papa was meinst du fragte ich bange wird der krieg dadurch abgewendet ich wüßte nicht daß ein ultimatum jemals einen krieg abgewendet hätte vernünftig schon gezeigt wie man mit dem welchen gesindel fertig wird sie haben aber noch nicht genug daran die katzel macher sie wollen eine zweite lektion haben auch recht unser lombardisch venezianisches königreich wird sich durch das piemontesische gebiet ganz schön vergrößern lassen ich sehe schon den Einzug unserer truppen in turin aber papa du sprichst ja als wäre der krieg schon erklärt und als wärst du darüber froh doch wie wenn arno mitgehen muss es standen mir schon wieder die tränen in den augen das wird er auch der beneidenswarte junge aber meine angst die gefahr ach was gefahr man kommt vom kriege auch nach hause wie figura zeigt ich habe mehr als eine kampagne mitgemacht gott sei dank bin auch mehr als einmal verwundet worden und bin doch am leben weil es mir eben bestimmt war am leben zu bleiben die alte fatalistische redensart dieselbe welche für rurus künftige berufswahl hatte herhalten müssen und die mir auch jetzt wieder als ein stück weisheit einleuchtete wenn etwa mein regiment nicht beordert werden sollte begann arno ach ja unterbrach ich freudig das ist auch noch eine hoffnung dann lasse ich mich versetzen wenn möglich es wird schon möglich sein versicherte mein vater heß bekommt den oberbefehl und der ist mein guter freund das herz zitterte mir aber dennoch konnte ich nicht anders als diese beiden männer bewundern mit welch fröhlichem gleichmut sie von einem kommenden feldzug sprachen als handelte es sich um einen geplanten spaziergang mein tapferer arno wollte sogar auch wenn ihn die pflicht nicht riefe freiwillig vor den feinde ziehen und mein großdenkender vater fand das ganz einfach und natürlich ich raffte mich auf fort mit meinem kindischen weibischen bangen jetzt galt es mich dieser meiner lieben würdig zu zeigen das herz über alle egoistischen befürchtungen erheben und nur dem schönen bewußtsein raum geben mein gatte ist mein held ich sprang auf und hielt ihm die hände hin arno ich bin stolz auf dich er zog meine hände an seine lippen dann an den vater gewendet mit freudestrahlender miene das mädel hast du gut erzogen schwiegervater ende von abschnitt 2 abschnitt iii von die waffennieder dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei abgelehnt das ultimatum abgelehnt so geschehen in turin am april die würfel gefallen der krieg ausgebrochen seit einer woche war ich auf die katastrophe gefasst dennoch versetzte mir deren eintreffen einen derben schlag schluchzend warf ich mich auf das sofa den kopf in die kissen verbergend als mir arno diese nachricht brachte er setzte sich an meine seite und ströstete mich sanft mein liebling mut fassung es ist ja nicht so schlimm in kurzer zeit kehren wir als sieger heim dann werden wir zwei doppelt glücklich sein weine nicht so es zerreißt mir das herz fast bereue ich daß ich mich engagiert habe auf jeden fall mitzugehen doch nein bedenke wenn meine kameraden hinaus müssen mit welchem recht dürfte ich da zu hause bleiben du selber müsstest dich meiner schämen einmal muss ich ja die feuertaufe erhalten ehe das geschehen fühle ich mich gar nicht recht als mann und als soldat denk nur wie schön wenn ich zurückkomme mit einem dritten stern am kragen vielleicht mit einem kreuz auf der brust ich lehnte meinen kopf ich lehnte meinen kopf an seine achsel und weinte da weiter wie klein ich doch wieder dachte stirne und kreuzte schien mir in diesem augenblick als so schaler flitter nicht zehn großkreuze auf dieser teuren brust konnten einen ersatz bieten für die grause möglichkeit dass eine kugel sie zerschmettere arno küßte mir die stirn schob mich sanft beiseite und stand auf ich muss jetzt fortgehen liebes kind zu meinem obersten weine dich aus wenn ich wiederkomme hoffe ich dich standhaft und heiter zu finden ich brauche das um nicht von trüben ahnungen beschlichen zu werden jetzt in so entscheidender zeit wird doch meine eigene kleine frau nichts tun mir den mut zu benehmen meine tatenlust zu dämpfen adieu mein schatz und er ging ich raffte mich auf seine letzten worte klangen mir noch im ohre nach ja offenbar meine pflicht war nun die seinen mut und seine tatenlust nicht nur nicht zu dämpfen sondern nach möglichkeit zu heben das ist ja die einzige art wie wir frauen unseren patriotismus betätigen können wie wir des ruhmes teilhaftig werden dürfen den unsere männer auf den schlachtfeldern sich holen schlachtfelder sonderbar wie dieses wort jetzt plötzlich in zwei grundverschiedenen bedeutungen mir vor den sinn trat halb in der altgewohnten historischen pathetischen höchste bewunderung erregenden bedeutung halb in dem ekelschauer der blutigen brutalen silbe schlacht ja geschlachtet würden sie auf dem felde daliegen die armen hinausgetriebenen menschen mit offenen roten bunten und unter ihnen vielleicht mit einem laut ausgestoßenen schrei dachte ich diesen gedanken aus meine jungfer betty kam erschrocken hereingerannt die fortziehen kommen ja wieder zurück ach gräfliche gnaden nicht alle antwortete sie von neuem in tränen ausbrechend jetzt trat meine tante bei mir ein und betty entfernte sich ich bin gekommen dir trost zu sprechen sagte die alte frau mich umarmend und dir in dieser prüfung ergebung zu predigen also weißt du die ganze stadt weiß es es herrscht großer jubel dieser krieg ist sehr populär jubel tante marie nun ja bei solchen die kein geliebtes familienlied mitziehen sehen daß du traurig sein wirst konnte ich mir denken und darum bin ich hierher geeilt dein papa wird auch gleich kommen aber nicht um zu trösten sondern zu gratulieren er ist ganz außer sich vor freude dass es losgeht und betrachtet es als eine herrliche chance für arno dass er mittun kann im grunde hat er ja auch recht für einen soldaten gibt's auch nichts besseres als den krieg so musst auch du die sache betrachten liebes kind berufserfüllung geht doch allem voran was sein muss ja du hast recht tante was sein muss das unabänderliche das von gott gewollte schaltete tante marie bekräftigend ein muß man mit fassung und ergebung ertragen es kommt ja doch alles so wie es von der weisen und allgütigen vorsehung in unabänderlichem ratschluss vorher bestimmt ist die sterbestunde eines jeden die steht schon von der stunde seiner geburt an geschrieben und wir wollen für unsere lieben sieger so viel und inbrünstig beten ich hielt mich nicht dabei auf den widerspruch der in diesen beiden annahmen liegt dass der tod zugleich bestimmt und durch gebete abzuwenden sein könne näher zu erörtern ich war mir selbst nicht klar darüber und hatte von meiner ganzen erziehung her das vage bewusstsein dass man an so heilige dinge nicht mit vernunftfragen herantreten dürfe hätte ich gar der tante gegenüber solche skrupel laut werden lassen so würde sie das arg verletzt haben nichts konnte sie mehr beleidigen als wenn man über gewisse dinge rationelle zweifel anstellte nicht darüber nachdenken ist allen mysterien gegenüber anstandsgebot wie es die hofsitte verbietet an einen könig fragen zu richten so ist es auch eine art lästerlichen etiketten burs wenn man an einem dogma herumforschen und prüfen will nicht darüber nachdenken ist übrigens ein sehr leicht erfüllbares gebot und bei diesem anlass fügte ich mich bereitwillig darein ich fing daher mit der tante keinen streit an sondern klammerte mich im gegenteil an den trost der in dem hinweis auf das beten lag ja während der ganzen abwesenheit meines gatten wollte ich so inbrünstig um des himmels schutz flehen daß dieser alle kugeln im fluge von arno abwenden werde abwenden wohin auf die brust eines anderen für den doch wahrscheinlich auch gebetet wird und was war mir im physikalischen lehrkurs demonstriert worden von den genau zu berechnenden unfehlbaren wirkungen der stoffe und ihrer bewegung wieder ein zweifel fort damit ja tante sagte ich laut um diese in meinem geist sich kreuzenden widersprüche abzubrechen ja wir wollen fleißig beten und gott wird uns erhören arno bleibt unversehrt siehst du siehst du kind wie in schweren stunden die seele doch zu der religion flüchtet vielleicht schickt dir der liebe gott die prüfung damit du deine sonstige lauheit ablegst das wollte mir wieder nicht recht einleuchten dass die ganze noch aus dem krimkriege herstammende verstimmung zwischen österreich und sardinien die ganzen verhandlungen die aufstellung des ultimatums und die ablehnung desselben nur von gott veranstaltet worden wären um einen lauen sinn zu erwärmen aber auch diesen zweifel auszudrücken wäre unanständig gewesen sobald jemand den lieben gott in den mund genommen gibt das dem daran geknüpften ausspruch eine gewisse salbungsvolle immunität was die vorgeworfene lauheit anbelangt so hatte dieser vorwurf einige begründung tante marias religiosität kam aus tiefstem herzen während ich mehr äußerlich fromm war mein vater war in dieser beziehung völlig indifferent ebenso mein gatte also hatte ich weder von dem einen noch dem anderen anregung zu besonderem glaubenseifer erhalten mich in die kirchlichen lehren mit begeisterung zu vertiefen hatte ich auch niemals vermocht da ich dieselben überhaupt nur mit anwendung des nicht darüber nachdenken prinzips unangefochten lassen konnte ich ging wohl allsonntäglich zur messe und alljährlich zur beichte auch war ich bei diesen zeremonien voll ehrfurcht und andacht aber das ganze war doch mehr oder minder eine art standesmäßiger etikettenbeobachtung ich erfüllte die religiösen anstandspflichten mit derselben korrektheit wie ich auf dem kammerball die figuren der lanciers ausführte und die hofreferenz machte wenn die kaiserin den saal betrat unser schlosskaplan in niederösterreich und der nunzius in wien konnten mir nichts vorwerfen aber die von der tante vorgebrachte beschuldigung war wohlberechtigt ja mein kind fuhr sie fort im glück und im wohlsein vergessen die leute leicht ihren heiland wenn aber krankheit oder todesgefahr über uns und mehr noch über unsere lieben hereinbricht wenn wir niedergeschlagen und in kümmernis sind in diesem tone wäre es noch lange fortgegangen aber da wurde die türe aufgerissen und mein vater stürzte herein hurra jetzt geht's los lautete seine begrüßung sie wollen prügel haben die katzelmacher so sollen sie prügel haben sollen sie haben das war nun eine aufgeregte zeit der krieg ist ausgebrochen man vergisst daß es zwei haufen menschen sind die miteinander raufen gehen und faßt das ereignis so auf als wäre es ein erhabenes walten des drittes dessen ausbruch die beiden haufen zum raufen zwingt die ganze verantwortung fällt auf diese außerhalb des einzelwillens liegende macht welche ihrerseits nur die erfüllung der bestimmten völkerschicksale herbeigeführt das ist so die dunkle und ehrfürchtige auffassung welche die meisten menschen vom kriege haben und welche auch die meine war von einer revolte meines gefühls gegen das krieg führen überhaupt war keine rede nur darunter litt ich daß mein geliebter mann hinauszuziehen hätte in die gefahr und ich in einsamkeit und bangen zurückzubleiben ich kramte alle meine alten eindrücke aus der zeit der geschichtsstudien hervor um mich an dem bewusstsein zu stärken und zu begeistern dass die höchste menschenpflicht es war die meinen teuren abberief und dass ihm hierdurch die möglichkeit geboten würde sich mit ruhm und ehren zu bedecken jetzt lebte ich ja mittendrin in einer geschichtsepoche das war auch ein eigentümlich erhebender gedanke weil von herodot und tacitus an bis zu den modernen historikern herab die kriege stets als die wichtigsten und folgenschwersten ereignisse dargestellt worden so meinte ich daß auch gegenwärtig ein solches künftigen geschichtsschreibern als abschnittsüberschrift dienendes weltereignis im gange war diese gehobene wichtigkeitsüberströmende stimmung war übrigens die allgemein herrschende man sprach von nichts anderem in den salons und auf den gassen las von nichts anderem in den zeitungen betete für nichts anderes in den kirchen wo man hinkam überall dieselben aufgeregten gesichter und die gleichen lebhaften besprechungen der kriegseventualitäten alles übrige was sonst das interesse der leute wach hält theater geschäfte kunst das wurde jetzt als ganz nebensächlich betrachtet es war einem zumute als hätte man gar kein recht an etwas anderes zu denken während dieser große weltschicksalsauftritt sich abspielte und die verschiedenen armeebefehle mit den bekannten siegesbewussten und ruhmverheißenden phrasen und die unter klingendem spiel und wehenden standarten abmarschierenden truppen und die in loyalstem und patriotisch glühendstem tone gehauenen leitartikel und öffentlichen reden dieser ewige appell an tugend ehre pflicht mut auf opferung diese sich gegenseitig gemachten versicherungen dass man die bekannt unüberwindlichste tapferste zu hoher machtausdehnung bestimmte beste und edelste nation sei alles dies verbreitet eine heroische atmosphäre welche die ganze bevölkerung mit stolz erfüllt und in jedem einzelnen die meinung hervorruft er sei ein großer bürger einer großen zeit schlechte eigenschaften als da sind eroberungsgier rauflust haß grausamkeit tücke werden wohl auch als vorhanden und als im kriege sich offenbarend zugegeben aber allemal nur beim feind dessen schlechtigkeit liegt am tage ganz abgesehen von der politischen unvermeidlichkeit des eben unternommenen feldzuges sowie abgesehen von den daraus unzweifelhaft erwachsenen patriotischen vorteilen ist die besiegung des gegners ein moralisches werk eine vom genius der kultur ausgeführte züchtigung diese italiener welches faule falsche sinnliche leichtsinnige eitle volk und dieser louis napoleon welcher ausbund von ehrsucht und intrigengeist als sein am april publiziertes kriegsmanifest erschien mit dem motto freies italien bis zum adriatischen meer rief das einen sturm der entrüstung bei uns hervor ich erlaubte mir eine schwache bemerkung daß dies eigentlich eine uneigennützige und schöne idee sei welche für italienische patrioten begeisternd wirken müsse aber ich ward schnell zum schweigen gebracht an dem dogma louis napoleon ist ein bösewicht durfte solange er der feind war nicht gerüttelt werden alles was von ihm ausging war von vornherein bösewichterisch noch ein leiser zweifel stieg in mir auf in allen geschichtlichen kriegsberichten hatte ich die sympathie und die bewunderung der erzähler immer für diejenige partei ausgedrückt gefunden welche einem fremden joche sich entringen wollte und welche für die freiheit kämpfte zwar wusste ich mir weder über den begriff joch noch über den so überschwänglich besungenen begriff freiheit einen rechten bescheid zu geben aber so viel schien mir doch klar die joch abschüttelungs und freiheitsbestrebung lag diesmal nicht auf österreichischer sondern auf italienischer seite aber auch für diese schüchtern gedachten und noch schüchterner ausgedrückten skrupe wurde ich niedergedonnert da hatte ich unselige wieder an einem sakrosankten grundsatz gerührt nämlich dass unsere regierung das heißt diejenige unter welcher man zufällig geboren worden niemals ein joch sondern nur einen segen abgeben könne dass die von uns sich losreißen wollenden nicht freiheits kämpfen sondern einfach rebellen sind und dass überhaupt und unter allen umständen wir allemal und überall in unserem vollen rechte sind in den ersten maitagen es waren kalte regnerische tage zum glück sonniges lenzfrohes wetter hätte einen noch schmerzlicheren kontrast bewirkt marschierte das regiment ab welchem arno sich hatte zuteilen lassen um sieben uhr früh ach die vorhergehende nacht war das eine fürchterliche nacht wäre der teure auch nur auf eine gefahrlose geschäftsreise gegangen die trennung hätte mich unsäglich traurig gemacht scheiden tut ja so weh aber in den krieg dem feuerregen der feindlichen geschütze entgegen warum konnte ich in jener nacht bei dem worte krieg durchaus nicht mehr dessen erhabene historische bedeutung erfassen sondern nur sein toddrohendes grausen arno war eingeschlafen ruhig atmend mit heiterem gesichtsausdruck lag er da ich hatte eine frische kerze angezündet und hinter einen schirm gestellt ich konnte heute nicht im finstern bleiben vom schlafen war er für mich ohnehin keine rede in dieser letzten nacht da musste ich ihm wenigstens die ganze zeit ins liebe gesicht schauen in einen schlafrock gehüllt lag ich auf unserem bette den ellbogen auf das kissen das kinn in die handfläche gestürzt blickte ich auf den schlummernden herab und weinte still wie lieb wie lieb ich dich habe mein einziger und du gehst fort von mir warum ist das schicksal so grausam wie werde ich leben ohne dich dass du mir nur bald wiederkehrst o gott mein guter gott mein barmherziger vater dort oben lass ihn bald zurückkommen ihn und alle lass es bald frieden sein warum kann es denn nicht immer frieden sein wir waren so glücklich zu glücklich wohl es darf ja auf erden kein vollkommenes glück geben o seligkeit wenn er unversehrt heimkehrt und dann wieder so an meiner seite liegt und für den kommenden morgen kein abschied droht wie er ruhig schläft o du mein tapferer schatz aber wie wirst du dort schlafen da gibt es kein weiches bett für dich da musst du auf harter nasser erde liegen vielleicht in einem graben hilflos verwundert bei diesem gedanken konnte ich nicht anders als mir eine klaffende säbelhiebwunde auf seiner stirn vorstellen von der das blut herabsickert oder ein kugelloch in seiner brust und ein heißer mitleidsschmerz ergriff mich wie gerne hätte ich meine arme um ihn geschlungen und ihn geküsst aber ich durfte ihn nicht wecken er brauchte diesen stärkenden schlaf nur noch sechs stunden tick-tack tick-tack unbarmherzig schnell und sicher geht die zeit jedem ziele entgegen dieses gleichgültige tick-tack tat mir weh auch das licht brannte ebenso gleichgültig hinter seinem schirm wie diese uhr mit ihrem blöden regungslosen bronzeamor tickte begriffen denn all diese dinge nicht daß dies die letzte nacht war die tränenden lieder fielen mir zu das bewusstsein schwand allmählich und den kopf auf das kissen sinken lassend schlief ich dennoch selber ein aber immer nur auf kurze zeit kaum verlor sich mein sinn in die nebel eines formlosen traumes so krampfte mein herz sich plötzlich zusammen und ich erwachte durch einen heftigen schlag desselben mit dem gleichen angstgefühle wie wenn man durch hilferuf oder feuerlarm geweckt wird abschied abschied hieß der alarm als ich zum zehnten oder zwölften mal so aus dem schlummer auffuhr war es tag und die kerze flackerte noch man klopfte an der tür sechs uhr herr oberleutnant meldete die ordonnanz welche befehl erhalten hatte rechtzeitig zu wecken arno richtete sich auf jetzt also war die stunde gekommen jetzt würde es gesprochen werden dieses jammer jammervolle wort lebe wohl es war ausgemacht worden daß ich ihn nicht zur bahn begleiten würde die eine viertelstunde mehr oder weniger des beisammenseins auf die kam es nicht mehr an und das leid der letzten losreißung das wollte ich nicht vor fremden leuten bloßlegen ich wollte allein in meinem zimmer sein wenn der abschiedskuss getauscht worden um mich auf den boden werfen um schreien laut schreien zu können arno kleidete sich rasch an dabei sprach er allerlei tröstliches auf mich ein wacker marta in längstens zwei monaten ist die geschichte vorbei und ich bin wieder da zum kuckuck von tausend kugeln trifft nur eine und die muss nicht gerade mich treffen es sind andere auch schon aus dem krieg zurückgekommen sie deinen papa einmal muss es doch sein du hast doch keinen husaren offizier in der idee geheiratet sein handwerk sei hyazinthensucht ich werde dir oft schreiben so oft als möglich und dir berichten wie frisch und fröhlich die ganze kampagne vor sich geht wenn mir was schlimmes bestimmt wäre so könnte ich mich nicht so wohl gemut fühlen einen orden geh ich mir holen weiter nichts gib nur hier recht acht auf dich selber und auf unseren ruru der wenn ich amossiere auch wieder um einen grad vorrücken darf grüß ihn von mir ich will den abschied von gestern abend nicht noch wiederholen dem wird's einmal ein vergnügen sein wenn ihm sein vater erzählt daß er im jahre bei den großen italienischen siegen dabei gewesen ich hörte ihm gierig zu dieses zuversichtliche geplauder tat mir wohl er ging ja gern und lustig fort mein schmerz war also ein egoistischer daher ein unberechtigter dieser gedanke würde mir die kraft geben ihn zu überwinden wieder klopfte es an der tür es ist schon zeit herr oberleutnant bin schon fertig komme gleich er breitete die arme aus also jetzt martha mein weib mein lieb schon lag ich an seiner brust reden konnte ich nicht das wort lebewohl wollte nicht über die lippen ich fühlte daß ich bei äußerung dieses wortes zusammenbrechen musste und die ruhe den frohmut seiner abfahrt durfte ich ja nicht vergellen den ausbruch meines schmerzens sparte ich mir wie eine art belohnung auf das allein sein auf nunmehr aber sprach er es das herzzerreißende wort leb wohl mein alles leb wohl und drückte innig seinen mund auf den main wir konnten uns aus dieser umarmung gar nicht losreißen war es doch die letzte da plötzlich fühle ich wie seine lippen beben seine brust sich krampfhaft hebt und mich freilassend bedeckt er sein gesicht mit beiden händen und schluchzte laut auf das war zu viel für mich ich glaubte wahnsinnig zu werden arno arno rief ich ihn umklammernd bleib bleib ich wußte daß ich unmögliches verlangte doch rief ich hartnäckig bleib bleib herr oberleutnant kam es von draußen schon höchste zeit noch einen kuss den allerletzten und er stürzte hinaus ende von abschnitt drei abschnitt 4 von die waffen nieder dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org die waffen nieder von berta von suttner abschnitt vier erstes buch 1859 teil vier charpie zupfen zeitungsberichte lesen auf einer landkarte stecknadelfähnchen aufstecken um den bewegungen der beiden heere zu folgen und daraus schachaufgaben in der fassung von österreich zieht an und setzt mit dem vierten zuge matt zu lösen trachten in der kirche fleißig um schutz für seine lieben und um den sieg der vaterländischen waffen beten von nichts anderem reden als von den vom kriegsschauplatz eingetroffenen nachrichten das wahres was meine und die existenz meiner verwandten und bekannten kreise nunmehr ausfüllte das leben mit all seinen übrigen interessen schienen für die dauer des feldzuges sozusagen in der schwebe alles bis auf die frage wie und wann wird der krieg enden war der wichtigkeit ja beinahe der wirklichkeit beraubt man aß man trank man las man besorgte seine geschäfte aber das alles galt eigentlich nicht nur eins war von wohlgewichtiger gültigkeit die telegramme aus italien meine größten lichtblicke waren selbstverständlich die nachrichten welche ich von arno selbst erhielt diese waren sehr kurz gefaßt das briefeschreiben ist niemals eine starke seite gewesen aber sie brachten mir doch das beglückendste zeugnis noch am leben unverwundet sehr regelmäßig konnten diese briefe und depeschen freilich nicht eintreffen denn oft waren die verbindungen abgebrochen oder wenn es irgendwo zur aktion kam der feldpostdienst aufgehoben wenn so einige tage vergangen waren ohne daß ich von arno gehört und es wurde eine verlustliste veröffentlicht mit welchem bangen las ich da nicht die namen durch es ist so spannend wie für den losbesitzer das durchsehen der gewinnnummern einer ziehungsliste aber im umgekehrten sinn was man da sucht wohl wissend dass man gott sei dank die wahrscheinlichkeit gegen sich hat ist der haupttreffer des unglücks das erste mal als sich die namen der gefallenen durchgelesen ich war eben seit vier tagen ohne nachricht und sah dass der name arno dotzki nicht darunter war da faltete ich die hände und sprach mit lauter stimme mein gott ich danke dir kaum aber waren die worte geäußert so klang es mir wie ein schriller misston daraus nach ich nahm das blatt wieder zur hand und betrachtete zum zweiten mal die namenreihe also weil adolf schmidt und karl müller und viele andere aber nicht arno dotzki geblieben waren hatte ich gott gedankt derselbe dank wäre dann berechtigterweise von dem herzen derer zum himmel aufgestiegen welche für schmidt und müller zitterten wenn sie statt dieser den namen dotzki gelesen hätten und warum sollte gerade mein dank dem himmel genehmer sein als jener ja das war der schrille misston meines stoßgebetes gewesen die anmaßung und die selbstsucht die darin lag zu glauben dotzki sei mir zuliebe verschont geblieben und gott zu danken das nicht ich sondern nur schmids mutter und müllers braut und fünfzig andere über dieser liste weinend zusammenbrechen am selben tag erhielt ich wieder von arno einen brief gestern gab es einen tüchtigen kampf leider leider eine niederlage aber tröste dich meine geliebte martha die nächste schlacht bringt uns den sieg es war dies meine erste große affäre ich stand mitten im dichten kugelregen ein eigenes gefühl das erzähle ich mündlich es ist doch furchtbar die armen kerle die da um einen herum fallen und die man liegen lassen muss trotz ihres kläglichen wimmerns selager auf baldiges wiedersehen mein herz wenn wir einmal in turin die friedensbedingungen diktieren dann kommst du mir nachgereist tante marie wird indessen so gut sein über unseren kleinen korporal zu wachen wenn der empfang solcher briefe die sonnenblicke meines daseins abgab die schwärzesten schatten desselben waren meine nächte wenn ich da aus selig vergessenem traume erwachte und mir die entsetzliche wirklichkeit mit ihrer entsetzlichen möglichkeit vor das bewusstsein trat so erfasste mich schier unerträgliches leid und ich konnte stundenlang nicht wieder einschlafen die idee war nicht loszuwerden dass arno vielleicht in diesem augenblick stöhnend und sterbend in einem graben lag nach einem tropfen wasser lechzend sehnsüchtig nach mir rufend nur damit konnte ich mich allmählich beruhigen dass ich mir mit aller gewalt die szene seiner rückkunft vor die einbildung rief die war ja ebenso wahrscheinlich sogar viel wahrscheinlicher als das verlassene sterben und da malte ich mir denn aus wie er ins zimmer hereinstürmte und ich an sein herz flöge wie ich ihn dann zu rurus wie geführe und wie glücklich und froh wir dann wieder sein könnten mein vater war sehr niedergeschlagen es kam eine schlimme nachricht nach der anderen zuerst montebello dann magenta nicht er allein ganz wien war niedergeschlagen man hatte zu anfang so zuversichtlich gehofft dass ununterbrochene siegesbotschaften anlass zu häuserbeflackungen und tedeum absingen geben würden stattdessen wehten die fahnen und sangen die priester in turin dort hieß es jetzt herr gott wir loben dich daß du uns geholfen hast die bösen tedeschi zu schlagen meinst du nicht papa frug ich daß wenn noch eine liederlage für uns käme dann frieden geschlossen würde in diesem falle könnte ich wünschen daß schämst du dich nicht so etwas zu sagen lieber soll es ein siebenjähriger soll es ein dreißigjähriger krieg werden nur sollen schließlich unsere waffen siegen und wir die friedensbedingungen diktieren wozu geht man in den krieg doch nicht dazu daß er baldmöglichst aus sei sonst könnte man von vornherein zu hause bleiben das wäre wohl das beste seufzte ich was ihr weibervolk doch feige seid selbst du die du so gute grundsätze von vaterlands liebe und ehrgefühl erhalten bist jetzt ganz verzagt und schätzt es deine persönliche ruhe höher als die wohlfahrt und den ruhm des landes ja wenn ich meinen arno nicht ganz so lieb hätte gattenliebe familienliebe das ist alles recht schön aber es soll erst in zweiter linie kommen soll es die verlustliste hatte schon mehrere namen von offizieren gebracht die ich persönlich gekannt hatte unter anderem des sohnes des einzigen einer alten dame für die ich eine große verehrung empfand an jenem tage wollte ich die ärmste aufsuchen es war mir ein peinlicher schwerer gang trösten konnte ich sie doch nicht höchstens mitweinen aber es war eine liebespflicht und so machte ich mich denn auf den weg vor der wohnung der frau von ulsmann angelangt zögerte ich lange ehe ich die glocke zog das letzte mal dass ich hierher gekommen war es zu einer lustigen kleinen tanzunterhaltung gewesen die liebenswürdige alte hausfrau war damals selber voller lustigkeit martha hatte sie mir im laufe des abends gesagt wir sind die beiden beneidenswertesten frauen wiens du hast den hübschesten mann und ich den trefflichsten sohn und heute da besaß ich wohl noch meinen mann wer weiß die bomben und granaten flogen ja dort unablässig die letzte minute konnte mich zur witwe gemacht haben und ich fing vor der tür zu weinen an das war die richtige verfassung für solch traurigen besuch ich klingelte niemand kam ich klingelte ein zweites mal wieder nichts da streckte jemand aus einer anderen flurtür den kopf heraus sie läuten umsonst fräulein die wohnung ist leer wie ist frau von ulsmann fortgezogen vor drei tagen in die irrenanstalt überführt worden der kopf war hinter der zufallenden tür wieder verschwunden ein paar minuten blieb ich regungslos auf demselben flecken stehen und vor meinem inneren auge spielten sich die szenen ab die hier stattgefunden haben mochten bis zu welchem grade mußte die arme frau gelitten haben daß ihr schmerz in wahnsinn ausbrach und da wollte mein vater daß der krieg dreißig jahre währte für das wohl des landes wie viele solcher mütter mußten da noch im lande verzweifeln aufs tiefste erschüttert ging ich die treppen herab ich beschloss noch einen anderen besuch bei einer befreundeten jungen frau abzustatten deren gatte gleich auf dem kriegsschauplatz war mein weg führte mich durch die herrengasse an dem gebäude das sogenannte landhaus vorbei wo der patriotische hilfsverein seine büros untergebracht hatte damals gab es noch keine genfer konvention kein rotes kreuz und als vorbote jener humanen institutionen hatte sich dieser hilfsverein gebildet dessen aufgabe es war allerlei spenden in wäsche geld scharpie verbandszeug und so weiter für die armen verwundeten in empfang zu nehmen und nach dem kriegsschauplatz zu befördern von allen seiten kamen die gaben reichlich geflossen ganze magazine mußten zur aufnahme derselben dienen und kaum waren die verschiedenen vorräte verpackt und fortgeschickt da türmten sich wieder neue auf ich trat ein es drängte mich die summe die ich in meiner geldbörse trug dem komitee zu überreichen vielleicht konnte die selber einem leidenden soldaten hilfe und rettung bringen und dessen mutter vor wahnsinn bewahren ich kannte den präsidenten ist fürst c anwesend fragte ich den portier im augenblick nicht nur der vizepräsident baron sutner ist oben er zeigte mir den weg nach dem lokale wo die geldspenden abgegeben wurden ich mußte durch mehrere seele gehen wo auf langen tischen die pakets aneinandergereiht lagen stöße von wäschestücken zigarren tabak und namentlich berge von charpie mir schauderte wieviel wunden mußten da bluten um mit so viel gezupfter leinwand bedeckt zu werden und da wollte mein vater dachte ich weder daß zum wohle des landes der krieg noch dreißig jahre dauere wieviel söhne des landes müßten da noch ihren wunden erliegen der baron nahm meine gabe dankend in empfang und erteilte mir auf meine verschiedenen fragen über die wirksamkeit des vereins bereitwilligst auskunft es war erfreulich und tröstlich zu hören wieviel gutes da geschah soeben kam der postbote mit eingelaufenen briefen herein und meldete daß zwei schubkarren voll sendungen aus den provinzen abzugeben seien ich setzte mich auf ein im hintergrund des zimmers stehendes sofa um das hereintragen der pakete abzuwarten dieselben wurden jedoch in einem anderen raume abgegeben jetzt trat ein sehr alter herr herein dem man an der haltung den einstigen militär ansah erlauben sie herr baron sagte er indem er seine brieftasche hervorzog und sich auf einen neben dem tisch stehenden sessel niederließ erlauben sie daß auch ich mein kleines schärflein zu ihrem schönen werk beitrage erreichte eine hundert gulden note hin ich betrachte sie alle die sie das organisiert haben als wahre engel sehen sie ich bin selber ein alter soldat feldmarschall leutnant x schaltete er sich vorstellend ein und kann es beurteilen was für eine enorme wohltat den armen kerlen geschieht die sich dort schlagen ich habe die feldzüge von anno 9 und 13 mitgemacht da hat's noch keinen patriotischen hilfsverein gegeben da hat man den verwundeten keine kisten voll verbandszeug und charpie nachgeschickt wie viele mussten da wenn die vorräte der feldscherer erschöpft waren jämmerlich verbluten die durch eine sendung wie diese hier hätten gerettet werden können das ist eine segensreiche arbeit die eure ihr guten edlen menschen ihr wisst gar nicht ihr wisst gar nicht wie viel gutes ihr da tut und dem alten manne fielen zwei große tränen auf den weißen schnurrbart herab draußen erhob sich ein lärm von schritten und stimmen beide flügel der eingangstür wurden aufgerissen und ein gardist meldete ihre majestät die kaiserin der vizepräsident eilte zur tür hinaus um die hohe besucherin wikit siement am fuße der treppe zu empfangen doch sie war schon im nebensaal angelangt ich schaute von meinem verborgenen plätzchen mit bewunderung nach der jugendlichen monarchin die mir im einfachen straßenkleide beinahe noch lieblicher erschien als in den prunkroben des hoffestes ich bin gekommen sagte sie zu herrn von suttner weil ich heute früh einen brief des kaisers vom kriegsschauplatz erhalten habe worin er mir schreibt wie nützlich und willkommen die gaben des patriotischen hilfsvereins sich erweisen und da wollte ich selbst einsicht nehmen und das komitee von der anerkennung des kaisers in kenntnis setzen hierauf ließ sie sich von allen einzelheiten der vereinstätigkeit unterrichten und betrachtete eingehend die verschiedenen aufgestapelten gegenstände sehen sie nur gräfin sagte sie zu der sie begleitenden oberhofmeisterin indem sie ein wäschestück zur hand nahm wie gut diese leinwand ist und wie hübsch genäht dann bat sie den vizepräsidenten sie noch in die anderen räume zu geleiten und verließ an seiner seite den saal sie sprach mit sichtlicher zufriedenheit zu ihm und ich hörte sie noch sagen es ist ein schönes patriotisches unternehmen welches den armen soldaten den rest verstand ich nicht mehr arme soldaten das wort klang mir noch lange nach sie hatte es so mitleidsvoll betont jawohl arm und je mehr man tat ihnen trost und hilfe zu senden desto besser aber wie flog es mir durch den kopf wenn man sie gar nicht hinschicken würde in all den jammer die armen leute wäre das nicht noch viel besser ich verscheuchte diesen gedanken es muss ja sein es muss ja sein andere entschuldigung gibt es für den gräuel des kriegführens keine als die das wörtlein muss enthält nun ging ich wieder meiner wege die freundin die ich besuchen wollte wohnte ganz nahe vom landhaus auf dem kohlmarkt im vorübergehen trat ich in eine buch und kunsthandlung um eine neue karte oberitaliens zu kaufen die unsere war von den fähnchen gegrünten stecknadeln schon ganz durchlöchert außer mir waren noch mehrere kunden anwesend alle verlangten nach karten schematismen und dergleichen nun kam ich an die reihe auch ein kriegsschauplatz gefällig fragte der buchhändler sie haben es erraten das ist nicht schwer es wird ja beinahe nichts anderes gekauft er holte das gewünschte herbei und während er die rolle für mich in ein papier einschlug sagte er zu einem neben mir stehenden herrn sehen sie herr professor jetzt geht es jenen schlecht welche belletristische oder wissenschaftliche werke schreiben oder verlegen es fragt kein mensch danach solange der krieg währt interessiert sich niemand für das geistige leben das ist für schriftsteller und buchhändler eine schlimme zeit und eine schlimme zeit für die nation entgegnete der professor bei welcher solche interesselosigkeit natürlich geistigen niedergang zur folge hat und da wollte mein vater dachte ich zum dritten mal das zum wohle des landes dreißig jahre lang so gehen ihre geschäfte schlecht mischte ich mich jetzt laut in die unterhaltung nur meine fast alle meine gnädige antwortete der buchhändler mit ausnahme der arme lieferanten gibt es keinen geschäftsmann dem der krieg nicht unberechenbaren schaden brächte alles stockt die arbeit in den fabriken die arbeit auf den feldern unzählige männer werden verdienst und brotlos die papiere fallen das adjo steigt alle unternehmungslust versiegt zahlreiche firmen müssen bankrott erklären kurz es ist ein elend ein elend und da wollte mein vater wiederholte ich im stillen während ich den laden verließ ende von abschnitt vier gelesen von hukuspokus abschnitt fünf von die waffen nieder dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org meine freundin fand ich zu hause gräfin lori griesbach war in mehr als einer hinsicht meine schicksalsgenossin generalstochter wie ich kurze zeit an einen offizier verheiratet wie ich und wie ich strohwitwe in einem übertrumpfte sie mich sie hatte nicht nur ihren mann sondern auch noch zwei brüder im krieg aber lori war keine ängstliche natur sie war vollkommen überzeugt daß ihre lieben unter dem besonderen schutze eines von ihr sehr verehrten heiligen standen und sie rechnete zuversichtlich auf deren wiederkehr sie empfing mich mit offenen armen ach grüß dich gott martha das ist wunderhübsch von dir daß du mich aufsuchst aber du siehst gar so bleich und gedrückt aus doch keine schlimme nachricht vom kriegsschauplatz nein gott sei dank aber das ganze ist doch so traurig ja so du meinst die niederlage da musst du dir nichts daraus machen die nächsten berichte können einen sieg vermelden siegen oder besiegt werden der krieg an und für sich ist schon schrecklich wäre es nicht besser wenn es gar keinen solchen gäbe wozu wäre denn da das militär da ja wozu ich sah nach dann gäbe es keins was für einen unsinn du sprichst das wäre eine schöne existenz lauter zivilisten mir schaudert das ist zum glück unmöglich unmöglich du mußt recht haben ich will es glauben sonst könnte ich nicht fassen daß es nicht schon längst geschehen was geschehen die abschaffung des krieges doch nein ebenso gut könnte ich sagen man solle das erdbeben abschaffen ich weiß nicht was du meinst was mich anbelangt so bin ich froh daß dieser krieg ausgebrochen weil ich hoffe daß sich mein nutweg auszeichnen wird auch für meine brüder ist es eine gute sache das avancement ging schon so langsam vonstatten jetzt haben sie doch eine chance hast du kürzlich nachricht erhalten unterbrach ich sind die deinen alle heil eigentlich schon ziemlich lange nicht aber du weißt wie der postverkehr oft unterbrochen ist und wenn man von einem heißen marsch oder schlachttag so recht müde geworden hat man auch nicht viel lust zum schreiben ich bin ganz ruhig sowohl ludwig als auch meine brüder tragen geweihte amulette mama hat sie ihn selber umgehängt wie stellst du dir denn einen krieg vor lori wo in beiden heeren jeder mann ein amulett trüge wenn da die kugeln hin und her fliegen werden sie sich harmlos in die wolken zurückziehen ich versteh dich nicht du bist so lau im glauben das klagt mir öfters deine tante marie warum beantwortest du meine frage nicht weil denn ihr ein spott auf eine sache liegt die mir heilig ist spott nicht doch einfach eine vernünftige erwägung du weißt doch daß es sünde ist der eigenen vernunft die kraft zuzutrauen in dingen urteilen zu wollen die über sie erhaben sind ich schweige schon lori du kannst recht haben das nachdenken und grübeln taugt nicht seit einiger zeit steigen mir so allerlei zweifel an meinen ältesten überzeugungen auf und ich empfinde dabei nur qual wenn ich die überzeugung verlöre daß es unbedingt notwendig und gut war diesen krieg zu beginnen so könnte ich jenen nicht verzeihen welche du meinst louis napoleon das ist freilich ein intrigant ob dieser oder andere ich wollte unerschüttert glauben daß es überhaupt keine menschen waren die den krieg veranlasst haben sondern daß er von selber ausgebrochen ausgebrochen wie das nervenfieber wie das vesuvfeuer wie du exaltiert bist mein schatz lass uns doch vernünftig reden also hör mich an in kurzem wird die kampagne ein ende haben und unser beider männer kommen als rittmeister zurück ich werde den meinen dann zu bewegen trachten dass er einen vier oder sechs wöchentlichen urlaub nehme um mit mir ins bad zu reisen es wird ihm guttun nach seinen ausgestandenen strapazen und auch mir nach der ausgestandenen hitze langeweile und bangigkeit denn du musst nicht glauben daß ich gar keine angst habe es könnte doch gottes wille sein daß einer meiner lieben den soldaten tod finde wenn es auch ein schöner beneidenswerter tod ist auf dem felde der ehre für kaiser und vaterland du sprichst ja wie der erste beste armee befehl es wäre doch schrecklich die arme mama wenn gustav oder karl etwas zustoßen würde reden wir nicht davon also um uns von all dem schreck zu erholen gilt es eine amüsante badesaison durchzumachen am liebsten in karlsbad dort bin ich einmal als mädchen gewesen und habe mich göttlich unterhalten und ich war in marienbad dort habe ich arno kennengelernt aber warum sitzen wir so müßig da hast du nicht etwas leinwand zur hand das wir scharb hier zupfen ich war heute im patriotischen hilfsverein und da kam rate wer hier wurden wir unterbrochen ein diener brachte einen brief herein von gustav rief lori freudig indem sie das siegel brach nachdem sie ein paar zeilen gelesen stieß sie einen schrei aus das blatt entfiel ihren händen und sie warf sich an meinen hals lori mein armes herz was ist's fragte ich tief ergriffen dein mann o gott o gott stöhnte sie lies selber ich hob das blatt vom boden auf und begann zu lesen ich kann den wort laut genau wiedergeben denn in der folge habe ich den brief von lori mir erbeten und dessen inhalt in mein tagebuch übertragen lies laut bat sie ich habe nicht zu ende lesen können ich tat nach ihrem wunsche liebste schwester gestern hatten wir eine heiße schlacht das wird eine große verlustliste geben damit du damit unsere arme mutter nicht aus dieser das unglück erfährt und damit du sie langsam vorbereiten könntest sag er sei schwer verwundet schreibe ich dir lieber gleich dass zu den für das vaterland gefallenen kriegern auch unser tapferer bruder karl zählt ich unterbrach mich um die freundin zu umarmen bis dahin war ich gekommen sagte sie leise mit tränen erstickter stimme las ich weiter dein mann ist unversehrt und so auch ich hätte die feindliche kugel doch lieber mich getroffen ich beneide karl um seinen helden tod er fiel zu anfang der schlacht und weiß nicht dass diese wieder verloren ist das ist gar zu bitter ich habe ihn fallen gesehen denn wir ritten nebeneinander ich sprang gleich ab um ihn aufzuheben nur noch einen blick und er war tot die kugel muß ihm durch herz oder lungen gedrungen sein es war ein schnelles schmerzloses ende wie viele andere mußten stundenlang leiden und mitten im toben der schlacht hilflos daliegen bis sie der tod erlöste das war ein mörderischer tag mehr als tausend leichen freund und feind bedeckten die wahlstadt ich habe unter den toten so manches liebe bekannte gesicht erkannt das ist unter anderem auch der arme hier mußte die seite umgewendet werden der arme arno dotzki ich fiel ohnmächtig zu boden jetzt ist alles aus marter solferino hat entschieden wir sind geschlagen mit diesen worten kam mein vater eines morgens auf das gartenplätzchen geeilt wo ich unter den schatten einer lindengruppe saß ich war mit meinem kleinen rudolf in mein mädchenheim zurückgekehrt acht tage nach dem großen schlage der mich getroffen übersiedelte meine familie nach krumitz unserem landsitz in niederösterreich und ich mit ihr allein hätte ich ja verzweifeln müssen jetzt waren sie wieder alle um mich wie vor meiner verheiratung mein vater tante marie mein kleiner bruder und meine zwei aufblühenden schwestern sie alle taten was sie noch konnten meinen kummer zu lindern und behandelten mich mit einer art hochachtung die mir wohltat in meinem traurigen schicksal lag für sie offenbar eine gewisse weihe etwas was mich über meine umgebung erhob selbst eine gattung verdienst neben dem blute das die soldaten auf dem altar des vaterlandes vergießen bilden ja die am selben altar vergossenen tränen der beraubten soldaten mütter frauen und bräute die nächste heilige liberation so war es auch ein leises stolzgefühl ein bewusstsein dass es sozusagen eine militärische würde vorstellt einen geliebten mann auf dem felde der ehre verloren zu haben welches mir meinen schmerz am besten tragen half und ich war ja nicht die einzige wie viele viele im ganzen land trauerten jetzt um ihre in italienischer erde ruhenden lieben nähere einzelheiten über arnos ende sind mir damals nicht bekannt geworden man hat ihn tot aufgefunden diagnostiziert begraben das war alles was ich wusste sein letzter gedanke war gewiss zu mir und zu unserem kleinen liebling geflogen und sein trost im letzten augenblick muss das bewusstsein gewesen sein ich habe meine pflicht mehr als meine pflicht getan wir sind geschlagen wiederholte mein vater düster indem er sich neben mich auf die gardenbank setzte also wurden die geopferten umsonst geopfert seufzte ich die geopferten sind zu beneiden weil sie von der schmach nichts wissen die uns getroffen hat aber wir werden uns schon noch aufraffen wenn auch jetzt wie es heißt friede geschlossen werden soll ah gott gebs unterbrach ich für mich arme frage ich zu spät aber so werden doch tausend andere verschont du denkst immer nur an dich und an die einzelnen menschen aber in dieser frage handelt es sich um österreich und besteht dieses nicht aus lauter einzelnen menschen mein kind ein reich ein staat lebt ein längeres und wichtigeres leben als die individuen diese schwinden generationen und generationen und das reich entfaltet sich weiter wächst zu ruhmgröße und macht oder sinkt und schrumpft zusammen und verschwindet wenn es sich von anderen reichen besiegen lässt darum ist das wichtigste und höchste was jeder einzelne erstreben muss und wofür jederzeit gern sterben soll die existenz die größe die wohlfahrt des reiches diese worte prägte ich mir ein um sie am selben tag in den roten heften zu notieren sie schienen mir so kräftig und bündig dasjenige auszudrücken was ich in meiner lernzeit aus den geschichtsbüchern herausgefühlt hatte und was mir in der letzten zeit seit anus abmarsch durch angst und mitleid aus dem bewusstsein verdrängt worden war daran wollte ich mich wieder so fest wie möglich klammern um in der idee trost und erhebung zu finden dass mein liebster um einer großen sache willen gefallen dass mein unglück selber ein bestandteil dieser großen sache war tante marie hatte wieder andere toastrunde zur hand weine nicht liebes kind pflegte sie zu sagen wenn sie mich in trauer versunken fand sei nicht so selbstsüchtig denjenigen zu beklagen dem es jetzt so wohl geht er ist unter den seligen und zieht segnend auf dich herab noch ein paar schnell verflossene erdenjahre und du findest ihn wieder in seiner vollen glorie für die welche auf dem schlachtfeld bleiben bereitet der himmel seine schönsten wohnungen glücklich solche die in dem augenblick abberufen werden wo sie eine heilige pflicht erfüllen dem sterbenden märtyrer steht der sterbende soldat am verdienst am nächsten ich soll mich also freuen dass arno freuen nein das wäre zu viel verlangt aber dein schicksal mit demütiger ergebung tragen es ist eine prüfung die der himmel dir schickt und aus der du geläutert und im glauben gestärkt hervorgehen wirst also damit ich geprüft und geläutert werde musste arno nicht deshalb doch wer kann wer darf die verschlungenen wege bei vorsehung ergründen wollen ich sicher nicht obwohl mir gegen tante mariens tröstungen immer derlei einwendungen entschlüpften so gab ich mich im grund der seele doch gern der mystischen auffassung hin daß mein verklärter jetzt im himmel den lohn seines opfertodes genießt und daß sein andenken unter den menschen mit der unvergänglichen glorie der heldenhaftigkeit geschmückt ist wie erhebend wenngleich schmerzlich hatte die große trauerzeremonie auf mich gewirkt welcher ich am tage vor unserer abreise im stefansdom beigewohnt es war ein deb profundes für unsere auf fremder erde gefallenen und dort begrabenen krieger in der mitte der kirche war ein hoher katafalk aufgestellt von hunderten brennender wachselichter umgeben und mit militärischen emblemen fahnen waffen geschmückt vom chor herab klang das rührend gesungene requiem und die anwesenden meist schwarz gekleidete frauen weinten fast alle laut und jede weinte nicht nur um den einen den sie verloren sondern um alle anderen die denselben tod gefunden sie hatten ja alle zusammen die armen tapferen waffenbrüder für uns alle das heißt für ihr land für die ehre der nation ihr junges leben hingegeben und die lebenden soldaten die dieser feier bei wohnten sämtliche in wien zurückgebliebenen generelle und offiziere waren da und mehrere kompanien mannschaft führten den hintergrund diese alle waren gewärtig und bereit ihren gefallenen kameraden zu folgen ohne zaudern ohne murren ohne furcht ja mit den weihraufwolken mit dem gläutsch und den orgeltönen mit denen in einem gemeinsamen schmerz vergossenen tränen stieg da sicherlich ein wohlgefälliges opfer zum himmel auf und der herr der herrscharen musste seinen segen träufeln auf jene denen dieser katafalk errichtet war so dachte ich damals wenigstens sind dies die worte mit welchen die roten hefte die trauerfeier beschreiben ungefähr 14 tage später als die nachricht von der niederlage bei solferino kam die nachricht von der unterzeichnung der friedenspräliminarien in villa franka mein vater gab sich alle mögliche mühe mir zu erklären daß es aus politischen gründen zwingend notwendig war diesen frieden zu schließen worauf ich versicherte daß es mir auf jeden fall erfreulich schien wenn das böse kämpfen und sterben ein ende fand aber der gute papa ließ es sich nicht nehmen mir entschuldigende auseinandersetzungen zu unterbreiten du musst nicht glauben daß wir angst haben wenn es auch den anschein hat als machten wir konzessionen wir vergeben unserer würde nichts und wissen schon was wir tun wenn es sich um uns allein handelte so hätten wir wegen dieses kleinen schachs in solferino die partie nicht aufgegeben oh nein noch lange nicht wir brauchten nur noch ein armeekorps hinterher zu schicken und der feind müsste mailland schnell wieder räumen aber weißt du martha es handelt sich um andere allgemeine interessen und prinzipien wir verzichten jetzt darauf uns weiter zu schlagen um die anderen bedrohten italienischen fürstentümer zu bewahren welche der sardinische holberhauptmann samt seinem französischen henkers beistand auch gern überfallen wollte gegen modena toskana wo wie du weißt mit unserem kaiserhaus verwandte dynastien regieren ja sogar gegen rom gegen den papst wollen sie ziehen die vandalen wenn wir nun vorläufig die lombardar hergeben so halten wir uns damit venezien und können die süditalienischen staaten und dem heiligen stuhl unsere stütze gewähren du siehst also ein daß wir aus rein politischen gründen und im interesse des europäischen gleichgewichts ja vater unterbrach ich ich sehe es ein ach hätten diese gründe doch schon vor magenta gewaltet fügte ich bitter seufzens hinzu dann um abzulenken zeigte ich auf ein bücherpaket das heute aus wien eingetroffen war schau her der buchhändler schickt uns verschiedene sachen zur ansicht darunter ein eben erschienenes werk eines englischen naturforschers eines gewissen darwin the origin of species und er macht uns aufmerksam daß dies besonders interessant sei und geeignet epochemachend zu wirken er soll mich auslassen der gute mann wer soll sich in einer so wichtigen zeit wie die gegenwärtige für derlei lapalien interessieren was kann denn in einem buch über tier und pflanzenarten epochemachendes für uns menschen enthalten sein ja die konföderation der italienischen staaten die hegemonie österreichs im deutschen bunde das sind weitragende dinge die werden noch lange in der geschichte bestehen wenn von diesem englischen buch kein mensch mehr etwas wissen wird merkt ihr das ich habe es mir gemerkt vier jahre später meine beiden nunmehr siebzehn und achtzehnjährigen schwestern sollten bei hofe vorgestellt werden aus diesem anlass entschloss auch ich mich wieder in die welt zu gehen die verstrichene zeit hatte ihr werk getan und meinen schmerz allmählich gelindert die verzweiflung wandelte sich in trauer die trauer in wehmut die wehmut in gleichgültigkeit und diese endlich in erneute lebensfreudigkeit ich erwachte eines schönes morgens zum bewusstsein dass ich eigentlich in einer beneidenswerten glücksverheißenden lage mich befand 23 jahre alt schön reich hochgestellt frei mutter eines allerliebsten knaben glied einer liebenden familie waren das nicht bedingungen genug um des lebens froh zu werden das kurze jahr meines eheliebens lag hinter mir wie ein traum ja ich war in meinen schönen husaren sterblich verliebt gewesen ja mein zärtlicher mann hatte mich sehr glücklich gemacht ja die trennung hatte mir großen kummer sein verlust wilden schmerz bereitet aber das war vorbei vorbei so innig mit meinem ganzen seelenleben verwachsen dass ich eine zerreißung nicht hätte überleben nicht verschmerzen können war ja meine liebe nicht gewesen dazu hatte unser zusammensein zu kurz gedauert wir hatten uns angebetet wie ein paar feurige verliebte aber herz in herz geist in geist aufgegangen in gegenseitiger hochachtung und freundschaft fest verbunden wie dies mancher eheleute nach langen jahren geteilter leiden und freuden sind das waren wir beide nicht gewesen auch ich war ja sein höchstes sein unentbehrlichstes nicht wäre er sonst so frohgemut und ohne zwingende pflicht sein regiment hat niemals ausrücken müssen fort von mir zudem war ich in den vier jahren allmählich eine andere geworden mein geistiger gesichtskreis hatte sich in vielem erweitert ich war in den besitz von kenntnissen und anschauungen gelangt von welchen ich zur seite meiner verheiratung keine ahnung gehabt und von welchen auch ahne das wußte ich jetzt zu beurteilen sich keinen begriff gemacht und so hätte er meinem jetzigen seeleben wäre er auferstanden in mancher richtung fremdgegenüber gestanden wieso diese wandlung mit mir geschehen das ist so gekommen ein jahr meiner witwenschaft war verstrichen die verzweiflung erster phase in trauer übergegangen aber noch in eine sehr tiefe blutende trauer von einer wieder anknüpfung geselliger verbindungen wollte ich durchaus nichts wissen ich meinte fortan müsse mein leben nur noch mit der erziehung meines sohnes rudolf ausgeführt sein nie mehr nannte ich das kind ruru oder korporal die babyspielereien des verliebten elternpaares waren dahin der kleine war mein sohn rudolf geworden meines ganzes strebens hoffens liebens geheiligter mittelpunkt um ihm einstens eine gute lehrerin sein oder doch um seinen studien folgen und ihm ein geisteskameraden werden zu können wollte ich selber so viel wissen als möglich mir aneignen zudem war lesen die einzige zerstreuung die ich mir erlaubte so vertiefte ich mich dann von neuem in die schätze unserer schlossbibliothek namentlich drängte es mich mein einstiges lieblingsstudium die geschichte wieder aufzunehmen in der letzten zeit als der krieg von meinem zeitgenossen und von mir selber so viele opfer gefordert hatte war mein früherer entusmiasmus stark abgekühlt worden und ich wünschte denselben durch entsprechende lektüre wieder anzufachen und in der tat es gewährte mir manchmal einen gewissen trost wenn ich ein paar seiten schlachtenberichte mit den daran geknüpften heldenverherrlichungen gelesen zu denken dass der tod meines armen mannes und mein eigenes witwinleid als parzellen in einem ähnlichen großen geschichtlichen vorgang enthalten waren ich sage manchmal nicht immer so ganz und gar konnte ich mich doch nicht mehr in jene stimmungen meiner mädchenzeit zurückversetzen wo ich es der jungfrau von orleans hätte gleich tun mögen vieles vieles in den gelesenen überschwänglichen ruhmestiraden welche die schlachtenberichte begleiteten klang mir falsch und holl wenn ich mir zugleich die schrecken der schlacht vergegenwärtigte so falsch und holl wie eine als preis für eine echte perle erhaltene blechmünze die perle leben ist die wohlehrlich bezahlt mit den blechpfrasen der geschichtlichen nachrufe bald hatte ich den vorrat der in unserer bücherei vorhandene historischen werke erschöpft ich bat unsere büchhändler er möge mir ein neues geschichtswerk zur ansicht schicken er schickte thomas buckles history of civilization das werk ist nicht vollendet schrieb der büchhändler aber die beifolgenden zwei als einleitung dienenden bände bilden an und für sich ein abgeschlossenes ganzes und ihr erscheinen hat sowohl in england als in der übrigen gebildeten welt großes aufsehen erregt der verfasser so sagt man habe damit den grundstein zu einer neuen auffassung der geschichte gelegt in der tat ja ganz neu mir war nachdem ich diese zwei bände gelesen und wieder gelesen wie jemand zumute der zeitlebens in einem engen tallkessel gewohnt und zum ersten mal auf einer der umgebenden bergspitzen hinaufgeführt worden von wo ein ausgestrecktes stückland zu sehen ist mit bauten und gärten bedeckt von endlosem meere begrenzt ich will nicht behaupten dass ich die zwanzigjährige welche die bekannte oberflächliche höhe töchtererziehung zuteil geworden das buch in seiner ganzen tragweite verstand oder um obiges bild beizubehalten dass ich die erhabenheit der monumental bauten und die größe des ozeans erfasste die vor meinen überraschten blicken lagen aber ich war geblendet war überwältigt ich sah dass es jenseits meines engen heimattales eine weite weite welt gab von der ich bisher niemals kunde erhalten erst als ich das buch nach 15 oder 20 jahren wieder las und nachdem ich andere im selben geist verfasste werke studiert hatte konnte ich mir vielleicht anmassen zu sagen dass ich es verstehe doch eins wurde mir auch schon damals klar die geschichte der menschheit wird nicht wie dies die alte auffassung war durch die könige und staatsmänner durch die kriege und traktate bestimmt welche der ehrgeiz der einen und die schlauheit der anderen ins leben rufen sondern durch die allmähliche entwicklung der intelligenz die hoff und schlachten chroniken welche in den historienbüchern aneinander gereiht sind stellen einzelne erscheinungen der jeweiligen kulturzustände vor nicht aber deren bewegende ursachen von der althergebrachten bewunderung mit welcher andre geschichtsschreiber die lebensläufe gewaltiger eroberer und länderverwüster zu erzählen pflegen könnte ich im backel gar nichts finden im gegenteil er führt den nachweis dass das ansehen des kriegestandes im umgekehrten verhältnis zu der kulturhöhe eines volkes steht je tiefer in der barbarischen vergangenheit zurück desto häufiger die gegenseitige bekriegung und desto enger die grenzen des friedens provinz gegen provinz stadt gegen stadt familie gegen familie er betont daß im fortschrift der gesellschaft mehr noch als der krieg selber die liebe zum kriege im schwinden begriffen sei das war mir aus der seele gesprochen sogar in meinem kurzen innenleben war diese verminderung vor sich gegangen und wenn ich oft diese regung als etwas feiges unwürdiges unterdrückt hatte glaubend daß ich allein mich solchen frevels schuldig mache so erkannte ich jetzt daß dies bei mir nur der schwache widerhall des zeitgeistes war das gelehrte und denke wie dieser englische geschichtsschreiber das unzählige menschen mit ihm die einstige kriegsvergötterung verloren hatten welche wie sie eine phase meiner kindheit gewesen in diesem buche auch als eine phase aus der kindheit der gesellschaft dargestellt war somit hatte ich in buckles geschichtswerke eigentlich das gegenteil von dem gefunden was ich gesucht dennoch empfand ich diesen fund als einen gwinn ich fühlte mich dadurch gehoben geklärt beruhigt einmal versuchte ich mit meinem vater über diesen neu gewonnenen gesichtspunkt zu reden aber vergebens auf den berg hinauf wollte er mir nicht folgen das heißt er wollte das buch nicht lesen also war es aussichtslos mit ihm von dingen zu reden die man nur von dort oben aus wahrnehmen konnte nun folgte das jahr zweiter phase da die trauer in melancholie übergegangen war jetzt las und studierte ich noch fleißiger das erste werk buckles hatte mir geschmack am nachdenken gegeben und die freuden eines erweiterten weltausblicks kosten gemacht davon wollte ich nun noch immer mehr und mehr genießen und so ließ ich diesem buch noch viele andere im gleichen geist verfaßte folgen und das interesse die genüsse welche ich in diesen studien fand trügen dazu bei die dritte phase eintreten nämlich die melancholie schwindend zu machen als aber die letzte wandlung mit mir vor ging das ist als die lebenslust von neuem erwachte da wurden mir auf einmal die bücher nicht mehr genügen da sah ich auf einmal ein dass ethnographie und anthropologie und vergleichende mythologie und sonstige logien und graphien unmöglich meine sehnsucht stillen konnten dass für eine junge frau in meiner lage das leben noch ganz andere glücksblüten bereithielt nach welchen ich nur die hand auszuschrecken brauchte und so kam es daß ich im winter mich anbot meine jüngere schwester selber in die welt einzuführen und meine salons der wiener gesellschaft öffnete martha gröfen dotzky eine reiche junge witwe unter diesem vielversprechenden namen stand ich auf dem personenverzeichnis der große weltkomödie und ich muß sagen die rolle sagte mir zu es ist kein geringes vergnügen von allen seiten huldigungen zu empfangen von der ganzen gesellschaft gefeiert verwöhnt mit auszeichnungen überschüttet zu werden es ist kein geringer genuss nach beinahe vierjähriger weltabschiedenheit plötzlich in einen strudel von allerlei vergnügungen zu gelangen interessante bedeutende menschen kennenzulernen an fast jedem tag ein glänzendes fest mitzumachen und dabei sich selber als den mittelpunkt allgemeiner aufmerksamkeit zu fühlen wir drei schwestern hatten den spitznamen die göttinnen von berge iba bekommen und die erisäpfel lassen sich nicht zählen welche die verschiedenen jungen pariser unter uns verteilten ich natürlich in meiner oben erwähnten theaterzettelwürde reiche junge witwe war gewöhnlich die bevorzugte es galt übrigens in meiner familie und auch ein klein wenig in meinem eigenen bewusstsein als ausgemachte sache daß ich mich wieder vermählen würde tante maria pflegte in ihren homilien nicht mehr auf den verklärten anzuspielen der dort oben meine harte der dort oben meine harte denn wenn ich in den kurzen erdenjahren die mich vom grabe trennten mir einen zweiten garten angeeignet eine von tante maria selber gewünschte eventualität so war dadurch die gemütlichkeit des himmlischen wiedersehens mit dem ersten stark beeinträchtigt alle um mich herum schienen arnos existenz vergessen zu haben nur ich nicht obwohl die zeit meinen schmerz um ihn geheilt hatte sein bild hatte sie nicht verlöscht man kann aufhören um seine toten zu trauern die traue hängt auch nicht vom willen ab aber vergessen soll man sie nicht ich betrachtete dieses von meiner umgebung geübte totschweigen eines verstorbenen als eine zweite nachträgliche tötung und vermied es den armen auch tot zu denken ich hatte es mir zur aufgabe gemacht täglich zum kleinen rudolf von seinem vater zu sprechen und in seinem abendgebet musste das kind stets sagen gott lass mich gut und brav sein meinem geliebten vater arnold zuliebe meine schwestern und ich amüsierten uns köstlich ich gewiß nicht minder als sie es war ja sozusagen auch mein debüt in der welt das erste mal war ich als braut und neu vermählte angeführt worden da hatten sich selbstverständlich alle kurmacher von mir fern gehalten und was ist des weltlebens höchste reiz wenn nicht der kurmacher aber sonderbar so sehr es mir behagte von einer schar von anbätern umgeben zu sein keiner von ihnen machte einen tieferen eindruck auf mich es lag eine schranke zwischen ihnen und mir die schier unübersteiglich war und diese schranke hatte sich durch die drei jahre meines einsamen studierens und denkens aufgerichtet alle diese glänzenden jungen herren deren lebensinteressen in sport spiel ballett hofklatsch und wenn es hochging in berufssehrgeiz die meisten waren militärs gipfelten die hatten von den dingen die ich in meinen büchern von ferne erschaut und an denen mein geist sich gelabt auch nicht die entfernteste idee jene sprache von der ich freilich auch nur anfangsgründe kennengelernt von der ich aber wußte daß in ihr durch die männer der wissenschaft die höchsten fragen beraten und eins gelöst werden jene sprache war ihnen nicht zur spanisch sondern patagonisch unter dieser kategorie junger leute würde ich mir keinen gatten wählen das stand fest überhaupt hatte ich keine eile meiner freiheit die mir so wohl gefiel wieder aufzugeben ich wußte meine sein wollenden freier so in entfernung zu halten daß keiner einen eintrag wagte und daß auch niemand in der gesellschaft das komplementierende wort von mir sagen konnte sie läßt sich den hof machen mein sohn rudolf sollte einst auf seine mutter stolz sein dürfen keinen hauch des verdachts auf dem blanken spiegel ihres guten rufes vorfinden wenn jedoch der fall eintrete daß mein herz von neuem in liebe erglühte es konnte nur für einen würdigen sein dann war ich ja geneigt das anrecht welches meine jugend noch auf irdisches glück besaß geltend zu machen und eine zweite ehe einzugehen unterdessen von liebe und glück abgesehen war ich recht gute dinge der tanz das theater der putz an alledem fand ich ein lebhaftes vergnügen dabei vernachlässigte ich weder meinen kleinen rudolf noch meine eigene ausbildung nicht daß ich mich in gründliche fachstudien vertiefte aber über die bewegung der geister erhielt ich mich stets auf dem laufenden in dem ich mir die hervorragendsten neuen erscheinungen der weltliteratur anschaffte und regelmäßig sämtliche artikel auch die wissenschaftlichen der revue de deux mondes und ähnliche seitschriften aufmerksam las diese beschäftigung hatte freilich zur folge daß die vorerwähnte schranke welche mein seelenleben von der mich umgebenden jungen herrenwelt abschloss immer höher wurde aber das war schon recht so gern hätte ich in meinem salon einige persönlichkeiten aus der literaten und gelehrten welt zugezogen allein dies war in der mitte in der ich mich bewegte nicht recht tunlich bürgerliche elemente werden der österreichischen sogenannten sozietät nicht beigemischt namentlich damals seither hat sich dieser ausschließliche geist etwas geändert und es ist mode geworden einzelnen betreten der kunst und wissenschaft seines salons zu öffnen zu der zeit von der ich spreche war dies jedoch nicht der fall was nicht hofffähig war das heißt was nicht sechsenahnend aufzuweisen hatte war von vornherein ausgeschlossen unsere gewohnte gesellschaft wäre ganz unangenehm überrascht gewesen bei mir unadelige leute anzutreffen und hätte nicht den rechten ton gefunden mit solchen zu verkehren und diese selber hätten meinen mit komptesseln und sportsmen mit alten generälen und alten stiftsamen gefüllten salons schon gar unerträglich langweilig gefunden welchen anteil konnten männer von geist und wissen schriftsteller und künstler an den ewig gleichen erörterung nehmen bei wem gestern getanzt worden und bei wem morgen getanzt wird ob bei schwarzenberg bei pallavicini oder bei hoff welche passionen baronen pacher einflößt welche partie comtesse palfi ausgeschlagen wieviel herrschaften fürst kreu besitzt was die junge alma sie für eine geborene sei ob ein festetix oder ein wenkheim und ob die wenkheim deren mutter ein käfenmüller gewesen usw usw das war nämlich so der stoff der meisten um mich herum geführten unterhaltungen auch die geistvollen und unterrichteten leute von welchen doch gar manche in unseren kreisen sich fanden staatsmänner und dergleichen glaubten sich verpflichtet wenn sie mit uns tanzender jugend verkehrten denselben frivolen und inhaltslosen ton anzuschlagen wie gerne hätte ich oft nach einem dinner mich in die ecke begeben wo ein paar unserer vielgereisten diplomaten beredeten reichsräten oder sonstige bedeutende männer über bedeutende fragen ihre meinung austauschten aber das war nicht tunlich ich musste schon bei den anderen jungen frauen bleiben und die toiletten besprechen die wir für den nächsten großen ball vorbereiteten und hätte ich mich auch in jene gruppe eingedrängt sogleich würden die eben geführten gespräche über nationalökonomie über bayerns poesie über theorien von strauss und renner verstummt sein und es würde geheißen haben ach griffen dotzky gestern auf dem damen picknick haben sie bezaubernd ausgesehen und sie gehen doch morgen zum empfang bei der russischen botschaft ende von abschnitt 6 abschnitt 7 von die waffen nieder dies ist eine liebe wachs aufnahme alle liebe wachs aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei liebe wachs punkt org erlaube liebe marthe sagte mein vetter konrad althaus daß ich dir oberstleutnant baron tilling vorstelle ich neigte den kopf der vorstellende entfernte sich und der vorgestellte blieb stumm ich faßte dies als eine aufforderung zum tanze auf und erhob mich von meinem sitz mit gerundet aufgehobenem linken arm bereit ihn auf baron tillungs schulter zu lehnen verzeihen sie griffen sagte jener mit einem flüchtigen lächeln das blitzend weiße zähne aufdeckte ich kann nicht tanzen ah so desto besser antwortete ich mich widersetzend ich hatte mich ohnehin hierher zurückgezogen um ein wenig auszuruhen und ich hatte mir die ehre erbeten ihnen vorgestellt zu werden gnädige greifen um ihnen eine mitteilung zu machen ich blickte erstaunt auf der baron machte ein sehr ernstes gesicht es war überhaupt ein ernsthaft aussehender mann nicht mehr jung etwa vierzig mit einigen silberfäden an den schläfen im ganzen eine vornehme sympathische erscheinung ich hatte mir angewöhnt jeden neu vorgestellten auf die frage hin prüfend anzusehen bist du ein freier würde ich dich nehmen beide fragen beantwortete ich mir in diesem falle mit einem schnellen nein es fehlte dem betreffenden durchaus der verbindlich anbetende ausdruck welchen alle jene anzunehmen pflegen die sich den frauen mit sogenannten absichten nahen und die andere frage fand schon durch seine uniform verneinende erledigung ein zweites mal würde ich keinem soldaten die hand reichen das hatte ich mir fest vorgenommen nicht nur aus dem grunde um kein zweites mal der schrecklichen angst ausgesetzt zu werden den garten ins feld ziehen zu sehen sondern weil ich seither über den krieg in allgemeinen zu ansichten gelangt war in welchen ich unmöglich mit einem krieger hätte übereinstimmen können oberstleutnant von tilling machte von meiner aufforderung sich neben mich zu setzen keinen gebrauch ich will sie nicht lange belästigen gräfen was ich ihnen mitzuteilen habe passt nicht in ein ballfest ich wollte mir nur die erlaubnis erbetten mich in ihrem hause einzufinden können sie mir gnädigst in einen tag und eine stunde bestimmen wann ich sie sprechen darf ich empfange an sonnenabend zwischen zwei und vier dann gleicht an sonnenabend zwischen zwei und vier ihr haus vermutlich einen bienenstock wo die honigträger aus und einfliegen und ich als königin in der zelle sitze meinen sie das ist ein recht hübsches kompliment komplimente mache ich nie ebenso wenig als honig und so behagt mir die sonnabendliche schwarmstunde durchaus nicht ich muß sie allein sprechen sie reizen meine neugier sagen wir also morgen dienstag um die gleiche stunde ich werde für sie und sonst niemand zu hause sein er dankte mit einer verbeugung und ging eine weile später kam mein fetter althaus vorbei ich rief ihn zu mir ließ ihn an meinen sitzplatz nehmen und verlangte auskunft über baron tilling gefällt er dir hat er dich solch tiefen eindruck gemacht daß du dich gar so angelegentlich erkundigst er ist zu haben das heißt er ist noch ledig darum soll er aber doch nicht frei sein man munkelt daß eine sehr hohe dame althaus nannte eine prinzessin aus regierendem hause ihn durch zarte bande an sich wesselt deshalb heirate er nicht sein regiment ist erst seit kurzer zeit hierher versetzt worden daher hat man ihn noch nicht viel in der gesellschaft gesehen auch ist er glaube ich ein feind von bellen und dergleichen ich habe ihn im adeligen casino kennengelernt wo er täglich ein paar stunden verbringt aber gewöhnlich im lesesimmer in die zeitungen oder mit unseren besten schachspielern in eine partie vertieft ich war erstaunt ihn hier zu treffen da jedoch die hausfrau seine cousine ist so erklärt sich seine kurze erscheinung auf dem ball er ist auch schon wieder weg nachdem er sich von dir empfohlen sah ich ihn fortgehen hast du ihn noch mehreren anderen damen vorgestellt nein nur dir aber darum mußt du dir nicht einbilden daß du es ihm von weitem angetan und er deshalb verlangte dich kennen zu lernen können sie mir nichts sagen fragte er mich ob eine gewisse greffendotzki geborene althaus vermutlich mit ihnen verwandt hier anwesend ist ich mußt mit derselben sprechen ja antwortete ich auf dich zeigend dort in jener ecke auf dem sofa im blauen kleide adi seien sie so gut stellen sie mich vor was ich denn bereitwillig tat ohne zu ahnen daß ich dich dadurch um deine ruhe bringen würde so spricht doch keinen unsinn konrad meine ruhe ist nicht so leicht zu untergraben tilling was ist das für eine familie ich höre den namen zum ersten mal aha du gibst nicht nach ist das ein glücksmensch ich habe mich durch volle drei monate mit aufwand alle meine bezauberungskräfte in deine gunst einzuschleichen versucht vergebens und dieser kalt oberstleutnant denn er ist kalt und gefühllos laß dir das gesagt sein kam sah und siegte was tilling für eine familie sei fragtest du ich glaube preußischen ursprungs doch war schon sein vater in österreichische dienste getreten seine mutter ist auch preußen du mußt deinen norddeutschen akzent bemerkt haben ja er spricht ein wunderschönes deutsch natürlich alles ist wunderschön an ihm althaus stand auf jetzt habe ich gerade genug erlaube daß ich dich deinen träumen überlasse ich will versuchen mich mit damen zu unterhalten welche dich wunderschön finden solche gibt es wohl genug ich verließ den ball zu früher stunde meine schwestern könnte unter dem schütze tante marias noch bleiben und mich hielt's nicht zurück die lust am tanzen war mir vergangen ich fühlte mich ermüdet und sehnte mich nach einsamkeit warum es scheint doch so da ich noch um mitternacht die roten hefte mit eintragung der oben angeführten gespräche bereichert und betrachtungen daran knüpfte wie folgt ein interessanter mensch dieser tilling die hohe frau die ihn liebt denkt jetzt wahrscheinlich an ihn oder vielleicht kniet er in diesem augenblick zu ihren füßen und sie ist nicht so allein allein wie ich ach jemand so recht innig lieben zu können es müßte nicht eben tilling sein ich kenne ihn ja nicht nicht um tilling beneide ich die prinzessin aber um ihr verliebt sein und je leidenschaftlicher je wärmer sie ihm zugetan ist desto mehr beneide ich sie mein erster gedanke beim erwachen war wieder tilling ja richtig er hatte sich für diesen tag behufswichtige mitteilungen bei mir angesagt so gespannt wie auf diesen besuch hatte ich mich schon lange nicht gefühlt um die bestimmte stunde gab ich befehl daß mit ausnahme des erwarteten niemand vorgelassen werde meine schwestern war nicht zu hause tante maria die unermüdliche gardedamm hatte sie auf den eislaufplatz begleitet ich setzte mich in meinen kleinen salon mit einer hübschen haustoilette von violettem samt angetan violett steht blondin bekanntlich vorteilhaft nahm ein buch zur hand und wartete lang habe ich nicht warten müssen zehn minuten nach zwei trat freiherr von tilling bei mir ein wie sie sehen gräfen habe ich von ihrer erlaubnis pünktlich gebrauch gemacht sagte er mir die hand küssend glücklicherweise antwortete ich lächelnd indem ich ihm einen platz anwies ich hätte sonst vor ungeduld vergehen müssen denn sie haben mich wahrhaftig in große spannung versetzt dann will ich gleich ohne lange in einleitung sagen was ich zu sagen habe daß ich es nicht schon gestern getan geschah um ihre führliche stimmung nie zu trüben sie erschrecken mich mit einem wort ich habe die schlacht von magenta mitgemacht und sie haben arno sterben sehen schrie ich auf so ist es ich bin in der lage ihnen über seine letzten augenblicke bescheid zu geben sprechen sie sagte ich bebend zitten sie nicht gräfen wenn diese letzten augenblicke so schrecklich gewesen wären wie bei so manchen anderen kameraden so würde ich ihnen sicher nicht davon gesprochen haben es gibt nichts traurigeres als von einem teuren toten zu erfahren daß er qualvoll gestorben das ist aber hier nicht der fall sie nehmen mir einen stein vom herzen erzählen sie ich werde ihnen nicht die leere phrase wiederholen mit welcher man soldaten hinterbliebenen zu trösten pflegt er starb als held denn ich weiß nicht recht was man damit sagen will den wirklichen trost kann ich ihnen aber bieten er starb ohne an den tod zu denken er war von allem anfang überzeugt daß ihm nichts geschehen werde wir waren viel zusammen und er erzählte mir oft von seinem familien glück zeigte mir das bild seines schönes jungen weibchens und das seines kindes er lud mich ein wenn nur einmal die kampagne aus sei ihn in seiner häuslichkeit zu besuchen in dem gemetzel von magenta befand ich mich zufällig an seiner seite ich erspare ihnen die schilderung der vorhergehenden sehnen so etwas erzählt sich nicht männer die kriegerischen geistes sind werden mitten im pulverdampf und kugelregen von so einem taumel erfasst daß sie eigentlich nicht wissen was um sie vorgeht dotzki war ein solcher mann seine augen sprühten er zielte mit fester hand er war im vollen kriegsrausch das konnte ich das konnte ich nüchterner sehen da kam ein hohlgeschoss geflogen und fiel auf ein paar schritte entfernung vor uns nieder als das ungetüm platzte stürzten zehn mann zusammen darunter dotzki es erhob sich ein jammergeschrei unter den unglücklichen aber dotzki schrie nicht er war tot ich und noch ein paar kameraden bügten uns zu den getroffenen herr ab um ihnen wenn möglich hilfe zu bringen es war aber nicht möglich sie rangen alle mit dem tode auf das gräulichste zerrissen und zerfleischt die beute schrecklichster schmerzen nur dotzki zudem ich mich zuerst auf den boden gekniet atmete nicht mehr sein herz stand still und aus der aufgerissenen seite quoll das blut in solchen strömen daß wenn sein zustand auch nur ohnmacht und nicht der tod gewesen wäre es nicht zu befürchten stand daß er wieder zu sich komme zu befürchten unterbrach ich weinend ja denn wir mussten sich hilflos da liegen lassen vor uns erklang wieder das mordgebietende hurra und hinter uns stürmten berittene scharen heran welche über diese sterbenden hinweg setzen würden glücklich der bewusstlose sein gesicht hatte einen ganz ruhigen schmerzlosen ausdruck und als wir nachdem der kampf vorüber war unsere toten und verwundeten auflasen fand ich ihn auf derselben stelle in gleicher lage und mit dem gleichen friedlichen ausdruck das habe ich ihnen sagen wollen griffen freilich hätte ich das schon vor jahren tun können und da ich nicht mit ihnen zusammentraf an sie schreiben aber die idee kam mir erst gestern als mir meine cousine sagte sie erwartet unter ihren gästen die schöne witwe arno dotzkis bezeihen sie wenn ich schmerzliche erinnerungen wachgerufen ich glaube doch ein pflicht erfüllt und sie von peinlichen zweifeln befreit zu haben er stand auf ich reichte ihm die hand ich danke baron tilling sagte ich meine tränen trockenend sie haben mir in der tat ein wertvolles geschenk gemacht die beruhigung daß das ende meines teuren mannes frei von schmerz und qual war aber bleiben sie noch ein wenig ich bitte sie ich wollte sie noch sprechen hören vorhin in ihrer ausdrucksweise haben sie einen ton angeschlagen der in meiner gemüte eine gewisse seite vibrieren gemacht ohne umschweife sie verabscheuen den krieg tillings gesicht verfinsterte sich verzeihen sie gräfen sagte er wenn ich ihnen über diesen gegenstand nicht rede stehe auch bedauere ich mich nicht länger aufhalten zu können ich werde erwartet jetzt nahm mein gesicht einen kalten ausdruck an vermutlich erwartete ihn die prinzessin und der gedanke war mir unangenehm da will ich sie nicht zurückhalten herr oberstleutnant entgegnete ich kalt ohne nur die erlaubnis zu erbitten wiederkommen zu dürfen verbeugte er sich und ging fasching war zu ende rosa und lilli meine schwestern hatten sich ungeheuer ermüdiert jeder verzeignete ein halbes dutzend eroberungen dennoch befand sich eine wünschenswerte partie darunter und der rechte war für keine erschienen desto besser sie wollten gern noch ein paar mädchenjahre genießen ehe sie ins ehejoch traten und ich in den roten heften stehen meine faschungseindrücke folgendermaßen notiert ich bin froh daß die tanzerei verüber ist es fing schon an eintönig zu werden immer dieselben touren und immer dieselben gespräche und immer ein und derselbe tänzer denn ob es nun der husarenleutnant x oder der dragonerleutnant y oder der ulan rittmeister c ist es sind doch die gleichen verbeugungen die gleichen bemerkungen die gleichen seufzer und blicke nicht ein interessanter mensch darunter nicht einer und der einzige der allenfalls reden wir nichts von dem der gehört ja seiner prinzessin sie ist eine hübsche frau ja zugestanden aber ich finde sie unsympathisch obgleich der faschung mit seinen großen ballfesten zu ende war so hatten die geselligen vergnügungen darum nicht aufgehört soireen diners konzerte der wirbel dauerte fort auch eine große liebhaber theatervorstellung ward in aussicht genommen dies doch erst nach ostern für die fastenzeit war doch eine mäßigung in vergnügen geboten nach tante mariens ansicht mäßigten wir uns lange nicht genug daß ich die fastenpredigten nicht regelmäßig besuchte konnte sie mir nicht recht verzeihen und sie entschädigte sich für meine lauheit indem sie rosa und lili zu allen berühmten kanzelrednern schleppte die mädchen ließen sich das gern gefallen einmal trafen sie in den kirchen mit ihrer ganzen gewohnten koterie zusammen pater klingkauström war ebenso sehr mode bei den jesuiten als die murske in der au pair und in zweiter linie waren sie auch leidlich fromm aber nicht nur den predigten auch den soireen hielt ich mich während jener fastenzeit ziemlich fern ich hatte plötzlich an geselligen zusammenkünften den geschmach verloren und liebte es manchmal allein zu hause zu bleiben mit meinem sohn zu spielen und wenn der kleine zu bett gebracht war mich mit einem guten buch an das kaminfeuer zu setzen und zu lesen zuweilen besuchte mich dann mein vater und verplauderte ein bis zwei stunden bei mir natürlich kamen die feldzugserinnerungen dabei unablässig zum vorschein ich hatte ihm tillingsbericht über arnos ende mitgeteilt er nahm die geschichte jedoch ziemlich kühl auf ob einer mit schmerzen oder ohne schmerzen geendet schien ihm eine ganz nebensächtige frage geblieben sein wie der tod auf dem schlachtfelde heißt war seine anschauung nach einer so rühmlichen durch ein so erhabenes faktum herbeigeführten sache daß die details der dabei allenfalls ausgestandenen körperlichen leiden gar nicht in betracht kamen in seinem munde klang das geblieben stets wie die neidende konstatierung einer besonderen auszeichnung und die dem bleiben nächstfolgende annehmlichkeit war nach seiner auffassung offenbar das blessiert werden die art und weise wie er von sich mit stolz und von den anderen mit respekt erzählte daß sie bei diesem oder jenem nach irgendeiner ortschaft benannten gefecht verwundet wurden ließ einen ganz vergessen daß das ding eigentlich wehtun könne welch ein unterschied mit der kurzen erzählung tillings in der schilderung der zehn unglücklichen welche von dem platzenden geschoss zerschmettert in lauten jammer ausbrachen was lag dafür ein anderer ton erschütterndem mitleids darin ich habe tillings worte meinem vater nicht wiederholt denn ich empfand instinktiv daß ihm dieselben unsoldatenmäßig erschienen wären und seine achtung vor dem sprecher beeinträchtigt hätten und das hätte mich bedroßen denn gerade der vielleicht unsoldatisch aber sicherlich menschliche abscheu mit welchem er das schreckliche ende seinen kampfgenossen geschaut und erzählt war mir ins herz gedrungen wie gern hätte ich mit tilling über dieses thema noch weiter gesprochen aber er schien meine kanzschaft nicht pflegen zu wollen seit seinem besuche waren vierzehn tage vergangen und weder hatte er den besuch wiederholt noch war ich ihm in der gesellschaft begegnet nur zwei oder dreimal auf der ringstraße und einmal im burgtheater war ich seiner ansicht geworden er grüßte ehrerbietig ich dankte freundlich weiter nichts weiter nichts warum klopfte mir bei dieser gelegenheit das herz warum konnte ich dann stundenlang die gebärde seines grußes nicht aus dem sinn bringen liebes kind ich habe eine bitte an dich mit diesen worten trat eines vormittags mein vater bei mir ein er hielt ein papierumwickeltes paket in der hand hier bringe ich dir etwas mit fügte er hinzu das ding auf einen tisch legend eine bitte und ein geschenk zugleich lachte ich das ist ja bestekung so höre mein anliegen ehe du mein geschenk auspackst und von dessen macht geblendet wirst ich habe heute ein langweiliges dinner ja ich weiß drei alte generäle mit ihren frauen und zwei minister mit den ihrigen kurz eine feierliche steife einschläffende geschichte du mutest mir doch nicht zu daß ich ja ich mut es dir zu denn da mich damen mit ihrer gegenwart beehren wollen muß ich doch eine dame zum honnös machen haben dieses amt hat ja tante marie übernommen die ist heute wieder von ihrem gewissen kopfschmerz befallen es bleibt mir also nichts anderes übrig als deine tochter hinzuopfern wie dies schon andere väter im altertum zum beispiel agamemnon mit iphigenia getan ich füge mich übrigens sind unter den gästen auch ein paar jüngere elemente dr bresser der mich in meiner letzten krankheit so ausgezeichnet behandelt hat und dem ich die artigkeit einer einladung erweisen wollte ferner oberstleutnant tilling du wirst ja ganz feuerrot was ist dir ich es ist die neugier jetzt muß ich doch schauen was du mir gebracht hast und ich begann das paket aus seiner papierhülle zu lösen es ist nichts für dich erwarte nicht etwa ein perlenhalsband das gehört dem rudy ja ich sehe ein spielereischachtel ah blei soldaten aber vater das vierjährige kind soll doch nicht ich habe schon mit drei jahren soldaten gespielt man kann nicht früh genug damit anfangen meine allerersten eindrücke waren trommeln säbel exerzieren kommandieren auf die art erwachte die liebe zum metier auf die art mein sohn rudolf wird nicht unter die soldaten gehen unterbrach ich martha ich weiß doch das seines vaters wunsch der arme arno ist nicht mehr rudolf ist mein alleiniges eigentum und ich will nicht daß er den schönsten und ehrenvollsten beruf einschlage das leben meines einzigen kindes soll nicht im krieg auf das spiel gesetzt werden ich war auch ein einziger sohn und bin soldat geworden arno hat keine geschwister soviel ich weiß und dein bruder otto ist gleichfalls einziger sohn und ich habe ihn doch in die militärakademie gegeben die tradition unserer familie fordert es daß der sprosse eines dotzki und einer althaus seine dienste dem vaterlande weihe das vaterlein wird ihn weniger brauchen als ich wenn alle mütter so dächten dann gäbe es keine paraden und revuen und keine männerwelle zum niederschießen kein kanonenfutter wie der bezeichnenden ausdruck heißt das wäre auch kein unglück mein vater machte ein sehr böses gesicht dann aber zuckte er die achseln ach ihr weiber sagte er verächtlich zum glück wird der junge nicht um deine erlaubnis fragen das soldatenblut fließt ihm in den adeln na und dein einziger sohn werde er ja nicht bleiben du musst wieder heiraten marter in deinem alter ist es nicht gut allein sein erzähl mir gibt es keinen unter deinen bewerbern der vor deinen augen gnade findet da ist zum beispiel der rittmeister olenski der sterblich in dich verliebt ist er hat mir neulich wieder vorgesäufzt der gefiel mir recht gut als schwiegersohn mir aber nicht als gatte da wäre noch der major millersdorf und wenn du mir den ganzen militärschematismus hersagst es ist vergebens um wieviel uhr findet dein dinner statt wann soll ich kommen fragte ich um abzubrechen um fünf aber komm um eine halbe stunde früher und jetzt adieu ich muss fort grüß mir den rudy zukünftigen oberbefehlsbarhaber der kk armee abschnitt 8 von die waffen nieder dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei eine feierliche steife einschläfernde geschichte so hatte mein vater sein bevorstehendes diner genannt und so würde ich die zeremonie auch aufgefasst haben wäre nicht der eine gast gewesen dessen nähe mich eigentümlich bewegte baron tilling war knapp vor dem speisen gekommen ich hatte daher als er mich im salon begrüßte nur zu einem ganz kurzen wortaustauschzeit gefunden und bei tisch wo ich zwischen zwei eisgrauen generälen saß war der baron so weit von mir entfernt daß ich ihn unmöglich in die an unserem tischende geführte unterhaltung ziehen konnte ich freute mich auf die rückkehr in den salon dort wollte ich tilling an meine seite rufen und ihn noch weiter ausforschen über jene schlachtszene ich sehnte mich danach noch einmal jenen ton zu hören der mich das erste mal so sympathisch berührt hatte doch zur ausführung dieses vorhabens bot sich mir anfänglich keine gelegenheit die beiden eisgrauen blieben mir auch nach tische treu und nahmen an meiner seite platz als ich im salon mich anschickte den schwarzen kaffee einzugießen dazu gesellten sich noch im halbkreis mein vater der minister dr bresser und auch tilling aber die sich entspinnende unterhaltung war eine allgemeine die übrigen gäste darunter sämtliche damen ließen sich in einer anderen ecke des salons nieder wo nicht geraucht wurde während in unserer ecke auch ich hatte mir eine zigarette angezündet das rauchen gestattet war ob es denn nicht bald wieder losgehen wird warf einer der generäle hin hm meinte der andere den nächsten krieg werden wir mit russland haben denke ich muss es denn immer einen nächsten krieg geben warf ich dazwischen aber niemand achtete darauf er mit italien versicherte mein vater wir müssen doch unsere lombardei zurückbekommen so einen einmarsch in mailand wie im jahre 49 mit vater radetzky an der spitze das wollte ich doch noch erleben es war an einem sonnigen vormittag ach die geschichte vom einmarsch in mailand kennen wir alle unterbrach ich auch die vom braven hupf auf ich schon und ich finde dieselbe sogar höchst widerwärtig was verstehst du davon lassen sie hören althaus wir kennen die geschichte nicht das ließ ich mein vater nicht zweimal sagen der hupf auf also vom regiment tiroler jäger selber ein tiroler hat ein famoses stückel aufgeführt er war der beste schütz den man sich denken kann bei allem scheibenschießen war er immer könig er traf fast jedes mal ins ziel was hat der mann getan als die mailänder revoltierten er erbat sich die erlaubnis mit vier kameraden auf das dach des domes zu steigen und von dort auf die rebellen herab zu schießen man hat sie ihm erlaubt und er hat's auch ausgeführt die vier anderen von welchen jeder einen stutzen trug taten weiter nichts als ohne unterlass ihre waffen laden und sie dem hupf aufreichen damit dieser keine zeit verliere und so hat er hintereinander neunzig italiener totgeschossen abscheulich rief ich jeder dieser totgeschossenen italiener auf die er eben aus sicherer höhe zielte hatte eine mutter und eine geliebte zu haus und hing wohl selber an seinem leben jeder war ein feindkind das ändert den ganzen standpunkt sehr richtig sagte dr bresser solange der begriff feindschaft unter den menschen sanktioniert wird solange können die gebote der menschlichkeit keine allgemeine geltung erlangen was sagen sie baron tilling fragte ich ich hätte dem manne einen orden gewünscht der ihm die tapfere brust geschmückt und eine kugel die ihm das harte herz durchschossen hätte beides wäre verdient gewesen ich warf dem sprecher einen warmen dankbaren blick zu die anderen aber mit ausnahme des doktors schienen von den eben gehörten worten unangenehm berührt es entstand eine kleine pause haben sie schon von dem buche eines englischen naturforschers namens darwin gehört exzellenz wandte sich jetzt der doktor an meinen vater nein nichts doch papa erinnere dich nur schon vor vier jahren als es eben erschienen war hat uns unser buchhändler das buch geschickt und du sagtest noch damals er werde bald von aller welt vergessen sein was mich betrifft so hab ich's auch vergessen alle welt hingegen wird dadurch ziemlich in aufregung versetzt sagte der doktor es wird allerorten für und gegen die neue abstammungslehre gestritten ach sie meinen wohl die affentheorie fragte der general zu meiner rechten davon war gestern im casino die rede die herrengelehrten kommen oft auf sonderbare einfälle der mensch soll ursprünglich ein orang-utan gewesen sein allerdings nickte der minister wenn minister allerdings sagte so war das ein zeichen daß er sich zu einer längeren rede den anlauf nahm die sache klingt etwas komisch doch kann dieselbe nicht als scherz aufgefaßt werden es ist eine nicht ohne talent und mit dem apparat fleißig gesammelter tatsachen aufgestellte wissenschaftliche theorie welche allerdings von den männern vom fach schon genügend widerlegt worden welche aber wie alle abenteuerlichen ideen so abgeschmackt dieselben auch seien einen gewissen effekt hervorgebracht hat und ihre verteidiger findet über darwin zu disputieren ist mode geworden es wird nicht lange dauern so kann man das wort darwinismus erfinden allerdings wird dann die so benannte theorie selber schon aufgehört haben ernst genommen zu werden es ist ein fehler daß die leute in bekämpfung dieses englischen sonderlings sich so erhitzen dadurch wird seiner lehre eine wichtigkeit beigelegt die ihr nicht zukommt namentlich ist es die geistlichkeit welche sich gegen die allerdings herabwürdigende zumutung zur wehr setzt dass der nach dem eben bilde gottes geschaffene mensch jetzt plötzlich als dem tierreich entstammend gedacht werden soll eine vom religiösen standpunkte aus allerdings höchst anstößige annahme jedoch ist bekanntermaßen die kirchliche verdammung einer unter dem gewand der wissenschaftlichkeit auftretenden lehre nicht imstande der verbreitung derselben einhalt zu tun dieselbe wird erst dann unschädlich wenn sie von den vertretern der wissenschaft ad absurdum geführt worden ist was gegenüber der darwinischen allerdings aber der unsinn unterbrach mein vater welcher fürchten mochte daß noch eine lange kette von allerdings seine übrigen gäste ermüden konnte der unsinn vom affen der mensch da genügt doch wohl der sogenannte gesunde menschenverstand um solche tollen einfälle abzuweisen da braucht man doch nicht erst gelehrte widerlegungen nun für gar so apodiktisch sicher möchte ich diese widerlegungen doch nicht halten nahm nun der doktor das wort es haben sich zwar zweifel erhoben aber die theorie hat doch manches wahrscheinliche für sich und es wird noch eine zeit brauchen bis die gelehrten einig werden ich glaub die herren werden nie einig bemerkte der general zu meiner linken welcher in baschem ton und im wiener dialekt zu sprechen pflegte die leben ja vom disputieren ich hab von der affengeschicht auch schon was gehört war mir aber zu dumm um aufzupassen wenn man sich immer um alles gschwätz kümmern sollt mit dem uns die sterngucker und graspflücker und froschhaxeluntersucher ein x für ein u vormachen wollen da müßt einem ja hören und sehen vergehen übrigens habe ich neulich in einer illustrierten zeitung dem darwin sein gsicht gsehn und das ist selber so affenmäßig daß ich fast glauben möcht sein großvater isse schimpanz gwesen diesem letzten den sprecher sehr befriedigenden witz ließ derselbe ein schallendes gelächter folgen in welches mein vater aus hausharrlicher zuvorkommenheit einstimmte gelächter ist allerdings auch eine waffe sprach der minister ernst beweist aber nichts dem darwinismus ich benütze schon das neue wort kann man doch auch ernsthafte auf wissenschaftlicher basis ruhende argumente siegreich entgegenstellen wenn man gegen einen schriftsteller ohne autorität namen wie liné cuvier agassi catrefarche anführen kann so muß dessen system zusammenstürzen andererseits läßt sich allerdings nicht leugnen daß zwischen mensch und affe eine große stammesähnlichkeit besteht und daß trotz dieser ähnlichkeit ist die kluft doch eine meilenweite unterbrach der sanfte general läßt sich ein affe denken der den telegraphen erfinden könnte die sprache allein erhebt den menschen so weit über das tier entschuldigen sie exzellenz sagte dr bresser sprache und technische erfindungen waren dem menschen nicht ursprünglich angeboren ein wilder wird auch heute noch keinen telegraphenapparat konstruieren das alles sind früchte langsamer vor vollkommenung und entwicklung ja ja lieber doktor versetzte der general ich weiß entwicklung ist das schlagwort der neuen theorie aber aus einem känguru entwickelt sich kein kamel und warum sieht man heutzutage keinen affen mensch werden jetzt wandte ich mich an baron tilling und was sagen sie haben sie von darwin gehört und zählen sie sich zu seinen anhängern oder gegnern gehört habe ich über diesen gegenstand schon vieles gräfin aber ich kann kein urteil abgeben denn das in frage stehende work the origin of species habe ich nicht gelesen ich muß gestehen sagte der doktor ich auch nicht gelesen habe ich es allerdings auch nicht gestand der minister ich auch nicht ich auch nicht ich auch nicht ich auch nicht kam es nun von den anderen aber fuhr der minister fort das thema wird so vielfach besprochen die schlagwörter des systems sind in aller mund kampf ums dasein natürliche zuchtwahl evolution usw daß man sich doch einen klaren begriff vom ganzen machen kann und sich resolut auf die seite der anhänger oder der gegner stellen zu welch erster kategorie allerdings nur umsturzliebende und effekthaschende heissporne gehören während die kaltblütigen nach positiven beweisen verlangenden streng kritischen leute unmöglich einen anderen als den von so bedeutenden fachgelehrten geteilten standpunkt der gegnerschaft einnehmen können ein standpunkt der allerdings nicht mit sicherheit zu behaupten ist wenn man denjenigen der anhängerschaft nicht kennt ergänzte tilling um zu wissen was die gegenargumente wird sind welche man so oft eine neue idee auftaucht um sich herum im chor vorbringen hört muss man in diese neue idee auch selber eingedrungen sein gewöhnlich sind es die schlechtesten und seichtesten gründe die mit solcher einstimmigkeit von den waffen wiederholt werden und auf diese hin fällt mir nicht ein ein irrteil zu stützen als die lehre des kopernikus auftauchte konnten nur diejenigen die sich bei mühe unterzogen die kopernikanischen berechnungen nachzurechnen einsehen dass dieselben richtig waren die anderen die ihr urteil nach den bannflüchen richteten welche von rom aus gegen das neue system geschleudert wurden in unserem jahrhundert werden wie ich schon früher bemerkte unterbrach der minister wissenschaftliche hypothesen wenn sie irrig sind nicht mehr vom standpunkte der orthodoxie sondern von demjenigen der wissenschaft abgefertigt nicht nur wenn sie irrig sind versetzte tilling auch wenn sie sich später bewahrheiten sollen werden neue hypothesen anfänglich immer von einer zopfpartei unter den gelehrten bestritten diese läßt auch heute nicht gern an ihren althergebrachten anschauungen und dogmen rütteln gerade so wie damals nicht nur die kirchenväter sondern ebenso die astronomen gegen kopernikus geeifert wollen's damit behaupten fiel der barsche general ein dass dem verrückten engländer seine affen idee so richtig ist wie dass die erd um die sonne herumlauft ich will gar nichts behaupten weil ich wie gesagt das buch nicht kenne doch nehme ich mir vor dasselbe zu lesen vielleicht aber auch nur vielleicht denn meine einschlagenden kenntnisse sind nur gering werde ich mir dann ein urteil bilden können bis dahin muss ich mich darauf beschränken meine meinung auf den umstand zu stützen das die theorie auf verbreiteten und leidenschaftlichen widerspruch stößt ein umstand welcher mir allerdings eher für als gegen deren richtigkeit zeugt du tapferer gerader heller geist apostrophierte ich in gedanken den sprecher gegen acht uhr brachen sämtliche gäste auf mein vater wollte sie noch alle zurückhalten und auch ich murmelte verbindlich ein paar gastliche phrasen wie doch wenigstens noch eine tasse tee aber vergebens jeder brachte eine entschuldigung vor der eine wurde im casino der andere in einer soiree erwartet eine der damen hatte ihren logentag in der oper und wollte den vierten akt der hugenotten hören die zweite erwartete noch gäste bei sich kurz man mußte sie und nicht so ungern als es den anschein hatte ziehen lassen tilling und dr bresser die sich gleichzeitig mit den andern erhoben hatten empfahlen sich zuletzt und was haben sie beide noch wichtiges vor fragte mein vater ich eigentlich nichts antwortete tilling lächelnd da aber sämtliche gäste sich entfernen wäre es unbescheiden dasselbe gilt von mir fiel der doktor ein nun dann lasse ich keinen von beiden fort ein paar minuten später hatten mein vater und der doktor am spieltisch platz genommen und vertieften sich in eine partie piqué während baron tilling sich an meine seite zum kamin setzte eine einschläfernde geschichte dieses diner nein wahrlich angenehmer und anregender hätte sich mir kein abend gestalten können flog es mir durch den sinn und laut eigentlich sollte ich ihnen vorwürfe machen baron tilling warum haben sie nach ihrem ersten besuch den weg in mein haus vergessen sie hatten mich nicht aufgefordert wiederzukommen ich teilte ihnen doch mit dass an sonnabenden ja ja zwischen zwei und vier das dürfen sie mir nicht zumuten gräfin aufrichtig ich kenne nichts schrecklicheres als diese offiziellen empfangstage in einen mit fremden leuten angefüllten salon eintreten sich vor der hausfrau verbeugen am äußersten ende eines halbkreises platz nehmen bemerkungen über das wetter austauschen hören und wenn man zufällig neben einen bekannten zu sitzen kam eine eigene bemerkung hinzufügen von der hausfrau über alle hindernisse weg mit einer frage ausgezeichnet zu werden die man eifrigst beantwortet hoffend dass ich nun mit derjenigen die man besuchen wollte ein gespräch entspinnen werde vergebens soeben tritt wieder ein anderer gast ein der begrüßt werden muss und der sich hierauf auf das nächste leere plätzchen des halbkreises niederlässt und in der meinung das thema sei noch nicht berührt worden eine neue bemerkung über das wetter in umlauf bringt dann nach zehn minuten wenn abermals besuchsverstärkung kommt womöglich eine mama mit vier heiratsfähigen töchtern für die nicht genug sessel mehr frei wären im verein mit einigen anderen aufstehen von der hausfrau sich empfehlen und gehen nein gräfin so etwas übersteigt meine ohnehin nur schwachen geselligen fähigkeiten sie scheinen überhaupt der gesellschaft sich fernzuhalten man sieht sie nirgends sie sind ein menschenfeind doch nein diese frage nehme ich zurück aus manchem was sie sagten habe ich heraus gehört dass sie alle menschen lieben die menschheit liebe ich aber alle menschen nein es gibt zu viele nichtswürdige bornierte selbstsüchtige kaltblütig grausame darunter die kann ich nicht lieben wenngleich ich sie bedauere dass ihnen erziehung und umstände nicht gestattet haben liebenswert zu sein umstände und erziehung der charakter hängt doch hauptsächlich von den angeborenen anlagen ab meinen sie nicht was sie angeborene anlagen nennen sind doch weiter nichts als auch umstände ererbte umstände dann sind sie der ansicht daß ein schlechter mensch an seiner schlechtigkeit unschuldig und darum nicht zu verabscheuen sei der nachsatz ist durch den vordersatz nicht bedingt unschuldig wohl aber dennoch zu verabscheuen sie sind an ihrer schönheit auch unschuldig und darum doch bewunderungswürdig baron tilling wir haben angefangen als zwei vernünftige leute ernste dinge zu sprechen verdiene ich da plötzlich als komplimentensüchtige salondame behandelt zu werden verzeihen sie mir so war es nicht gemeint ich habe nur das mir zunächst liegende argument gebraucht es entstand eine kleine pause tillingsblick hing mit einem bewundernden fast zärtlichen ausdruck an meinen augen die ich nicht senkte ich weiß wohl dass ich hätte wegschauen sollen aber ich tat es nicht ich fühlte meine wangen erglühen und wusste daß wenn er mich hübsch fand ich in diesem augenblick noch hübscher erscheinen mußte es war ein angenehmes bösgewissiges verworrenes gefühl und dauerte eine halbe minute länger durfte es nicht dauern ich hob den fächer vors gesicht und veränderte meine stellung dann in gleichgültigem tone sie haben vorhin dem minister allerdings eine vortreffliche antwort gegeben tilling schüttelte den kopf als ob er sich aus einem traum errisse ich vorhin ich erinnere mich nicht im gegenteil mir scheint dass ich ärgernis gegeben habe mit meiner bemerkung über den spring auf hops auf oder wie der brave schütze hieß hupf auf sie waren die einzige der ich zu dank gesprochen die exzellenzherrin hingegen habe ich mit meiner für einen kk oberstleutnant höchst unpassenden äußerung natürlich verletzt hartes herz von einem das so braves bestschießen auf den feind leistet lästerung soldaten sind doch bekanntlich je kaltblütiger sie töten desto gutmütigere es gibt keine sentimentalere rührfigur im melodramatischen repertoire als den schlachtenergrauten weichherzigen krieger keiner fliege könnte der stelzfüßige veteran etwas zu leide tun warum sind sie soldat geworden mit dieser so gestellten frage beweisen sie dass sie mir ins herz geschaut haben nicht ich nicht der 39 jährige tilling der drei feldzüge gesehen habe den beruf gewählt sondern der zehn oder zwölfjährige kleine fritzel der unter hölzernen streitrossen und bleiernen regimentern aufgewachsen und den sein vater der ordensgeschmückte general und sein onkel der mädchenerobernde leutnant aufmunternd fragten junge was willst du werden was sonst als wirklicher soldat mit einem wirklichen säbel und einem lebendigen pferd für meinen sohn rudolf wurde mir heute auch eine schachtel bleisoldaten gebracht ich werde sie ihm nicht geben doch warum als der fritzel zum friedrich sich entwickelt hatte warum haben sie dann nicht einen stand verlassen der ihnen verhasst geworden verhasst das ist zu viel gesagt ich hasse den zustand der dinge der uns menschen so grausige pflichten auferlegt wie das krieg führen da dieser zustand nun aber einmal da ist unvermeidlich da ist so kann ich die leute nicht hassen welche die daraus erwachsenen pflichten auf sich nehmen und gewissenhaft mit aufwand ihrer besten kräfte erfüllen wenn ich den militärdienst verließe würde darum weniger krieg geführt gewiss nicht es würde nur an meiner stelle ein anderes ein leben einsetzen das kann ich schon auch selber tun könnten sie ihren mitmenschen nicht in einem anderen stand mehr nutzen bringen ich wüsste nicht ich habe nichts anderes gründlich gelernt als die soldaterei man kann um sich herum immer gutes und nützliches wirken ich habe gelegenheit genug den leuten die unter mir dienen das leben zu erleichtern und was mich selber betrifft ich bin sozusagen auch ein mitmensch so genieße ich den respekt welchen die welt meinem stande entgegenbringt ich habe eine leidlich gute karriere gemacht bin bei den kameraden beliebt und freue mich dieser erfolge vermögen besitze ich keins als privatmann hätte ich weder die mittel anderen noch mir zu nutzen aus welchem grunde hätte ich da meine laufbahn aufgeben sollen weil ihnen das totschlagen widerstrebt wenn es gilt das eigene leben gegen einen anderen totschläger zu verteidigen so hört die persönliche tötungsverantwortung auf der krieg ist oft und ganz zutreffend ein massenmord benannt worden aber der einzelne fühlt sich nicht als mörder dass mir jedoch der kampf widerstrebt dass mir die jammerauftritte des schlachtfeldes schmerz und ekel einflößen das ist wahr ich leide dabei leide intensiv aber so muss auch mancher seemann während des stürmes von der seekrankheit leiden und dennoch wenn er ein halbwegs braver kerl ist hält er aus auf deck und wagt sich wenn es sein muss immer wieder hinaus ins meer ja wenn es sein muss muss der krieg denn sein das ist eine andere frage aber mitziehen muss der einzelne und das gibt ihm wenn auch nicht lust so doch kraft zu seiner amtserfüllung so sprachen wir noch eine zeitlang fort in leisem ton um die piquetspieler nicht zu stören und wohl auch um von ihnen nicht gehört zu werden denn unsere getauschten ansichten tilling schilderte noch einige schlachtenepisoden und seinen dabei empfundenen abscheu ich teilte ihm die von buckele aufgestellten betrachtungen über den mit steigender zivilisation abnehmenden kriegsgeist mit diese reden passten nicht für die ohren des generals althaus ich empfand dass es ein zeichen großen vertrauens von seiten tillings war mir über dieses thema so rückhaltslos sein inneres aufzudecken es war da ein strom von sympathie von einer seele zu anderen übergegangen ihr seid ja dort in sehr eifriges geflüster vertieft rief einmal beim karten mischen mein vater zu uns herüber was komplotiert ihr denn ich erzähle der gräfin feldzugsgeschichten so das ist sie schon von kindheit an gewohnt ich erzähle dergleichen auch zuweil sechs blatterdoktor und eine quartmajor wir nahmen unser geflüster wieder auf plötzlich während tilling sprach er hatte seinen blick wieder in den meinen gesenkt und aus seiner stimme klang so inniges vertrauen fiel mir die prinzessin ein es gab mir einen stich und ich wandte den kopf ab tilling unterbrach sich mitten in seinem satz was machen sie so ein böses gesicht gräfin fragte er erschrocken habe ich etwas gesagt das ihnen mißfallen nein nein es war nur ein peinlicher gedanke fahren sie fort ich weiß nicht mehr wovon ich sprach vertrauen sie mir lieber ihren peinlichen gedanken an ich habe ihnen die ganze zeit über so offen mein herz ausgeschüttet vergelten sie mir das es ist mir ganz unmöglich ihnen das mitzuteilen woran ich vorhin dachte unmöglich darf ich raten betraf es sie nein mich ich nickte etwas peinliches über mich was sie mir nicht sagen können ist es zerbrechen sie sich nicht den kopf ich verweigere jede weitere auskunft dabei stand ich auf und blickte nach der uhr schon halb zehn ich werde dir jetzt adieu sagen papa mein vater schaute von seinen karten auf gehst du noch in eine soiree nein nach hause ich bin gestern sehr spät zu bett gegangen und da bist du schläfrig tilling das ist kein kompliment für sie nein nein protestierte ich lächelnd den baron trifft keine schuld wir haben uns sehr lebhaft unterhalten ich verabschiedete mich von meinem vater und dem doktor tilling bat sich die erlaubnis aus mich bis zu meinem wagen zu geleiten er wars der mir im vorzimmer den mantel umhing und der mir über die treppe hinab den arm reichte beim hinuntergehen blieb er einen moment stehen und fragte mich ernsthaft nochmals gräfin habe ich sie etwa erzünd nein auf ehre dann bin ich beruhigt indem er mich in den wagen hob drückte er fest meine hand und führte sie an die lippen wann darf ich ihnen meine aufwartung machen an sonnabenden bin ich er verneigte sich und trat zurück ich wollte ihm noch etwas zurufen aber der bediente schloss den wagenschlag ich warf mich in die ecke zurück und hätte am liebsten geweint tränen des trotzes wie ein erbostes kind ich warf mich selber wütend wie konnte ich nur so kalt so unhöflich so beinahe grob mit einem menschen sein der mir so warme sympathie einflößte daran war diese prinzessin schuld wie ich die hasste was war das eifersucht jetzt blitzte mir das verständnis dessen auf was mich bewegte ich war in tilling verliebt verliebt liebt liebt rasselten die räder auf dem pflaster du liebst ihn leuchteten mir die vorüberfliegenden straßenlaternen zu du liebst ihn duftete es mir aus dem handschuh den ich an meine lippen führte an der stelle die er geküsst ende von abschnitt acht abschnitt neun von die waffen nieder dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von jesse die waffen nieder von berta von suttner abschnitt neun zweites buch friedenszeit teil vier tags darauf trug ich in die roten hefte folgende zeilen ein was mir gestern die wagenräder und die straßenlaternen sagten ist nicht wahr oder doch zumindest sehr übertrieben ein sympathischer zug zu einem edlen und gescheiten menschen ja aber leidenschaft nein ich werde doch mein herz nicht so hinschleudern an jemand der einer anderen gehört auch er empfindet sympathie für mich wir verstehen uns in vielen dingen vielleicht bin ich die einzige der er seine gedanken über den krieg mitteilt aber darum ist er noch lange nicht verliebt in mich und ebenso wenig darf ich es in ihn sein daß ich ihn nicht aufforderte mich an einem anderen tage als an den ihm so verhaßten empfangstagen zu besuchen mochte wohl nach dem vorausgegangenen vertrauensvollen gedankenaustausch etwas unfreundlich geschienen haben aber es ist vielleicht besser so wenn nur erst ein paar wochen über die geistigen eindrücke die mich so tief erschüttert haben verstrichen sind dann werde ich tilling wieder ganz ruhig begegnen können mit der idee vertraut dass er eine andere liebt und mich harmlos an seinem freundschaftlichen und geistanregenden umgang erlauben denn es ist wahrhaft ein vergnügen mit ihm zu verkehren er ist so anders so ganz anders als alle anderen ich bin wirklich froh dass ich das heute so gelassen konstatieren kann gestern musste ich einen augenblick schon fürchten dass es um meine ruhe geschehen sei und dass ich die beute quälende eifersucht würde heute ist diese furcht verflogen am selben tage besuchte ich meine freundin lori griesbach dieselbe bei der ich den tod meines armen arno erfahren sie war unter den jungen frauen meiner bekanntschaft diejenige mit welcher ich am meisten und am intimsten verkehrte nicht daß wir in vielen hinsichten übereinstimmten oder daß wir uns gegenseitig vollkommen verstanden wie dies doch die grundlage echter freundschaft sein soll aber wir waren als kinder gespielinnen als jung verheiratete frauen stellungsgenossinnen gewesen hatten damals fast täglich verkehrt und so war eine gewisse gewohnheitsvertraulichkeit zwischen uns entstanden welche trotz so mancher grundverschiedenheit unserer wesen unseren gegenseitigen umgang zu einem recht angenehmen und gemütlichen gestaltete es war ein gewisses eng begrenztes gebiet auf dem wir uns begegneten aber auf dem anderen waren wir einander aufrichtig gut ganze seiten meines seelenlebens blieben ihr ganz verschlossen von den an und einsichten zu welchen ich in meiner stillen studierzeit gelangt war hatte ich ihr nie ein wort mitgeteilt und fühlte auch kein bedürfnis dazu wie selten kann man sich einem menschen ganz geben das habe ich recht oft im leben erfahren daß ich dem einen nur diese dem anderen nur jene seite meiner geistigen persönlichkeit erschließen konnte das so oft ich mit diesem oder jenem verkehrte sozusagen ein gewisses register sich aufzog die ganze übrige klaviatur aber stumm blieb zwischen lori und mir gab es der gegenstände genug die uns zu stundenlangem plaudern stoff boten unsere kindheitserinnerungen unsere kleinen die ereignisse und vorkommnisse unseres gesellschaftskreises toilette englische romane und dergleichen mehr loris knabe xaver war im alter meines sohnes rudolf und dessen liebster spielkamerad und loris töchterchen beatrix damals zehn monate alt wurde scherzweise von uns bestimmt einst gräfin rudolf dotzky zu werden sieht man dich endlich wieder empfing mich lori du bist ja in letzter zeit ganz einsiedlerin geworden auch meinen künftigen schwiegersohn habe ich schon lange nicht die ehre gehabt bei mir zu sehen beatrix wird das sehr übel nehmen jetzt erzähle kind was treibst du und wie geht es rosa und lilly für lilly habe ich übrigens eine interessante nachricht die mir mein mann gestern aus dem kaffeehaus mitgebracht es ist einer sehr verliebt in sie einer von dem ich glaubte er machte dir die kur doch das erzähle ich später was du da für ein hübsches kleid hast von der franzine nicht wahr das habe ich gleich erkannt sie hat doch ein eigentümliches cachet und der hut von andro steht dir allerliebst er macht jetzt auch kostüme nicht nur hüte auch mit ungeheurem geschmack gestern abend bei dirichstein warum bist du nicht gekommen hatte die nini schotek eine androsche toilette an und sah beinahe hübsch aus so ging es eine zeitlang fort und ich antwortete im selben tone nachdem ich das gespräch geschickt auf die in der welt kussierenden klatschereien gelenkt stellte ich in möglichst unbefangener weise die frage hast du auch gehört dass prinzessin ein verhältnis mit mit einem gewissen baron tilling haben soll ich habe so etwas gehört aber jedenfalls ist das de l'histoire ancienne heute ist es eine allbekannte sache daß die prinzessin für einen burgsschauspieler schwärmt interessierst du dich etwa für diesen baron tilling du wirst rot da hilft kein verneinendes kopfschütteln beichte lieber es ist ohne dies unerhört dass du so lang kalt und gefühllos bleibst es wäre mir eine wahre genugtuung dich einmal verliebt zu wissen freilich eine partie für dich wäre tilling nicht da hast du glänzendere bewerber es soll gar nichts haben nun du bist selber reich genug aber er ist auch zu alt für dich wie alt wäre jetzt der arme arno das war doch gar zu traurig damals den augenblick werde ich nie vergessen da du mir meines bruders brief vorgelesen ja es ist doch eine schlimme einrichtung der krieg für manche für andere ist er eine wunderschöne einrichtung mein mann wünscht sich nichts sehnlicher als dass es bald wieder zu etwas käme er möchte sich so gern auszeichnen ich begreife dies wenn ich ein soldat wäre würde ich mir auch wünschen eine großtat machen zu können oder doch in der karriere vorwärts zu kommen oder verkrüppelt oder totgeschossen zu werden daran dächt ich nie daran soll man nicht denken und es trifft ja doch nur die denen es bestimmt ist so war es deine bestimmung hat eine junge witwe zu werden darum musste der krieg mit italien ausbrechen und wenn es meine bestimmung ist die frau eines verhältnismäßig jungen generals zu sein so muss es nächstens zu einem völkerkonflikt kommen damit griesbach schnell avancieren könne du zeichnest der weltordnung einen sehr einfachen lauf vor was wolltest du mir mit bezug auf lili erzählen daß euer vetter konrad für sie schwärmt ich vermute er wird nächstens um sie anhalten das bezweifle ich konrad althaus ist ein viel zu flatterhafter und toller bursch um ans heiraten zu denken ach toll und flatterhaft sind sie ja alle und heiraten doch wenn sie sich vernarren glaubst du dass er der lili gefällt ich habe nichts bemerkt es wäre eine sehr gute partie wenn sein onkel drontheim stirbt so erbt er die herrschaft selawetz apropos drontheim weißt du dass der ferdi drontheim derselbe der sein vermögen mit der tänzerin grill durchgebracht hat jetzt eine reiche bankiers tochter heiraten soll nun empfangen wird sie doch niemand kommst du heute abend zur englischen botschaft wieder nicht eigentlich hast du recht in diesen gesandtschaftsraous fühlt man sich doch nicht so ganz unter sich es sind so viele fremdartige leute dabei von denen man nicht sicher weiß ob sie com ilfo sind jeder durchreisende engländer der sich bei seinem gesandten vorstellen läßt wird da eingeladen wenn es auch ein bürgerlicher gutsbesitzer oder gar industrieller oder so etwas ist ich habe die engländer nur in der tauchnitz edition gern hast du jane eyre schon ausgelesen nicht wahr wunderhübsch wenn beatrix zu sprechen anfängt werde ich ihr eine englische bonn nehmen mit der französin des xaver bin ich gar nicht zufrieden neulich bin ich ihr auf der straße begegnet wie sie den kleinen ausführte und ein junger mann anscheinend ein commis ging nebenher in angelegentlichstem gespräch mit ihr plötzlich stand ich vor ihnen die verlegenheit hättest du sehen sollen überhaupt mit den leuten hat man sein kreuz da ist meine jungfer die hat mir gekündigt weil sie heiratet jetzt wo ich sie gewohnt war es ist nichts unausstehlicher als neue gesichter zum bedienen was du willst schon fort ja liebes herz ich muss noch einige unaufschiebbare besuche machen und ich ließ mich nicht bewegen auch nur noch fünf minuten zu bleiben obwohl die unaufschiebbaren besuche erlogen waren sonst hatte ich es doch stundenlang ausgehalten solch inhaltloses geplapper anzuhören und mitzuplappern aber an diesem tage widerte es mich an eine sehnsucht ergriff mich ach nur wieder so ein gespräch wie gestern abend ach tilling friedrich tilling die wagenräder hatten also doch recht mit ihrem refrain es war eine wandlung mit mir geschehen ich war in eine andere gefühlswelt hinaufgehoben diese kleinlichen interessen in welche meine freundin so ganz vertieft war toiletten bonnen heirats und erbschaftsgeschichten aus der gesellschaft das war doch gar zu nichtig zu erbärmlich zu ersticken hinaus 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 in eine andere lebensluft und tilling war ja frei die prinzessin schwärmt für einen burgschauspieler die hat er wohl nie geliebt ein vorübergehendes ein vorübergegangenes abenteuer weiter nichts es verstrichen mehrere tage ohne daß ich tilling wieder sah jeden abend ging ich ins theater und von da in eine soiree in der hoffenden erwartung ihm zu begegnen aber vergebens mein empfangstag brachte mir viele besucher aber natürlich nicht den seinen den hatte ich auch nicht erwartet es sah ihm nicht ähnlich nach seinem bestimmten gräfin das dürfen sie mir nicht zumuten und seinem am wagen schlag gesagten ich verstehe also gar nicht sich dennoch an einem solchen tage bei mir einzufinden ich hatte ihn an jenem abend gekränkt das war gewiss und er vermied es mit mir zusammen zu kommen das war offenbar allein was konnte ich tun ich brannte danach ihn wieder zu sehen meine damalige unfreundlichkeit wieder gut zu machen und eine neue solche plauderstunde zu erleben wie jene in meines vaters haus eine plauderstunde deren reiz mir jetzt noch hundertfach erhöht worden wäre durch das mir nunmehr klar gewordene bewusstsein meiner liebe in ermangelung tillings brachte mir der nächst folgende sonnabend doch wenigstens tillings cousine dieselbe auf deren ball ich ihn kennengelernt als sie eintrat fing mir das herz zu pochen an jetzt konnte ich doch wenigstens etwas von demjenigen erfahren der meine gedanken so beschäftigte ich brachte es jedoch nicht über mich eine diesbezügliche frage zu stellen ich fühlte dass ich nicht imstande wäre den gewissen namen auszusprechen ohne verräterisch zu erglühen und so unterhielt ich meine besucherin von hundert verschiedenen dingen unter anderem auch vom wetter aber nur nicht von dem was ich auf dem herzen hatte ah martha sagte jene unvermittelt ich habe eine post an sie zu bestellen mein vetter friedrich lässt sie grüßen er ist vorgestern abgereist ich fühlte dass mir das blut aus den wangen wiech abgereist wohin wurde sein regiment versetzt nein er hat nur einen kurzen urlaub genommen um nach berlin zu eilen wo seine mutter auf dem sterbebette liegt der arme erdauert mich denn ich weiß wie er seine mutter vergöttert nach zwei tagen erhielt ich einen brief von unbekannter hand mit dem poststempel berlin noch ehe ich nach der unterschrift geschaut wußte ich daß das schreiben von tilling kam es lautete berlin friedrichstraße 8 30 märz 1863 ein uhr nachts teure gräfin ich muss jemandem klagen warum gerade ihn habe ich ein recht dazu nein aber den unwiderstehlichen drang sie werden mir nachfühlen ich weiß es hätten sie die sterbende gekannt sie würden sie geliebt haben dieses weiche herz dieser helle verstand diese heitere laune diese hoheit und würde und das alles soll jetzt ins grab keine hoffnung ich habe den ganzen tag an ihrem lager verbracht und werde auch die nacht über hier bleiben ihre letzte nacht sie hat viel gelitten die arme jetzt ist sie ruhig die kräfte schwinden der pulsschlag hat beinah schon aufgehört außer mir wachen noch ihre schwester und ein arzt im krankenzimmer ach diese schreckliche zerreißung der tod man weiß doch dass er alle fällen muss und doch kann man's nie recht fassen dass er auch unsere lieben hinraffen darf was mir diese mutter war das vermag ich nicht zu sagen sie weiß dass sie stirbt als ich ankam heute morgen empfing sie mich mit einem freudenschrei also doch seh ich dich noch einmal mein fritz ich fürchtete so du kämst zu spät du wirst ja wieder gesund werden mutter rief ich nein nein davon ist keine rede mein alter bub nimm diesem unserem letzten beisammensein nicht die weihe durch die üblichen krankenbettvertröstungen sagen wir uns lebewohl ich fiel schluchzend an der bettseite in die knie du weinst fritz schau ich sage dir auch nicht das üble weine nicht es ist mir lieb dass dir der abschied von deiner besten alten freundin leid tut das birgt mir dass ich lange unvergessen bleibe solange ich lebe mutter erinnere dich dabei dass ich viel freude an dir gehabt außer der sorge die mir deine kinderkrankheiten bereitet und dem bangen während du im kriege warst hast du nur glückliche gefühle verursacht und hast mir alles tragen helfen was das schicksal mir trübes auferlegt ich segne dich dafür mein kind jetzt kam wieder ein anfall ihrer schmerzen über sie wie sie jammerte und stöhnte wie ihre züge sich verzerrten es war herzzerreißend ja es ist ein fürchterlicher grimmer feind der tod und der anblick dieser agonie rief mir alle agonien ins gedächtnis welche ich auf den schlachtfeldern und in den lazaretten gesehen wenn ich denke dass wir menschen bisweilen willkürlich frohgemut einander dem tod entgegen hetzen dass wir der vollkräftigen jugend zumuten diesem feind sich willig zu ergeben gegen den das müde und gebrechliche alter sogar noch verzweifelt ringt es ist niederträchtig diese nacht ist schaurig lang wenn die arme kranke nur schlief aber sie liegt mit offenen augen da ich verbringe immer halbe stunden lang regungslos an ihrem lager dann schleiche ich mich zu diesem briefbogen um ein paar worte zu schreiben dann wieder zurück zu ihr so ist es schon vier uhr geworden ich habe eben die vier schläge von allen glockentürmen hallen gehört es mutet einem so kalt so teilnahmslos an dass die zeit stetig unbeirrt durch alle ewigkeit fortschreitet während eben für ein heiß geliebtes wesen die zeit aufhören soll für alle ewigkeit aber je kälter je teilnahmsloser das all sich zu unserm schmerz verhält desto sehnsüchtiger flüchten wir an ein andres menschenherz von dem wir glauben dass es mitfühlend schlägt darum hat mich das weiße papierblatt das der arzt beim rezept schreiben auf dem tische liegen ließ herangelockt und darum schicke ich das blatt an sie sieben uhr es ist vorbei lebe wohl mein alter bug das waren ihre letzten worte darauf schloss sie die augen und schlief ein schlaf wohl meine alte mutter weinend küßt ihre lieben hände ihr zu tode betrübter friedrich tilling diesen brief besitze ich noch wie zerknittert und verblasst sieht das blatt nicht aus nicht nur die verflossenen fünfundzwanzig jahre haben diese verwitterung verursacht sondern auch die tränen und küsse mit welchen ich damals die lieben schriftzüge bedeckte zu tode betrübt ja aber auch himmelhoch jauchzend war mir zumute nachdem ich gelesen deutlicher obwohl kein wort von liebe darin stand konnte kein brief den beweis erbringen dass der schreiber die empfängerin und keine andere liebte dass er in solcher stunde am sterbelager der mutter sein leid nicht am herzen der prinzessin auszuweinen sich sehnte sondern an dem meinen das mußte doch jeden eifersüchtigen zweifel ersticken ich überschickte am selben tage einen toten kranz aus hundert großen weißen kamelien mit einer halb erblühten roten rose drin ob er wohl verstehen würde daß die blassen duftlosen blumen der dahingeschiedenen galten als symbole der trauer und das glutfarbige röschen ihm ende von abschnitt 9 abschnitt 10 von die waffen nieder dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von jesse die waffen nieder von berta von suttner abschnitt 10 zweites buch friedenszeit teil 5 drei wochen waren vergangen konrad althaus hatte um meine schwester lilly angehalten und einen korb bekommen er nahm jedoch die sache nicht tragisch und blieb wie zuvor ein eifriger besucher unseres hauses und umschwärmte uns in den salons der gesellschaft ich drückte ihm einmal meine verwunderung über seine unerschütterte vasallentreue aus es freut mich sehr sagte ich daß du nicht zirnst aber es beweist mir daß dein gefühl für lilly doch kein so heftiges war wie du vorgibst denn verschmähte liebe pflegt boshaft und nachträglich zu sein du ist verehrteste frau cousine ich habe die lilly rasend gern zuerst glaubte ich mein herz gehöre dir du hast dich aber so zurückhaltend kalt erwiesen dass ich noch rechtzeitig die keimende leidenschaft erstickte dann habe ich mich eine zeitlang für rosa interessiert schließlich aber hat sich meine neigung bei lilly fixiert und dieser neigung werde ich jetzt treu bleiben bis an mein lebensende sieht dir ganz ähnlich lilly oder keine da sie dich aber nicht will mein armer konrad glaubst du ich wäre der erste der einen korb bekommen der sich bei derselben einen zweiten und dritten geholt und beim vierten antrag angenommen wurde schon um der zudringlichkeit ein ende zu machen lilly hat sich nicht verliebt in mich eine nicht ganz erklärliche aber immerhin eine tatsache dass sie unter so bewandten umständen der für so viele mädchen unwiderstehlichen verlockung frau zu werden widerstanden hat und auf einen vom weltlichen standpunkt annehmbaren antrag nicht eingegangen ist das gefällt mir eigentlich sehr gut von ihr und ich bin noch verliebter als zuvor nach und nach wird meine anhänglichkeit sie rühren und gegenliebe erwecken dann sollst du noch meine schwägerin werden liebste martha hoffentlich wirst du mir nicht entgegenwirken ich oh nein im gegenteil mir gefällt dein verharrungssystem so sollte immer um uns geworben werden mit zeit und zärtlichkeitsaufwand was die engländer to woo and to win nennen aber minnen und gewinnen dazu geben sich unsere jungen herren wahrlich nicht die mühe sie wollen ihr glück nicht erst erringen sondern es mühelos pflücken wie eine blume am wegesrand tilling war seit vierzehn tagen nach wien zurückgekehrt so hatte ich erfahren doch kam er nicht zu mir in den salons konnte ich natürlich kaum erwarten ihm zu begegnen da ihn seine trauer von allem gesellschaftlichen umgang fernhielt doch hatte ich gehofft dass er zu mir kommen oder wenigstens mir schreiben würde es verging aber ein tag um den anderen ohne mir den erwarteten besuch oder brief zu bringen ich begreife nicht was du hast martha so sprach mich eines morgens tante marie an du bist seit einiger zeit so verstimmt so zerstreut so ich weiß nicht wie du hast sehr sehr unrecht dass du keinem deiner bewerber gehör schenkst dieses allein sein das habe ich zu allem anfang gesagt taugt nicht für dich die folge davon ist dieser spleen der dich jetzt auszeichnet hast du schon deine österliche andacht verrichtet das würde dir auch gut tun ich denke beides heiraten und beichten sollte aus liebe zur sache getan werden und nicht als spleen kur von meinen bewerbern gefällt mir keiner und was das beichten betrifft so ist es höchste zeit morgen ist gründonnerstag hast du billetts zur fußwaschung ja papa hat mir welche verschafft aber ich weiß wirklich nicht ob ich gehen werde oh das musst du es gibt nichts schöneres und erhebenderes als diese zeremonie der triumph der christlichen demut kaiser und kaiserin auf dem boden rutschend um die füße armer pfründner und fründnerinnen zu waschen symbolisiert das nicht so recht wie klein und nichtig die irdische majestät vor der göttlichen ist um durch niederknien demut sinnbildlich darzustellen muß man sich eben sehr erhaben fühlen es drückt aus was gotts sohn im verhältnis zu den aposteln das bin ich kaiser zu den pfründnern mir kommt dieses grundmotiv der zeremonie nicht gerade demütig vor du hast kuriose ansichten martha in den drei jahren die du in ländlicher einsamkeit und mit lesen schlechter bücher zugebracht hast sind deine ideen so verschroben geworden schlechte bücher ja schlecht ich halte das wort aufrecht neulich als ich in meiner unschuld zum erzbischof von einem buch sprach das ich auf deinem tisch gesehen und das ich dem titel nach für ein andachtsbuch hielt das leben jesu von einem gewissen strauß da schlug er die hände über dem kopf zusammen und rief barmherziger himmel wie kommen sie zu so einem ruchlosen werk ich wurde ganz feuerrot und versicherte daß ich das buch nicht selber gelesen sondern nur bei einer verwandten gesehen dann fordern sie diese verwandte bei ihrer seligkeit auf diese schrift ins feuer zu werfen das tue ich hiermit martha wirst du dies buch verbrennen wären wir um zwei oder dreihundert jahre jünger so könnten wir zusehen wie nicht nur das werk sondern auch der autor in flammen aufginge das wäre wirksamer momentan wirksamer auch nicht für lang du antwortest mir nicht wirst du das buch verbrennen nein so kurzweg nein wozu lange reden wir verstehen einander in dieser richtung doch nicht mein liebstes tantchen lass dir lieber erzählen was gestern der kleine rudolf und damit war das gespräch glücklich auf ein anderes sehr ergiebiges thema gelenkt wo es zu keiner meinungsverschiedenheit zwischen uns kam denn über die tatsache daß rudolf dotzki das herzigste originellste für sein alter vorgeschrittenste kind der welt ist darüber waren wir beide einig am folgenden tag entschloss ich mich doch der fußwaschung beizuwohnen etwas nach zehn uhr schwarz gekleidet wie es sich für die karwoche ziemt begaben wir uns meine schwester rosa und ich in den großen zeremoniensaal der bürg daselbst waren auf einer estrade plätze für die mitglieder der aristokratie und des diplomatischen korps vorbehalten man war da also wieder unter sich und teilte rechts und links grüße aus auch die galerie war dicht gefüllt gleichfalls bevorzugte welche eintrittskarten erlangt hatten aber doch etwas gemischt nicht zur crème gehörig wie wir da unten auf unserer estrade kurz die alte kastenabsonderung und bevorrechtung anläßlich dieser feier der symbolisierten demut ich weiß nicht ob den anderen irgendwie religiös weihevoll zumute war aber ich erwartete das kommende mit ganz derselben empfindung mit welcher man im theater einem angekündigten spektakelstück entgegensieht ebenso gespannt wie man da nachdem die grüße von loge zu loge getauscht den aufzurollenden vorhang ansieht schaute ich nach der richtung wo die chöre und solisten des bevorstehenden schaugedränges erscheinen sollten die dekoration war schon aufgestellt nämlich die lange tafel an welcher die zwölf greise und zwölf greisinnen platz zu nehmen hatten ich war doch froh gekommen zu sein denn ich fühlte mich gespannt was immerhin eine angenehme empfindung ist und eine empfindung welche momentan von kummervollen gedanken befreit mein steter kummer war der warum lässt sich tilling nicht sehen jetzt hatte mich diese fixe idee verlassen was ich zu sehen erwartete und wünschte waren die kaiserlichen und pründnerischen mitwirkenden der angesetzten feier und gerade in diesem augenblicke wo ich seiner nicht dachte fielen meine augen auf tilling soeben nach beendeter messe waren die hofwürdenträger in den saal getreten gefolgt von der generalität und dem offizierkorps ich ließ meinen blick gleichgültig über alle diese uniformierten gestalten schweifen dieselben waren ja nicht die träger der hauptrollen sondern nur zum ausfüllen der bühne bestimmt da plötzlich erkannte ich tilling der gerade unserer tribüne gegenüber aufstellung genommen hatte es durchzuckte mich wie ein elektrischer schlag er sah nicht in unsere richtung seine mine trug die spur des in den letzten wochen durchgemachten leides es lag ein tief trauriger ausdruck in seinen zügen wie gern hätte ich durch einen stummen innigen händedruck mein mitgefühl ihm ausgedrückt ich ließ meinen blick hartnäckig auf ihn geheftet hoffend daß dies durch eine magnetische gewalt ihn zwingen würde auch zu mir aufzuschauen aber vergebens sie kommen sie kommen rief rosa mich anstoßend so sieh doch hin wie schön wie ein gemälde es waren die greise und greisinnen angetan in altdeutsche tracht welche jetzt hereingeleitet wurden die jüngste von den frauen so hatten die zeitungen berichtet war 88 der jüngste von den männern 85 jahre alt runzlig zahnlos gebückt ich konnte rosas ach wie schön wahrlich nicht bestätigt finden was ihr gefiel war jedenfalls die verkleidung diese stimmte eigentlich auch vortrefflich zu der ganzen von mittelalterlichem geist durchwehten zeremonie die anachronismen hier waren wir in unseren modernen kleidern und mit unseren modernen begriffen wir passten nicht in dies gemälde nachdem die vierundzwanzig alten ihre sitze an der tafel eingenommen hatten trat eine anzahl goldgestickter und ordengeschmückter zumeist ältlicher herren in den saal die geheimen räte und kammerherren viele bekannte gesichter auch minister allerdings befand sich darunter zuletzt folgten die geistlichen welche bei der feierlichen handlung fungieren sollten jetzt also war der einmarsch der statisten vorüber und die erwartung des publikums auf das höchste gespannt meine augen waren jedoch nicht so starr wie diejenigen der übrigen zuschauer nach jener richtung geheftet wo der hof erscheinen sollte sondern kehrten immer zu tilling zurück dieser hatte mich nunmehr gesehen und erkannt er grüßte wieder legte sich rosas hand auf meinen arm martha ist dir unwohl du bist plötzlich blass und rot geworden schau jetzt jetzt in der tat der kapell will sagen der oberzeremonienmeister holte seinen stab und gab das zeichen dass das kaiser paar nahe dies versprach nun allerdings einen lohnenden anblick denn abgesehen davon dass es das höchste war war es sicherlich eins der schönsten paare im lande mit kaiser und kaiserin zugleich waren auch mehrere erzherzöge und erzherzoginnen hereingekommen und jetzt konnte die feier beginnen truchsessen und edelknaben trugen die gefüllten schüsseln herbei und der monarch und die monarchin stellten dieselben vor die sitzenden alten hin das war wieder mehr gemälde als je die geräte und die speisen und die art der pagen dieselben zu tragen erinnerte an verschiedene berühmte bilder von festgelagen im renaissance stil kaum aber waren die gerichte aufgestellt so wurde die tafel wieder abgeräumt eine arbeit welche gleichfalls als zeichen der demut die erzherzöge verrichteten hier nach ward die tafel hinausgetragen die eigentliche effektszene des stückes was die franzosen le clou de la pièce nennen die fußwaschung begann freilich nur eine scheinwaschung wie das mal nur ein scheinmal gewesen auf dem boden kniend streifte der kaiser mit einem tuch über die füße der greise hinweg nachdem der ihm assistierende priester aus einer kanne scheinbar wasser darüber gegossen und so rutschte er vom ersten bis zum zwölften fründner während die kaiserin die man sonst nur so majestätisch hoch aufgerichtet zu sehen bekommt in derselben demütigen stellung in welcher sie ihre gewohnte anmut übrigens nicht verliert die gleiche prozedur an den zwölf fründnerinnen vornahm die begleitende musik oder wenn man will den erklärenden chor bildete das gleichzeitig vom hofburgpfarrer vorgelesene evangelium des tages gern hätte ich auf einige augenblicke mitempfinden mögen was in dem geiste dieser alten vorging während sie so dasaßen in der seltsamen tracht von einer glänzenden menge angegafft den landesvater die landesmutter ihre majestäten zu ihren füßen wahrscheinlich wäre es gar keine klare empfindung gewesen die ich danach gefühlt hätte wenn mir der gewünschte momentane bewusstseinstausch gewährt worden wäre sondern ein verwirrter geblendeter halbtraum ein zugleich frohes und peinliches verlegenes und feierliches gefühl ein vollständiges stillstehen der gedanken in den ohnehin unwissenden und altersschwachen armen köpfen das einzige wirkliche und faßbare an der sache mochte den guten alten nur die aussicht auf das rotseidene beutelchen mit den dreißig silberstücken sein welches jedem von allerhöchster hand umgehängt ward und auf den korb voll speisen welche man ihnen auf die heimfahrt mitgibt die ganze zeremonie war schnell zu ende und gleich darauf leerte sich der saal zuerst zog sich der hof zurück hierauf entfanden sich alle anderen mitbeteiligten und zugleich auch das publikum von estrade und galerie schön wars schön wars flüsterte rosa mit einem tiefen atemzug ich antwortete nichts eigentlich hatte ich keine ursache die verwirrung und gedankenarmut der festkreise zu bemitleiden war mir doch selber das verständnis der eben stattgehabten feier ein ziemlich verschwommenes und hatte ich nur noch den einen gedanken im sinn wird er uns am ausgang erwarten doch wir gelangten nicht so schnell zum ausgang als ich gewollt hätte zuerst hieß es doch mit fast sämtlichen estrade zuschauern welche gleichzeitig mit uns ihre plätze verließen hände schütteln und ein paar phrasen tauschen man blieb da im stiegenhause in einer großen gruppe stehen und es gab einen förmlichen morgenrauhl grüß dich toni bonjour martha ach sie auch da gräfin bist du für den ostersonntag schon vergeben guten tag durchlaucht vergessen sie nicht daß wir sie morgen abend zu einer kleinen tanzerei erwarten warst du gestern bei den dominikanern in der predigt nein ich war im sacré coeur wo meine töchter ein retrait machen die nächste probe zu unserer wohltätigkeitsvorstellung ist dienstag um zwölf uhr lieber baron seien sie ja pünktlich die kaiserin hat wieder super ausgesehen hast du bemerkt lori wie der erzherzog ludwig victor immer zu der götter fanny herüberschielte madame j'ai l'honneur de vous présenter mes hommages ah c'est vous marquis charmet i wish you good morning lord chesterfield oh how are you awfully fine woman your empress haben sie schon eine loge gesichtet für die vorstellung der adelina putty ein ganz wunderbarer aufgehender stern die nachricht von der verlobung des ferdi drontheim mit der bankiers tochter soll sich also doch bestätigen es ist ein skandal und so schwirrte es hin und her ein unbefangener horcher hätte diesen gesprächen wohl kaum angemerkt daß sie der nachstimmung einer eben verrichteten demutsandacht entsprangen endlich traten wir vor das tor hinaus wo unsere wagen warteten und eine menge volk versammelt war diese leute wollten wenigstens diejenigen sehen welche so glücklich waren den allerhöchsten hof gesehen zu haben sie konnten dann ihrerseits als diejenigen welche die gesehen habenden gesehen hatten wieder minder bevorzugte sich sehen lassen kaum waren wir hinausgetreten so stand tilling vor mir er verneigte sich ich muss ihnen noch danken gräfin dotzki für den herrlichen kranz ich reichte ihm die hand aber konnte kein wort sprechen unser wagen war vorgefahren wir mussten einsteigen und rosa drängte auch vorwärts tilling führte die hand an die mütze und wollte zurücktreten da machte ich eine heftige anstrengung und sagte mit einer stimme die mir selber ganz fremd klang sonntag zwischen zwei und drei werde ich zu hause sein er verneigte sich stumm und wir stiegen ein du musst dich erkältet haben martha bemerkte meine schwester als wir davon fuhren deine aufforderung klang furchtbar heißer und warum hast du mir diesen schwermütigen stabsoffizier nicht vorgestellt ich habe noch selten ein weniger aufheiterndes gesicht gesehen abschnitt 11 von die waffen nieder dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei am bestimmten tage und zur bestimmten stunde ließ sich tilling bei mir anmelden vorher hatte ich in die roten hefte folgende eintragung gemacht ich ahne daß der heutige tag über mein schicksal entscheiden wird mir ist so feierlich und bang so süß erwartungsvoll zumute diese stimmung muß ich in diesen blättern fixieren damit wenn ich einst nach langen jahren darin blättere ich mir recht lebhaft die stunde ins gedächtnis zurückrufen könne welcher ich jetzt so bewegt entgegensehe vielleicht kommt es ganz anders als ich denke vielleicht auch genau so jedenfalls wird es mich einst interessieren zu sehen wie weit voraussicht und wirklichkeit sich deckten der erwartete liebt mich das bewies mir sein am sterbelager der mutter geschriebener brief er ist wieder geliebt das muß ihm das röslein im totenkranz verraten haben und nun kommen wir zusammen ohne zeugen im innersten bewegt er trostbedürftig ich vom wunsche zu trösten durchdrungen ich glaube es wird gar nicht viel worte geben tränen in unser beiden augen zittern vereinte hände und wir werden uns verstanden haben zwei liebende zwei glückliche menschen ernsthaft weihevoll leidenschaftlich andächtig glücklich während in der gesellschaft die sache gleichgültig und trocken etwa so verkündet wird wissen sie schon die marta dotzky hat sich mit tilling verlobt eine miserable partie es ist zwei uhr und fünf minuten jetzt kann er jeden augenblick eintreten die glocke dieses herz klopfen dieses zittern ich fühle dass so weit war ich gekommen die letzte zeile ist mit beinahe unleserlichen buchstaben gekritzelt ein zeichen dass dieses herz klopfen dieses zittern keine bloße rhetorische figur war voraussicht und wirklichkeit deckten sich nicht tilling verhielt sich während seines halbstündigen besuches ganz zurückhaltend und kalt er bat mich um verzeihung für die kühnheit welche er gehabt an mich zu schreiben ich möge dieses beiseitesetzen der etikette der unzurechnungsfähigkeit zugute halten welche allen menschen in so schmerzlichen augenblicken befallen kann dann erzählte er mir noch einiges von den letzten tagen und aus dem leben seiner mutter aber von dem was ich erwartet hatte kein wort und so wurde auch ich immer zurückhaltender und kälter als er sich zum gehen erhob machte ich keinen versuch ihn zu halten und forderte ihn auch nicht auf wieder zu kommen und als er draußen war stürzte ich wieder zu den noch offen liegenden roten heften hin und schrieb den unterbrochenen satz weiter ich fühle dass alles aus ist dass ich mich schmählich getäuscht habe dass er mich nicht liebt und jetzt auch glauben wird dass er mir ebenso gleichgültig ist wie ich ihm beinahe abstoßend habe ich mich benommen ich fühle er kommt nie wieder und doch enthält die welt keinen zweiten menschen für mich so gut so edel so geistvoll ist keiner mehr und so lieb wie ich dich gehabt hätte friedrich so lieb hat dich keine andere deine prinzessin zu der du zurückgekehrt zu sein scheinst schon gewiss nicht mein sohn rudolf du sollst mein trost und mein halt sein fortan will ich von frauenliebe nichts mehr wissen nur die mutterliebe soll mir herz und leben ausfüllen wenn es mir gelingt einen solchen mann aus dir zu bilden wie jener einer ist wenn ich einst von dir so beweint werde rudolf wie jener seine mutter beweint so werde ich mein ziel erreicht haben eigentlich eine törichte einrichtung das tagebuch schreiben diese stets wechselnden zerfließenden und neu erstehenden wünsche vorsätze und anschauungen welche den lauf des seelenlebens bilden durch aufgeschriebene worte verewigen zu wollen das ist ein verfehltes beginnen und bringt dem älteren nachlesenden ich die immerhin beschämende erkenntnis der eigenen veränderlichkeit hier standen nun auf demselben blatte und unter demselben datum zwei so grundverschiedene stimmungen verzeichnet zuerst die zuversichtlichste hoffnung daneben die vollständigste entsagung und die nächsten blätter sollen doch wieder ganz neues berichten der ostermontag war vom herrlichsten frühlingswetter begünstigt und die an diesem tage hergekommenermaßen stattfindende praterfahrt eine art vorfeier des großen ersten maikorso fiel besonders glänzend aus ich weiß noch wie dieser glanz diese fest und lenzwonne die mich da umgab mit der traurigkeit kontrastierte welche mein gemüt erfüllte und doch ich hätte meine traurigkeit nicht hergeben wollen nicht wieder so heiteren dabei aber leeren herzens sein wie vor etwa zwei monaten als ich tilling noch nicht kannte denn wenn meine liebe auch allem anschein nach eine unglückliche war so war es doch liebe das heißt eine steigerung der lebensintensität dieses warme zärtliche gefühl welches mein herz schwellte so oft das teure bild mir vor das innere auge trat ich hätte es nimmer missen mögen dass ich den gegenstand meiner träume hier im prater mitten im gewühl weiblicher fröhlichkeit zu gesicht bekommen würde erwartete ich nicht und doch als ich einmal zerstreut die blicke nach der reitallee schweifen ließ sah ich von weitem die allee in unsere richtung herab galoppierend einen offizier in welchem ich sogleich ob schon mein kürzichtiges auge ihn nur undeutlich ausnahm tilling erkannte als er nun in die nähe kam und zu uns herüber salutierend sich mit unserem wagen kreuzte da erwiderte ich seinen gruß nicht nur mit einem kopfnicken sondern mit lebhaftem winken im selben augenblick war ich gewahr dass ich da etwas unpassendes und ungerechtfertigtes getan wem hast du solche zeichen gemacht fragte meine schwester lilli war es etwa papa ah ich sehe fügte sie hinzu da spaziert ja eben der unvermeidliche konrad dem galt da eine handverrenkung dieses rechtzeitige erscheinen des unvermeidlichen konrad kam mir sehr gelegen ich war dem treuen vetter dankbar dafür und betätigte diese dankbarkeit sofort schau lilli sagte ich er ist doch ein lieber mensch und gewiss nur wieder deinetwegen hier du solltest dich seiner erbarmen du solltest ihm gut sein oh wenn du wüsstest wie süß es ist jemanden lieb zu haben du würdest dein herz nicht so verschließen geh mach ihn glücklich den guten menschen lilli schaute mich erstaunt an wenn er mir aber gleichgültig ist martha so liebst du vielleicht einen anderen sie schüttelte den kopf nein niemand o du arme wir fuhren noch zwei oder dreimal die allee auf und nieder aber denjenigen nach welchem meine blicke jetzt spähend umhersuchten sah ich kein zweites mal er hatte den prater wieder verlassen einige tage später um die nachmittagsstunde trat tilling bei mir ein er traf mich jedoch nicht allein mein vater und tante marie waren auf besuch gekommen und außerdem befanden sich noch rosa und lilli konrad althaus und minister allerdings in meinem salon ich hatte mühe einen überraschungsschrei zu unterdrücken der besuch kam mir so unerwartet und so freudig erregend zugleich aber mit der freude war es bald vorüber als tilling nachdem er die anwesenden begrüßt und sich auf meine einladung mir gegenüber niedergesetzt hatte in kaltem tone sagte ich bin gekommen ihnen meine abschiedsaufwartung zu machen gräfin ich verlasse in den nächsten tagen wien auf lange und wohin und warum und wieso fragten gleichzeitig und lebhaft die anderen während ich stumm blieb vielleicht auf immer nach ungarn zu einem anderen regiment versetzen lassen aus vorliebe für die magiaren gab tilling nach den verschiedenen seiten bescheid indessen hatte ich mich gefasst das war ein rascher entschluss sagte ich möglichst ruhig was hat ihnen denn unser wien zu leid getan dass sie es auf so gewaltsame weise verlassen es ist mir zu lebhaft und zu lustig ich bin in einer stimmung welche die sehnsucht nach einsamer puster mit sich bringt ach was meinte konrad je trüber die stimmung desto mehr soll man zerstreuung suchen ein abend im karltheater wirkt jedenfalls erfrischender als tagelange beschauliche einsamkeit das beste um sie aufzurütteln lieber tilling sagte mein vater wäre wohl ein frischer fröhlicher krieg aber leider ist jetzt gar keine aussicht dazu vorhanden der friede droht sich unabsehbar auszudehnen was das doch für sonderbare wortzusammensetzungen sind konnte ich mich nicht enthalten zu bemerken krieg und fröhlich friede und drohen allerdings bestätigte der minister der politische horizont zeigt vor der hand noch keinen schwarzen punkt doch es steigen wetterwolken mitunter ganz unerwartet rasch auf und die chance ist niemals ausgeschlossen dass eine wenn auch geringfügige differenz einen krieg zum ausbruch bringt das sage ich ihnen zum trost herr oberstleutnant was mich anbelangt der ich kraft meines amtes die inneren angelegenheiten meines landes zu verwalten habe so müssen meine wünsche allerdings nur nach möglichst langer erhaltung des friedens gerichtet sein denn dieser allein ist geeignet die in meinem ressort liegenden interessen zu fördern doch hindert dies mich nicht die berechtigten wünsche derer anzuerkennen welche vom militärischen standpunkt allerdings gestatten sie mir exzellenz unterbrach tilling für meine person gegen die zumutung mich zu verwahren daß ich einen krieg herbei wünsche und auch gegen die unterstellung zu protestieren als dürfe der militärische standpunkt ein anderer sein als der menschliche wir sind da um wenn der feind das land bedroht dasselbe zu schützen gerade so wie die feuerwehr da ist um wenn ein brand ausbricht denselben zu löschen damit ist weder der soldat berechtigt einen krieg noch der feuerwehrmann einen brandarbeit zu wünschen beides bedeutet unglück schweres unglück und als mensch darf keiner am unglück seiner mitmenschen sich erfreuen du guter teurer mann redete ich im stillen den sprecher an dieser fuhr fort ich weiß wohl daß die gelegenheit zu persönlicher auszeichnung dem einen nur bei feuersbrünsten dem anderen nur bei feldzügen geboten wird aber wie kleinherzig und enggeistig muss ein mensch nicht sein damit sein selbstisches interesse ihm so riesig erscheine daß es ihm den ausblick auf das allgemeine weh verrammelt oder wie hart und grausam wenn er es dennoch sieht und als solches mitempfindet der friede ist die höchste wohltat oder vielmehr die abwesenheit der höchsten übeltat er ist wie sie selber sagten der einzige zustand in welchem die interessen der bevölkerung gefördert werden können und sie wollte in einem ganzen großen bruchteil dieser bevölkerung dieser armee das recht zu erkennen den gedeihlichen zustand weg zu wünschen und den verderblichen zu ersehnen diesen berechtigten wunsch großziehen bis er zur forderung anwächst und dann vielleicht sogar erfüllen krieg führen damit die armee doch beschäftigt und befriedigt werde häuser anzünden damit die löschmannschaft sich bewähren und lob ernten könne ihr vergleich hinkt lieber oberstleutnant entgegnete mein vater indem er gegen seine gewohnheit tilling mit seinem militärischen titel ansprach vielleicht um ihn zu ermahnen daß seine gesinnungen mit seiner charge nicht übereinstimmten feuersbrünste bringen nur schaden während kriege dem lande macht und größe zuführen können wie anders haben sich denn die staaten gebildet und ausgebreitet als durch siegreiche feldzüge der persönliche ehrgeiz ist wohl nicht das einzige was dem soldaten freude am kriege macht vor allem ist es der nationale der vaterländische stolz der da seine köstliche nahrung findet mit einem wort der patriotismus nämlich die liebe zur heimat fiel tilling ein ich begreife nicht warum gerade wir militärs machen als hätten wir dieses den meisten menschen natürliche gefühl allein in pacht jeder liebt die scholle auf der er aufgewachsen jeder wünscht die hebung und den wohlstand der eigenen landsleute aber glück und ruhm sind durch ganz andere mittel zu erreichen als durch den krieg stolz kann man auf ganz andere leistungen sein als auf waffentaten ich bin zum beispiel auf unsern anastasius grün stolzer als auf diesen oder jenen generalissimus wie kann man einen dichter mit einem feldherrn nur vergleichen rief mein vater das frage ich auch der unblutige lorbeer ist weitaus der schönere aber lieber baron sagte nun meine tante so habe ich noch keinen soldaten sprechen hören wo bleibt da die kampfbegeisterung wo das kriegerische feuer das sind mir keine unbekannten gefühle meine gnädige von solchen beseelt bin ich als 19 jähriger junge zum ersten mal zu felde gezogen als ich aber die wirklichkeit des gemetzels gesehen nachdem ich zeuge der dabei entfesselten bestialität gewesen da war es mit meinem enthusiasmus vorbei und in die nachfolgenden schlachten ging ich schon nicht mehr mit lust sondern mit ergebung hören sie tilling ich habe mehr kampagnen mitgemacht als sie und auch schauderszenen genug gesehen aber mich hat der eifer nicht verlassen als ich im jahre 49 schon als ältlicher mann mit radetzky marschierte wars mit demselben jubel wie das erste mal entschuldigen sie exzellenz aber sie gehören einer älteren generation an einer generation in welcher der kriegerische geist noch viel lebendiger war als in der unseren und in welcher das weltmitleid das nach abschaffung alles elends begehrt und jetzt in immer größere kreise dringt noch sehr unbekannt war was hilft's elend muss es immer geben das lässt sich nicht abschaffen ebenso wenig wie der krieg sehen sie graf althaus mit diesen worten kennzeichnen sie den einstigen jetzt schon sehr erschütterten standpunkt auf welchem sich die vergangenheit allen sozialen übeln gegenüber verhielt nämlich den standpunkt der resignation mit der man das unvermeidliche das naturnotwendige bedachtet wenn aber einmal beim anblick eines großen elends die zweifelnde frage musste es sein ins herz gedrungen ist so kann das herz nicht mehr kalt bleiben und es steigt neben dem mitleid zugleich eine art reue auf keine persönliche reue sondern wie soll ich sagen ein vorwurf des zeitgewissens mein vater zuckte die achseln das ist mir zu hoch sagte er ich kann sie nur versichern dass nicht nur wir großväter mit stolz und freude an die durchgemachten feldzüge zurückdenken sondern dass auch die meisten von den jungen und jüngsten wenn befragt ob sie gern in den krieg zögen lebhaft antworten würden ja gern sehr gern die jüngsten gewiß die haben noch den in der schule eingepflanzten enthusiasmus im herzen und von den anderen antworten viele dieses gern weil es nach allgemeinen begriffen als männlich und tapfer erscheint das aufrichtige nicht gern aber gar zu leicht als fürcht gedeutet werden könnte ach sagte lilli mit einem kleinen schauder ich würde mich auch fürchten das muss ja entsetzlich sein wenn so von allen seiten die kugeln fliegen wenn jeden augenblick der tod droht so etwas klingt aus ihrem mädchenmunde ganz natürlich entgegnete tilling aber wir müssen den selbsterhaltungstrieb verleugnen soldaten müssen auch das mitleid den mitschmerz für den auf freund und feind hereinbrechenden riesenjammer verleugnen denn nächst der furcht wird uns jede sentimentalität jede rührseligkeit am meisten verübelt nur im krieg lieber tilling sagte mein vater nur im krieg im privatleben haben wir gott sei dank auch weiche herzen ja ich weiß das ist so eine art verzauberung nach der kriegserklärung heißt es plötzlich von allen schrecknissen es gilt nicht kinder lassen manchmal diese konventionen ihren spielen walten wenn ich dies oder jenes tue so gilt es nicht hört man sie sagen und im kriegsspiel herrschen auch solche unausgesprochenen übereinkommen totschlag gilt nicht mehr als totschlag raub ist nicht raub sondern requisition brennende dörfer stellen keine brandunglücke sondern genommene positionen vor von allen satzungen des gesetzbuchs des katechismus der sittlichkeit heißt es da solange die partie dauert es gilt nicht wenn aber manchmal der spieleifer nachlässt wenn das verabredete gilt nicht für einen moment aus dem bewusstsein schwindet und man die umgebenden szenen in ihrer wirklichkeit erfasst und dies abgrundtiefe unglück das massenverbrechen als geltend begreift da wollte man nur noch eins um sich aus dem unerträglichen weh dieser einsicht zu retten tot sein eigentlich es ist wahr bemerkte tante marie nachdenklich sätze wie du sollst nicht töten sollst nicht stehlen liebe deinen nächsten wie dich selbst verzeihe deinen feinden gilt nicht wiederholte tilling und diejenigen deren beruf es wäre diese sätze zu lehren sind die ersten welche unsere waffen segnen und des himmels segen auf unsere schlachtarbeit herab flehen und mit recht sagte mein vater schon der gott der bibel war der gott der schlachten der herr der hirschharen er ist es der uns befiehlt das schwert zu führen er ist es als dessen willen die menschen immer dasjenige dekretieren unterbrach tilling was sie getan sehen wollen und dem sie zumuten ewige gesetze der liebe erlassen zu haben welche er wenn die kinder das große hassspiel aufführen durch göttliches gilt nicht aufhebt genauso roh genauso inkonsequent genauso kindisch wie der mensch ist der jeweilig von ihm dargestellte gott und jetzt gräfin fügte er hinzu indem er aufstand verzeihen sie mir dass ich eine so unerquickliche diskussion heraufbeschworen habe und lassen sie mich abschied nehmen stürmische empfindungen durchbebten mich alles was er eben gesprochen hatte mir den teuren mann noch teurer gemacht und jetzt sollte ich von ihm scheiden vielleicht auf nimmer wiedersehen so vor anderen leuten ein kaltes abschiedswort mit ihm wechseln und damit alles zu ende sein lassen es war nicht möglich ich hätte wenn die türe sich hinter ihm geschlossen in schluchzen ausbrechen müssen das durfte nicht sein ich stand auf einen augenblick baron tilling sagte ich ich muss ihnen doch noch jene fotografie zeigen von der wir neulich gesprochen er schaute mich erstaunt an denn es war zwischen uns niemals von einer fotografie die rede gewesen dennoch folgte er mir in die andere ecke des salons wo auf einem tische verschiedene albums lagen und wo man sich außer gehörweite der anderen befand ich schlug ein album auf und tilling beugte sich darüber indessen sprach ich halblaut und zitternd zu ihm so lasse ich sie nicht fort ich will ich muss mit ihnen reden wie sie wünschen gräfin ich höre nein nicht jetzt sie müssen wiederkommen morgen um diese stunde er schien zu zögern ich befehle es bei dem andenken ihrer mutter um welche ich mit ihnen geweint o martha der so ausgesprochene name durchzuckte mich wie ein glückstrahl also morgen wiederholte ich ihm in die augen schauend um dieselbe stunde wir waren einig ich kehrte zu den anderen zurück und tilling nachdem er noch meine hand an seine lippen geführt und die übrigen mit einer verbeugung begrüßt hatte ging zur tür hinaus ein sonderbarer mensch bemerkte mein vater kopfschüttelnd was er da alles gesagt hat würde höheren ortes kaum beifall finden abschnitt 12 von die waffen nieder dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org als am folgenden tage die bestimmte stunde schlug gab ich wie anlässlich seines ersten besuches befehl niemand anderen als tilling vorzulassen ich sah der kommenden unterhaltung mit gemischten gefühlen leidenschaftlichen bangens süßer ungeduld und einiger verlegenheit entgegen was ich eigentlich ihm sagen wollte das wusste ich nicht genau darüber wollte ich gar nicht nachdenken wenn tilling etwa die frage an mich stellte nun denn gräfin was haben sie mir mitzuteilen was wünschen sie von mir so konnte ich doch nicht die wahrheit antworten nämlich ich habe ihnen mitzuteilen dass ich sie liebe ich wünsche dass du bleibst aber in so trockener form würde er mich wohl nicht verhören und wir würden uns schon verstehen ohne solche kategorische fragen und antworten die hauptsache war ihn noch einmal sehen und wenn schon geschieden sein musste so doch nicht ohne vorher ein herzliches wort gesprochen ein inniges lebewohl getauscht zu haben bei dem bloß gedachten worte lebewohl füllten sich meine augen mit tränen in diesem augenblick trat der erwartete ein ich gehorche ihrem befehle gräfin und was ist ihnen unterbrach er sich sie haben geweint sie weinen noch ich nein es war der rauch im nebenzimmer der kamin setzen sie sich tilling ich bin froh dass sie gekommen sind und ich glücklich dass sie mir befohlen haben zu kommen erinnern sie sich im namen meiner mutter befohlen auf das hin habe ich mir vorgenommen ihnen alles zu sagen was mir auf dem herzen liegt ich nun warum halten sie inne das sprechen wird mir schwerer noch als ich glaubte sie zeigten mir doch so viel vertrauen in jener schmerzlichen nacht wo sie an einem sterbebette wachten wie kommt es dass sie jetzt so alles vertrauen wieder verloren haben in jener feierlichen stunde war ich aus mir selber herausgetreten seither hat mich wieder meine gewohnte schüchternheit erfasst ich sehe ein dass ich damals mein recht überschritten und um es nicht wieder zu überschreiten hatte ich ihre nähe geflohen in der tat ja sie scheinen mich zu meiden warum warum weil weil ich sie anbete ich antwortete nichts und um meine bewegung zu verbergen wandte ich den kopf ab auch tilling war verstummt endlich faßte ich mich wieder und brach das schweigen und warum wollen sie wien verlassen fragte ich aus demselben grunde können sie ihren entschluß nicht mehr rückgängig machen ich könnte wohl noch ist die versetzung nicht entschieden dann bleiben sie erfasste meine hand Martha es war zum zweiten mal dass er mich bei meinem namen nannte diese beiden silben hatten einen berauschenden klang für mich darauf musste ich etwas erwidern was ihm ebenso süß klänge auch zwei silben in welchen alles lag was mir das hart schwellte und meinen blick zu ihm erhebend sagte ich leise friedrich in diesem augenblicke öffnete sich die tür und mein vater kam herein ah da bist du ja der bediente sagte du wärst nicht zu hause ich aber antwortete dass ich auf dich warten wollte guten tag tilling nach ihrem gestrigen abschied bin ich sehr überrascht sie hier zu finden meine abreise ist wieder aufgehoben exzellenz und da kam ich meiner tochter eine antrittsvisite machen schön und jetzt wisse was mich zu dir führt Martha es ist eine familienangelegenheit tilling stand auf dann störe ich vielleicht meine mitteilung hat ja keine solche eile ich wünschte papa samt seiner familienangelegenheit zu den antipoden ungelegener hätte mir keine unterbrechung kommen können tilling blieb jetzt nichts anderes übrig als zu gehen aber nach dem was eben zwischen uns vorgefallen bedeutete entfernung keine trennung unsere gedanken unsere herzen blieben beieinander wann sehe ich sie wieder fragte er leise als er mir zum abschied die hand küßte morgen um neun uhr früh im prater zu pferd antwortete ich rasch im selben tone mein vater grüßte den fortgehenden ziemlich kalt und nachdem sich die tür hinter ihm geschlossen was soll das bedeuten fragte er mit strenger miene du lassest dich verleugnen und ich finde dich in tättatätt mit diesem herrn ich wurde rot halb in zorn halb in verlegenheit was ist die familienangelegenheit welche du das ist sie ich wollte deinen kurmacher nur entfernen um dir meine meinung sagen zu können und ich betrachte es als eine für unsere familie sehr wichtige angelegenheit daß du gräfin dotzki geborene althaus deinen ruf nicht etwa verschärztest lieber vater der sicherste wächter meines rufes und meiner ehre ist mir in der person des kleinen rudolf dotzki gegeben und was die väterliche autorität des grafen althaus anbelangt so lasse mich in aller ehrerbietung dich erinnern dass ich in meiner eigenschaft als selbstständige witwe derselben entwachsen bin ich beabsichtige nicht mehr einen liebhaber zu nehmen denn das ist was du zu vermuten scheinst aber wenn ich mich entschließen wollte wieder zu heiraten so behalte ich mir vor ganz frei nach meinem herzen zu wählen den tilling heiraten wo denkst du hin das gäbe erst eine rechte familien kalamität da wäre mir beinahe noch lieber nein das will ich nicht gesagt haben aber ernstlich du führst doch keine solche idee im schilde was wäre dagegen einzuwenden du hast mir erst neulich einen oberleutnant einen hauptmann und einen major in vorschlag gebracht tilling ist nun gar schon oberstleutnant das ist das schlimmste an ihm wäre er zivilist so könnte man ihm die ansichten noch verzeihen die er gestern vorgebracht hat aber bei einem militär grenzen dieselben hart an verrat er möchte wohl gern seinen abschied nehmen um ja nicht der gefahr ausgesetzt zu sein einen feldzug mitzumachen dessen strapazen und leiden er offenbar fürchtet und da er kein vermögen besitzt so ist es eine ganz kluge idee von ihm eine reiche heirat machen zu wollen ich hoffe aber zu gott dass sich zu diesem zwecke keine frau hergeben wird welche die tochter eines alten soldaten ist der in vier kriegen gefochten hat und bereit wäre heute noch mit begeisterung auszurücken und die witwe eines tapferen jungen kriegers welcher auf dem felde der ehre einen ruhmvollen tod gefunden mein vater welcher während des sprechens mit grossen schritten im zimmer auf und nieder ging war hoch gerötet und seine stimme zitterte vor erregung auch ich war im innersten erregt das phrasenwerk das hohle wortgeklingel in welche die angriffe auf den mann meiner liebe eingekleidet waren widerte mich an aber ich fand keine entgegnung dass meine verteidigung das bodenlose unrecht welches tilling hier geschah nicht aufheben konnte das fühlte ich wenn mein vater die gestern geäußerten ansichten so falsch beurteilte so lag das eben an einem gänzlichen unverständnis gegen die gesichtspunkte welche tilling vertreten hatte war mein vater einfach blind ich konnte ihn nicht sehend machen ich konnte ihn nicht lehren einen anderen ethischen maßstab als den soldatischen der ja in general althaus augen der höchste maßstab war an die gesinnungen zu legen welche jener als mensch und denker hegte aber während ich dem eben gehörten ausfall gegenüber so stumm dastand dass mein vater wohl glauben mochte er habe mich beschämt und meine absichten im keime erstickt fühlte ich mich doppelt sehnsüchtig zu dem verkannten manne hingezogen und in dem entschluss bestärkt die seine zu werden ich war ja zum glück frei des vaters mißbilligung konnte mich allerdings betrüben allein mich von dem zuge meines herzens zurückhalten das konnte sie nicht und auch zu großer betrübnis war kein raum in meiner seele das wunderbare das mächtige glück welches in der letzten viertelstunde sich mir eröffnet hatte war zu lebhaft um daneben den verdrüss aufkommen zu lassen am folgenden morgen erwachte ich mit einem gefühle das dem glich womit ich jedes mal als kind am weihnachtstage und einmal als braut an meinem vermählungsmorgen erwachte dieselbe unersprechliche erwartung dasselbe erregte bewusstsein das heute frohes großes bevorstünde einige missstimmung brachte mir zwar die erinnerung an die worte welche tags vorher mein vater gesprochen aber diesen gedanken hatte ich schnell wieder verscheucht es war noch nicht neun uhr als ich am eingang der praterallee den wagen verließ und mein mit dem reitknecht vorausgeschicktes pferd bestieg das wetter war frühlingsduftend und mild zwar sonnenlos darum aber nur desto milder und sonnenschein trug ich ohnehin im herzen es hatte in der nacht geregnet die blätter prangten in frischem grün und aus dem boden drang feuchter erdgeruch herauf ich war kaum hundert schritte die allee hinabgeritten als ich hinter mir den hufschlag eines in scharfem trabe heransprengenden pferdes vernahm ah grüß gott martha das freut mich dich hier zu treffen es war konrad der unvermeidliche mich freute diese begegnung gar nicht nun freilich der prater war nicht mein privatpark und an so schönen frühlingsmorgen ist die reitallee stets gefüllt wie konnte ich nur so ungeschickt sein hier auf ein ungestörtes stell dich einzurechnen althaus hatte sein pferd die gangart des meinen annehmen lassen und schickte sich offenbar an der treue begleiter meines spazierrittes zu sein jetzt erblickte ich von weitem friedrich von tilling der in unsere richtung die allee herabgaloppierte vetter nicht wahr ich bin dir eine gute verbündete du weißt daß ich mir mühe gebe lilli für dich zu stimmen ja edelste der cousine erst gestern abends habe ich ihr wieder deine guten eigenschaften gepriesen denn du bist wirklich ein prächtiger junge gefällig rücksichtsvoll was willst du nur von mir dass du deinem tiere einen gartenhieb gibst und weitertrabst schon war tilling ganz nahe zuerst schaute konrad ihn dann mich an und ohne ein wort zu sagen nickte er mir lächelnd zu und stürmte davon als wäre er auf der flucht wieder dieser althaus waren tillings erste worte nachdem er kehrt gemacht um an meiner seite weiter zu reiten in seinem ton und seinen minen drückte sich deutlich eifersucht aus das freute mich ist er bei meinem anblicke so ausgerissen oder geht sein pferd durch ich habe ihn weggeschickt weil gräfin martha daß ich sie gerade mit althaus treffen musste wissen sie daß die welt behauptet er sei in seine cousine verliebt das ist wahr und werbe um ihre gunst das ist auch wahr und nicht hoffnungslos nicht ganz hoffnungslos tilling schwieg ich schaute ihm glücklich lächelnd ins gesicht ihr blick widerspricht ihren letzten worten sagte er nach einer pause denn ihr blick scheint mir zu sagen althaus liebt mich hoffnungslos er liebt mich überhaupt nicht der gegenstand seiner werbung ist meine schwester lilli sie wälzen mir einen stein vom herzen dieser mensch war mit ein grund warum ich wien verlassen wollte ich hätte es nicht ertragen können sehen zu müssen und was hatten sie noch für andere gründe unterbrach ich die angst daß meine leidenschaft zunehme daß ich sie nicht länger würde verhehlen können daß ich mich lächerlich machte und glücklich zugleich sind sie unglücklich heute o marta ich lebe seit gestern in einem solchen taumel der gefühle dass ich fast bewusstlos bin aber nicht ohne angst wie wenn man gar zu süß träumt dass ich plötzlich wieder zu einer schmerzlichen wirklichkeit erweckt werde im grunde ist ja meine liebe doch aussichtslos was kann ich ihnen bieten heute lächelt mir ihre huld und erhebt mich in den siebenten himmel morgen oder etwas später werden sie mir die unverdiente huld wieder entziehen und mich in einen abgrund der verzweiflung stürzen ich kenne mich selbst nicht mehr wie hyperbolisch ich da rede der ich sonst ein ruhiger besonnener mensch ein feind aller übertreibungen bin aber ihnen gegenüber kommt mir nichts mehr übertrieben vor in ihrer macht liegt es mich selig und elend zu machen sprechen wir auch von meinen zweifeln die prinzessin oh ist dieser klatsch ihnen auch zu ohren gekommen nichts nichts ist daran natürlich sie leugnen das ist ihre pflicht die betreffende dame deren herz jetzt bekanntermaßen in der burg gefesselt ist auf wie lang denn dieses herz verschenkt sich häufig die dame würde auch den diskretesten menschen nicht zu grabes verschwiegenheit verpflichten also können sie mir doppelt glauben und übrigens hätte ich wien verlassen wollen wenn jenes gerücht begründet wäre eifersucht kennt keine vernunftschlüsse hätte ich sie hierher bestellt wenn ich gekommen wäre um meinen fetter althaus zu treffen es wird mir schwer martha so ruhig neben ihnen herzureiten ich wollte ihnen zu füßen fallen wollte wenigstens ihre geliebte hand an meine lippen führen lieber friedrich sagte ich zärtlich solche ergüsse sind nicht nötig auch mit worten kann man huldigen wie mit einem kniefall und liebkosen wie mit einem kuss ergänzte er nach diesem letzten worte das uns beide elektrisch durchzuckte schauten wir uns eine zeitlang in die augen und erfuhren dass man auch mit blicken küssen kann er sprach zuerst seit wann ich verstand die unvollendete frage ganz gut seit jenem die näher bei meinem vater antwortete ich und sie sie dieses sie ist eine dissonanz martha soll ich diese frage beantworten so werde sie anders formuliert und du ich wohl auch seit demselben abend aber so recht klar wurde es mir erst am sterbebett meiner armen mutter wie sehnsüchtig meine gedanken zu dir flüchteten das habe ich auch so verstanden du hingegen hast die sprache der roten rose nicht verstanden die zwischen den weißen toten blumen eingeflochten war sonst hättest du bei deiner ankunft mich nicht so gemieden ich begreife noch jetzt den grund dieses vornhaltens nicht und warum du abreisen wolltest weil sich mein gedanke nie bis zu der hoffnung verstieg dass ich dich erringen könnte erst als du mir bei dem andenken meiner mutter befahlst zu dir zu kommen und zu bleiben befahlst da habe ich verstanden dass du mir gewogen bist dass ich dir mein leben weihen dürfe also wenn ich mich nicht selber dir an den hals geworfen du hättest dich nicht um mich bemüht du hast eine große anzahl bewerber unter diesen haufen würde ich mich nicht gemischt haben ach die zählen ja nicht die meisten haben es doch nur darauf abgesehen die reiche witwe siehst du mit diesen worten ist die schranke bezeichnet die mich von der bewerbung abhielt eine reiche witwe und ich ganz ohne vermögen lieber an unglücklicher liebe zugrunde gehen als von der welt und namentlich von der frau die ich anbete dessen verdächtig zu werden wessen du deinen bewerber tross soeben beschuldigt hast o du stolzer edler teurer ich wäre übrigens nicht imstande dir einen niedrigen gedanken zuzumuten woher dieses vertrauen eigentlich kennst du mich ja so wenig und jetzt forschten wir einander noch weiter aus auf diese frage seit wann wir uns liebten folgten nun die erörterungen warum was mich zuerst angezogen war die art gewesen wie er vom kriege gesprochen hatte was ich im stillen gedacht und gefühlt glaubend es könne kein soldat ein gleiches denken und am allerwenigsten äußern das hatte er mit größerer klarheit gedacht als ich stärker gefühlt und ganz freimütig ausgesprochen so sah ich wie sein herz die interessen seines standes und sein geist die ansichten seiner zeit überragten das wars was sozusagen die grundlage meiner ihm geweihten liebe bildete daneben gab es für das aufgestellte warum noch unzählige weil weil er eine so hübsche vornehme erscheinung besaß weil in seiner stimme ein so sanfter und fester ton vibrierte weil er ein so liebender sohn gewesen weil und du warum liebst du mich unterbrach ich der glänzende geist das sanfte lächeln der scharfe witz die weiße hand die frauenhafte würde der wunderbare halt ein das sollte so bis tausend fortgehen da sag mir lieber den einen grund das ist auch einfacher denn der eine in seiner kraft und unwiderstehlichkeit umfasst die anderen alle ich lieb dich martha weil ich dich liebe darum ende von abschnitt zwölf abschnitt 13 von die waffennieder dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox aufgenommen von jessy die waffennieder von berta von suttner vom prater aus fuhr ich geradewegs zu meinem vater die mitteilung die ich ihm zu machen hatte würde zu unangenehmen erörterungen anlaß geben das sah ich voraus doch ich wollte diese unausbleibliche unannehmlichkeit so bald als mögen überstanden haben und ihr lieber noch unter dem ersten eindruck meines eben erworbenen glückes die stirne bieten mein vater der ein spätaufsteher war saß noch bei seinem frühstück über den morgenblättern als ich in sein arbeitszimmer eindrang tante marie war gleichfalls anwesend und gleichfalls mit zeitung lesen beschäftigt bei meinem etwas ungestümen eintritt blickte mein vater überrascht von seiner presse auf und tante marie legte ihr fremdenblatt aus der hand marta so früh und im reitkleid was bedeutet das ich umarmte die beiden und sagte dann mich in einen lehnsessel waffend das bedeutet dass ich von einem rit im prater komme wo etwas vorgefallen ist das ich euch ohne aufschub mitteilen wollte ich nahm mir daher nicht einmal die zeit nach hause zu fahren und toilette zu wechseln also gar so wichtig und eilig fragte mein vater indem er sich eine zigarre ansteckte erzähle wir sind gespannt sollte ich weiter ausholen sollte ich einleitungen und vorbereitungen machen nein lieber kopf über mich hineinstürzen wie man vom sprungbrett sich ins wasser schwingt ich habe mich verlobt tante marie schlug die hände über dem kopf zusammen und mein vater runzelte die stirn ich will doch nicht hoffen begann er aber ich ließ ihn nicht ausreden verlobt mit einem manne den ich von herzen liebe und hoch achte von dem ich glaube dass er mich vollständig glücklich machen kann mit baron friedrich von tilling mein vater sprang auf da haben wir's nach allem was ich dir gestern gesagt tante marie schüttelte den kopf ich hätte lieber einen anderen namen gehört sagte sie erstens ist baron tilling keine partie er soll gar nichts haben zweitens steinen mir seine grundsätze und ansichten seine grundsätze und ansichten stimmen mit den meinen überein und eine sogenannte partie zu suchen darauf bin ich nicht angewiesen vater mein herzens vater schau nicht so bitter drein verdirb mir das hohe glück nicht welches ich zu dieser stunde empfinde mein guter geliebter alter papa aber kind antwortete er in etwas besänftigtem tone denn ein wenig zärtlichkeit pflegte ihn gleich zu entwaffnen es ist ja eben dein glück was ich im auge habe ich könnte mit keinem soldaten glücklich werden der nicht mit leib und seele soldat ist du brauchst ja tilling nicht zu heiraten bemerkte tante marie ganz zutreffend das soldatentum ist das geringste fügte sie hinzu aber ich könnte mit einem manne nicht glücklich werden der von dem gott der bibel in so wenig ehrerbietigem tone redet wie neulich erlaube mir dich aufmerksam zu machen liebste tante dass auch du friedrich tilling nicht zu heiraten brauchst des menschen wille ist sein himmelreich sagte mein vater mit einem seufzer indem er sich wieder niedersetzte natürlich wird tilling quittieren darüber haben wir noch nicht gesprochen lieber wäre es mir freilich aber ich fürchte er wird es nicht tun wenn ich denke dass du einem fürsten einen korb gegeben hast seufzte tante marie und jetzt statt dich erheben wirst du auf der gesellschaftlichen leiter hinabsteigen wie unfreundlich ihr beides seid und ihr behauptet doch mich lieb zu haben da komme ich zu euch das erste mal seit des armen arno tode mit der nachricht dass ich mich vollkommen glücklich fühle und anstatt euch dessen zu freuen sucht ihr allerlei vergellungsgründe hervor und was für welche militarismus jehova soziale leiter nach einem halben stündchen war es mir doch gelungen die alten leute einigermaßen umzustimmen ich hatte mir nach der tags zuvor gehaltenen rede zu schließen den widerstand meines vaters viel heftiger gedacht vermutlich würde er auch falls meinerseits bloße absicht und neigung vorgelegen hätte energisch versucht haben absicht und neigung zu ersticken aber dem fett accompli gegenüber sah er wohl ein dass widerstand nichts mehr nützen konnte oder war es doch der einfluss des überströmenden glücksgefühls welches in meinen augen leuchten und in meiner stimme leben mochte das seinen verdruss verscheuchte und woran er unwillkürlich freudigen anteil nehmen musste kurz als ich zum gehen aufstand und ihm adieu sagte drückte er einen herzhaften kuss auf meine wange und versprach noch am selben abend zu mir zu kommen um da selbst seinen künftigen schwiegersohn als solchen zu begrüßen wie noch weiter jener tag und der darauf folgende abend verlief schade dass die roten hefte es nicht verzeichnet haben die einzelheiten sind nach so langer zeit meinem gedächtnis entschwunden ich weiß nur noch dass es herrliche stunden waren zum tee hatte ich den ganzen familienkreis um mich versammelt und ich stellte den meinen friedrich von tilling als meinen verlobten vor rosa und lilli waren entzückt konrad althaus rief bravo martha und du lilli nimm dir ein beispiel daran mein vater hatte seine frühere antipathie entweder überwunden oder es gelang ihm dieselbe mir zuliebe zu verborgen und tante marie war weich und gerührt die ehen werden im himmel geschlossen sagte sie und jedem geschieht nach seiner bestimmung mit gottes segen werdet ihr glücklich werden und den will ich unermüdlich auf euch herabflehen auch mein sohn rudolf wurde dem künftigen neuen papa vorgestellt und es war mir ein eigenes wohl und weihe gefühl als der geliebte mann mein geliebtes kind in seine arme hob es innig küßte und sagte aus dir kleiner bursch werden wir einen ganzen mann machen im laufe des abends brachte mein vater seine idee in betreff des quittierens zur sprache sie werden jetzt vermutlich ihre karriere aufgeben tilling da sie ohnehin kein freund des krieges sind friedrich warf mit überraschter miene den kopf zurück meine karriere aufgeben ich habe ja keine andere und man braucht auch kein freund vom kriege zu sein um den militärdienst zu leisten ebenso wenig wie man ja ja unterbrach mein vater das sagten sie schon neulich ebenso wenig wie ein feuerwehrmann ein liebhaber von feuersbrünsten zu sein braucht ich könnte noch mehr beispiele anführen ebenso wenig wie ein arzt den krebs und den typhus lieben oder ein richter ein besonderer verehrer von einbruchsdiebstählen sein muss aber meine laufbahn aufgeben was hätte ich für eine veranlassung dazu veranlassung wäre sagte tante marie ihrer frau das garnison leben zu ersparen und die angst zu ersparen falls ein krieg ausbricht obgleich diese angst ein unsinn ist denn wenn es einem bestimmt ist alt zu werden so lebt er lange trotz aller gefahren die genannten gründe wären freilich gewichtig meiner künftigen gefährtin die unannehmlichkeit des lebens so viel als möglich fernzuhalten wird ja mein eifrigstes bestreben sein aber die unannehmlichkeit einen mann zu haben der berufs- und beschäftigungslos wäre müsste doch noch größer sein als diejenige des garnisonslebens und die gefahr dass mein rücktritt von irgendjemand als faulheit oder feigheit ausgelegt werden könnte wäre doch noch schlimmer als die gefahren eines feldzuges mir ist der gedanke wirklich keinen augenblick gekommen hoffentlich auch ihnen nicht martha vor leuten hatten wir das du wieder eingestellt und wenn ich es als bedingung stellte das werden sie nicht denn sonst müsste ich auf das höchste glück verzichten sie sind reich ich besitze nichts als meine militärische charge als die aussicht auf künftige höhere gangstufen und diesen besitz gebe ich nicht her es wäre gegen alle würde gegen meine begriffe von ehre brav mein sohn jetzt bin ich ausgesöhnt es wäre sünd und schand um ihre laufbahn sie haben gar nicht mehr weit zum obersten und bringen es sicher zum general können schließlich festungskommandant gouverneur oder kriegsminister werden das gibt auch der frau eine angenehme stellung ich schwieg still um die aussicht frau kommandantin zu werden war es mir gar nicht zu tun am liebsten wäre es mir gewesen mit dem manne meiner wahl das leben in ländlicher zurückgezogenheit zu verbringen dennoch waren mir seine eben geäußerten entschlüsse lieb denn sie bewahrten ihn von dem makel des verdachtes welchen mein vater gegen ihn gehegt und der ihn sicherlich auch in den augen der welt getroffen hätte ja ganz ausgesöhnt fuhr mein vater fort denn aufrichtig ich glaubte es sei ihnen hauptsächlich darum zu tun nun nun sie brauchen nicht so wütend zu schauen ich meine nebenbei darum zu tun sich ins privatleben zurückzuziehen und da hätten sie sehr unrecht getan auch meiner marta gegenüber die ist nun schon einmal ein soldatenkind eine soldatenwitwe und ich glaube kaum dass sie einen in zivilkleidern auf die dauer liebhaben könnte jetzt musste tilling lächeln er warf mir einen blick zu welcher deutlich sagte ich kenne dich besser und antwortete laut das glaube ich auch sie hat sich eigentlich nur in meine uniform verliebt im september desselben jahres fand unsere trauung statt mein bräutigam hatte sich für die hochzeitsreise einen zweimonatlichen urlaub erwirkt unsere erste etappe war berlin ich hatte den wunsch geäußert einen kranz auf das grab von friedrichs mutter niederzulegen und unsere reise mit diesem pilgerzug zu eröffnen in der preußischen hauptstadt hielten wir uns acht tage auf friedrich machte mich mit seinen dort lebenden verwandten bekannt und alle erschienen mir als die liebenswürdigsten leute von der welt freilich wenn man eben die rosafarbenen brillen trägt durch die man während der honigwochen die außenwelt zu betrachten pflegt da findet man alles lieb und schön zudem wird neu vermählten paaren allseitig mit heiterer und freundlicher zuvorkommenheit begegnet alles hält sich für verpflichtet auf ihre ohne dies so blühenden pfade immer neue rosen zu streuen was mir an den norddeutschen besonders wohl gefiel war die sprache nicht nur weil dieselbe den akzent meines mannes aufwies eine seiner eigentümlichkeiten in welche ich mich zuerst verliebt hatte sondern weil sie mir im vergleich zu der in österreich üblichen redeweise ein höheres bildungsniveau zu bekunden schien oder vielmehr nicht nur schien sondern in der tat bekundete grammatikalische verstöße wie solche die die umgangssprache der besseren wiener kreise verunstalten kommen in der guten berliner gesellschaft nicht vor die preußische verwechslung des dativs und des akkusativs gib mich einen federhut bleibt auf die unteren klassen beschränkt während die in wien üblichen kasusfehler ohne dir mit die kinder häufig genug in den ersten salons gehört werden gemütlich mögen wir immerhin unsere sprache nennen und sie von den ausländern auch so befunden werden lassen eine inferiorität stellt sie jedenfalls vor wenn man menschenwert nach der bildungsstufe misst und welchen richtigeren maßstab gäbe es wohl als diesen so ist der norddeutsche um ein stückchen mehr mensch als der süddeutsche ein ausspruch der im munde eines preußens sehr arrogant klänge und aus der feder einer österreicherin sehr unpatriotisch erscheinen mag aber wie selten gibt es eine ausgesprochene wahrheit die nicht irgendwo oder irgendwen verletzte unser erster besuch in berlin nachdem wir auf dem friedhof gewesen galt der schwester der verstorbenen aus der liebenswürdigkeit und geistigen bedeutung dieser frau konnte ich schließen wie liebenswürdig und bedeutend friedrichs mutter gewesen sein musste wenn sie frau kornelie von thessow glich diese war die witwe eines preußischen generals und besaß einen einzigen sohn welcher damals eben leutnant geworden war einem schöneren jüngling wie diesem gottfried von thessow bin ich in meinem ganzen leben nicht begegnet rührend anzusehen war es wie mutter und sohn aneinander hingen auch darin schien frau kornelie ähnlichkeit mit ihrer verstorbenen schwester gehabt zu haben wenn ich den stolz sah den sie augenscheinlich in gottfried setzte und die zärtlichkeit womit er seine mutter behandelte so freute ich mich schon in gedanken auf die zeit wo mein sohn rudolf erwachsen sein würde nur eines konnte ich nicht begreifen und ich äußerte dies auch zu meinem manne wie kann eine mutter ihr einziges kind ihr kleinod einen so gefährlichen beruf ergreifen lassen wie den militärischen es gibt einfach gedanken liebes herz antwortete mir friedrich die niemand denkt naheliegende erwägungen die niemand anstellt ein solcher gedanke ist die gefährlichkeit des soldatenberufes den lässt man nicht aufkommen es liegt so meint man eine art unanständigkeit und feigheit darin diese erwägung vorzustellen es wird als so selbstverständlich und unvermeidlich angenommen dass diese gefahr bestanden werden müsse und eigentlich fast immer glücklich bestanden werde die prozente der gefallenen verteilen sich auf die anderen daß man an die todesschance gar nicht denkt sie ist zwar da aber das ist sie ja für jeden geborenen und keiner denkt an den tod in dem verjagen lästiger begriffe vermag der geist großes zu leisten und schließlich was kann ein preußischer edelmann wohl für eine angenehmere und angesehenere stellung haben als die eines preußischen kavallerieoffiziers tante cornelia schien auch an mir gefallen zu finden ach seufzte sie einmal daß meine arme schwester die freude nicht erleben sollte solch eine schwiegertochter zu besitzen und ihren friedrich so glücklich zu sehen wie er es jetzt an deiner seite ist es war immer ihr sehnlichster wunsch ihn verheiratet zu sehen aber er stellte so hohe anforderungen an die ehe es scheint nicht tantchen da er mit mir verliebt genommen a trap for a compliment nennen das die engländer ich wollte mein gottfried könnte auch einst einen solchen treffer machen ich bin jetzt schon ungeduldig großmutterfreuden zu erleben doch da werde ich wohl noch lange warten können mein sohn ist erst 21 jahre alt er mag viele mädchenköpfe verdrehen sagte ich viele herzen brechen das sieht ihm nicht gleich einen braveren rechtschaffeneren jungen gibt's nicht er wird einmal eine frau sehr glücklich machen so wie friedrich die seine noch kannst du das nicht wissen liebes herz darüber müssen wir nach zehn jahren wieder reden in den ersten wochen sind fast alle ehen glücklich damit will ich jedoch keinen zweifel an meinem neffen noch an dir ausgedrückt haben ich glaube selber dass euer glück ein dauerhaftes sein wird von berlin aus begaben wir uns nach den deutschen bädern meine kürze reise nach italien mit arno von der ich übrigens nur eine ganz traumhafte erinnerung hatte abgerechnet war ich von hause nie weggekommen dieses kennenlernen neuer orte neuer menschen und neuen lebens versetzte mich in gehobenste stimmung die welt schien mir plötzlich so schön und noch einmal so interessant geworden wäre mein kleiner rudolf nicht gewesen den ich zurückgelassen hatte ich würde friedrich vorgeschlagen haben lass uns jahrelang so herumreisen wie jetzt besuchen wir ganz europa und hernach die übrigen weltteile genießen wir diese wanderexistenz dieses ungebundene umherstreifen sammeln wir reichtümer neuer eindrücke und erfahrungen überall wohin wir kommen und seien uns land und leute noch so fremd bringen wir ja durch unser beisammensein ein genügendes stück heimstätte mit was hätte mir friedrich auf solchen vorschlag geantwortet wahrscheinlich dass man es sich nicht zum beruf machen kann bis an sein lebensende hochzeit zu reisen dass sein urlaub nur zwei monate dauert und dergleichen vernünftige sachen mehr wir besuchten baden baden homburg und wiesbaden überall dasselbe fröhliche elegante treiben überall so viele interessante menschen aus aller herren länder im umgang mit diesen fremden wurde ich erst gewahr dass friedrich die französische und englische sprache vollkommen behörschte dies ließ ihn in meiner bewunderung noch um einen grad steigen immer wieder entdeckte ich neue eigenschaften an ihm sanftmut heiterkeit lebhafteste empfänglichkeit für alles schöne eine reinfahrt setzte ihn in entzücken und im theater oder konzertsaal wenn die künstler hervorragendes leisteten leuchtete ihm der genuß aus den augen dadurch erschien mir der rhein mit seinen bürgen doppelt romantisch darum bewunderte ich die vorträge berühmter virtuosen doppelt diese zwei monate vergingen leider viel zu schnell friedrich kam um verlängerung seines urlaubs ein wurde aber abschlägig beschieden dies war mir seit unserer verheiratung der erste moment des ärgers als dieses offizielle papier anlangte welches im trockenen stile unsere heimkehr befahl und das nennen die menschen freiheit rief ich das beleidigende dokument auf den tisch schleudern tilling lächelte o ich bilde mir nicht im mindesten ein frei zu sein meine herrin erwiderte er wenn ich deine herrin wäre könnte ich dir befehlen dem militärdienst valet zu sagen und nur noch meinem dienste zu leben über diese frage waren wir ja einig geworden freilich ich habe mich fügen müssen doch das beweist dass du nicht mein sklave bist und das ist mir im grund recht mein lieber stolzer mann ende von abschnitt 13 abschnitt 14 von die waffen nieder dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt finden sich unter librivox.org die waffen nieder von bertha von suttner abschnitt 14 zweites buch friedenszeit teil 9 von unserer reise zurückgekehrt rückten wir nach einer kleinen märischen stadt der festung olmütz ein wo friedrichs regiment in garnision lag von geselligem verkehr war in dem neste keine rede und so lebten wir beide in völliger zurückgezogenheit außer den stunden die wir dem dienst widmeten er als oberstleutnant bei seinen dragonern ich als mutter bei meinem rudolf widmeten wir uns gegenseitig nur einander mit den damen des regiments waren die nötigen zeremonien besuche und gegenbesuche ausgetauscht worden aber auf näheren umgang ließ ich mich nicht ein es gelöstete mich nicht im geringsten danach bei nachmittag kaffeegesellschaften dienstboten geschichten und stadtklatsch zu hören und ebensofern hielt sich friedrich den spielpartien der obersten und trinkgelagen der offiziere da hatten wir besseres zu tun die welt in der wir uns bewegten wenn wir des abends beim brodelnden teekessel saßen die war von der welt der olmützer gesellschaftskreise sternen weit entfernt sternen weit mitunter im buchstäblichen sinne denn einige unserer liebsten geistigen ausflüge waren nach dem firmament gerichtet wir nasen nämlich miteinander wissenschaftliche werke und unterrichteten uns über die wunder des weltalls dadurch streiften wir die tiefen des erdballs und die höhen der himmelsräume da drang wir in die geheimnisse der mikroskopisch unendlichen kleinigkeiten und der teleskopisch unendlichen fernen und je größer die welt vor unseren blicken sich entfaltete in desto winzigere dimension schrumpfte der olmützer interessentenkreis ein unsere lektüre beschränkte sich nicht auf naturkunde allein sondern umfasste noch viele andere zweige der forschung und des gedankens so nahm ich unter anderem zum dritten male meinen geliebten buckele vor um friedrich mit diesem autor bekannt zu machen den er dann ebenso sehr bewunderte wie ich dabei vernachlässigten wir auch die dichter und romanschriftsteller nicht und so gestalteten sich unsere gemeinschaftlichen leseabende zu wahren festen des geistes während unsere übrige existenz eigentlich ein ununterbrochenes fest des herzens war täglich gewannen wir uns lieber was die leidenschaft an feuer einbüßte das gewann die zuneigung an innigkeit die achtung an festigkeit das verhältnis zwischen friedrich und rudolf war der gegenstand meines entzückens die beiden waren die besten kameraden der welt und sie miteinander spielen zu sehen war köstlich friedrich war dabei von den zweien beinahe der kindischere natürlich mischte ich mich auch sofort in die partie und was dafür dummheiten getrieben und geredet wurden das mögen uns die weisen und gelehrten verzeihen deren werke wir lasen wenn rudolf zu bett gebracht war zwar behauptete friedrich dass er von hause aus kein besonderer kinderfreund sei aber einmal war der kleine seiner mater sohn und zweitens war er wirklich lieb und herzig und schmiegte sich seinem stiefvater gar so zärtlich an wir machten häufig pläne für die zukunft des knaben soldat nein dazu würde er nicht taugen denn in unserem erziehungsplan würde die drillung zur kriegsruhmliebe keinen platz finden diplomat vielleicht am wahrscheinlichsten aber landwirt als künftiger erbe des dotzkirchen majorats welches ihm von dem nunmehr 66 jährigen onkel arnos einst zufallen musste würde es ihm berufs genug sein seine besitzungen rationell zu verwalten dann sollte er seine kleine braut beatrix heimführen und ein glücklicher mensch werden wir waren selber so glücklich dass wir gern für die ganze mitwelt und für die künftigen geschlechter obendrein schätze von lebensfreude hätten gesichert sehen wollen dennoch verschloss sich unserer einsicht dem elend nicht unter welchem der größte teil der menschheit seufzt und wohl noch durch manche generation wird seufzen müssen armut unwissenheit unfreiheit so vielen gefahren und übeln ausgesetzt unter diesen übeln das fürchterlichste der krieg ach wenn man beitragen könnte es abzuwälzen dieser seufzende wunsch entrang sich unseren herzen aber die betrachtung der herrschenden zustände und ansichten stellte solchen wünschen ein entmutigendes unmöglich entgegen leider der schöne traum dass es allen wohl ergehe und alle lange leben mögen auf erden lässt sich nicht erfüllen wenigstens nicht in der gegenwart aber die pessimistische lehre dass das leben ein übel sei dass es allen besser wäre sie wäre nie geboren die war uns doch durch unser eigenes dasein gründlich widerlegt zu weihnachten unternahmen wir einen abstecher nach wien um die festtage im kreise meiner familie zuzubringen mein vater war nunmehr mit friedrich völlig ausgesöhnt die tatsache daß dieser den militärdienst nicht verlassen hatte die anfänglichen zweifel und verdächtigungen verscheucht daß ich eine schlechte partie gemacht das blieb freilich sowohl meines vaters als auch tante mariens überzeugung andererseits mußten sie aber auch die tatsache anerkennen daß mich mein mann sehr glücklich machte und das rechneten sie ihm doch zugute rosa und lilly tat es leid daß sie im kommenden fasching nicht unter meiner sondern unter der weit strengeren aufsicht der tante in die welt gehen sollten konrad althaus war nach wie vor ein eifriger besucher des hauses und es wollte mir scheinen als hätte er in der gnade lillys einige fortschritte gemacht der heilige abend fiel sehr heiter aus es war dann großer christbaum angezündet und von einem zum andern wurden allerlei geschenke getauscht der könig des festes und der meistbeschenkte war natürlich mein sohn rudolf aber auch alle übrigen wurden bedacht so erhielt friedrich von mir einen gegenstand bei dessen anblick er einen freudenschrei nicht unterdrücken konnte es war ein silberner briefbeschwerer in gestalt eines storches derselbe hielt einen zettel im schnabel auf welchem vor meiner schrift die worte standen im sommer 1864 bringe ich etwas friedrich umarmte mich stürmisch während die andere nicht dabei gewesen er hätte sicherlich einen rundtanz mit mir aufgeführt am ersten feiertag versammelte sich die ganze familie wieder bei meinem vater zum diner von fremden war nur exzellenz allerdings und dr bresser anwesend als wir da in dem altbekannten speisezimmer bei tische saßen musste ich lebhaft jenes abends gedenken wo uns beiden unsere liebe zuerst deutlich ins bewusstsein getreten dr bresser hatte denselben gedanken erinnern sie sich noch der piqué partie die ich mit ihrem herrn vater spielte während sie am kabin mit baron tilling plauderten fragte er mich ich sah aus nicht wahr als wäre ich ganz in mein spiel vertieft aber dennoch hatte ich mein u in ihre richtung gespitzt und hörte aus dem klang der stimmen die worte konnte ich nicht vernehmen ein gewisses etwas heraus welches in mir die überzeugung weckte die zwei werden ein paar und wenn ich sie jetzt miteinander beobachte so steigt mir eine neue überzeugung auf nämlich die zwei sind und bleiben ein glückliches paar ich bewundere ihren scharfsinn doktor ja wir sind glücklich ob wir es bleiben das hängt leider nicht von uns ab sondern vom schicksal über jedem glück schwebt eine gefahr und je inniger das erste desto grausiger die letzte was können sie fürchten den tod ach so der war mir gar nicht eingefallen ich habe zwar als arzt öfters gelegenheit dem gesellen zu begegnen aber ich denke nicht daran der liegt ja bei gesunden und jungen leuten wie das in rede stehende glückliche paar in so entrückter ferne was nützt dem soldaten jugend und gesundheit verscheuchen sie solche ideen liebste baronin es ist ja kein krieg in sicht nicht wahr exzellenz wandte er sich an den minister gegenwärtig ist am politischen himmel der mehrfach erwähnte schwarze punkt nicht zu sehen punkt ist viel zu wenig gesagt antwortete der befragte es ist vielmehr eine schwarze schwere wolke ich erbebte bis ins innerste was wie was meinen sie rief ich lebhaft dänemark treibt es gar zu bunt ach so dänemark sagte ich erleichtert die wolke droht also nicht uns es ist mir zwar unter allen umständen betrübend wenn ich höre dass man sich irgendwo schlagen will aber wenn es die dänen sind und nicht die österreicher dann flößt mir das wohl beileid aber keine furcht ein du brauchst dich doch nicht zu fürchten fiel mein vater lebhaft ein falls österreich sich beteiligt wenn wir die rechte schleswig holsteins gegen die vergewaltigung dänemarks verteidigen so riskieren wir ja nichts dabei es handelt sich da um kein österreichisches territorium dessen verlust ein unglücklicher feldzug herbeiführen konnte glaubst du denn vater dass wenn unsere truppen aufmarschieren müssten ich an solche dinge wie österreichisches territorium schleswig holsteinische rechte und dänische vergewaltigung dächte ich sähe bloß eins die lebensgefahr unserer lieben und die bleibt gleich groß ob nun aus diesem oder jenem grundkrieg geführt wird die schicksale der einzelnen kommen nicht in betracht mein liebes kind wo es sich um weltgeschichtliche ereignisse handelt bricht ein krieg aus so verstummen die fragen ob der oder der dabei fällt oder nicht vor der einen gewaltigen frage was das eigene land dabei gewinnen oder verlieren wird und wie gesagt wenn wir uns mit den dänen raufen so ist nichts zu verlieren dabei wohl aber unsere machtstellung im deutschen bund zu erweitern ich träume immer dass die habsburger noch einmal die ihnen gebührende deutsche kaiserwürde zurückerlangen es wäre auch ganz in der ordnung wir sind der bedeutendste staat im bunde die hegemonie ist uns gesichert aber das genügt nicht ich würde den krieg mit dänemark als eine sehr günstige gelegenheit begrüßen nicht nur die scharte von 59 auszuwetzen sondern auch unsere stellung im deutschen bunde so zu gestalten dass wir für den verlust der lombardei reichen ersatz finden und wer weiß so an macht gewinnen dass uns die rückeroberung dieser provinz ein leichtes wäre ich blickte zu friedrich hinüber er hatte sich an dem gespräche nicht beteiligt sondern war in eine eifrige lachende unterhaltung mit lilly verwickelt ein stechender schmerz schnitt mir durch die seele ein schmerz der in ein bündel zwanzig verschiedene vorstellungen vereinte krieg und er mein alles müsste mit verkrüppelt erschossen das kind unter meinem herzen dessen angekündigtes kommen er gestern mit solchem jubel begrüßt es sollte vaterlos zur erde kommen zerstört zerstört unser kaum erblühtes noch so reiche frucht verheißendes glück diese gefahr in der einen barkschale und in der anderen österreichisches ansehen im deutschen bund schleswig holsteinische befreiung frische lorbeerblätter im rumeskranz des heeres das heißt ein paar phrasen für schulvorträge und armee proklamationen und sogar das nur zweifelhaft denn ebenso möglich wie der sieg ist ja die niederlage und nicht nur einem vereinzelten leid dem meinen wird das vermeintliche vaterländische wohl entgegengestellt sondern tausend und abertausend einzelne im eigenen und dem feindesland müssten denselben schmerz einsetzen der mich jetzt durchbebte ach war dem denn nicht vorzubeugen war es nicht abzuwehren wenn sich alle vereinten alle vernünftigen guten gerechten um das drohende übel zu verhüten sagen sie mir doch wandte ich mich laut an den minister stehen die dinge wirklich schon so schlimm habt ihr minister und diplomaten habt ihr denn solche konflikte nicht zu vermeiden gewusst werdet ihr deren ausbruch nicht zu verhindern wissen glauben sie denn baronin dass es unseres amtes ist den ewigen frieden zu erhalten das wäre allerdings eine schöne mission aber unausführbar wir sind nur da über die interessen unserer respektiven staaten und dynastien zu wachen jeder drohenden verringerung ihrer machtstellung entgegenzuarbeiten und jede mögliche suprematie zu erringen trachten eifersüchtig die ehre des landes hüten uns angetanen schimpf rächen kurz unterbrach ich nach dem kriegerischen grundsatz zu handeln dem feind das ist nämlich jeder andere staat tunlichst zu schaden und wenn ein streit entsteht so lange hartnäckig zu behaupten dass man im recht ist auch wenn man sein unrecht einsieht nicht wahr allerdings bis beiden streitenden die geduld reißt und drauf losgehauen werden muss es ist abscheulich das ist doch der einzige ausweg wie anders soll denn ein völkerstreit geschlichtet werden wie werden denn prozesse zwischen einzelnen gesitteten menschen geschlichtet durch das tribunal die völker unterstehen aber keinem solchen ebenso wenig wie die wilden kam mir dr bresser zu hilfe ergo sind die völker in ihrem verkehr noch ungesittet und es dürfte wohl noch lange zeit vergehen bis sie dazu gelangen ein internationales schiedsgericht einzusetzen dazu wird es nie kommen sagte mein vater es gibt dinge die nur ausgefochten und nicht ausprozessiert werden können selbst wenn man versuchen wollte ein solches schiedsgericht zu errichten die starken regierungen würden sich demselben ebenso wenig beugen wie zwei edelleute von denen der eine beleidigt worden ihre differenz zu gericht tragen die schicken einander einfach ihre zeugen und schlagen sich rechtschärfen das duell ist aber auch ein barbarischer unsittlicher brauch sie werden es nicht ändern doktor ich werde es aber wenigstens nicht gutheißen exzellenz was sagst denn du friedrich wandte sich nun mein vater an den schwiegersohn bist du etwa auch der ansicht dass man nach einer erhaltenen ohrfeige zu gericht gehen soll und um schadenersatz klagen ich würde es nicht tun du würdest den beleidiger fordern versteht sich aha doktor aha martha triumphierte mein vater hört ihr auch tilling der doch kein freund des krieges ist gibt zu ein freund des duells zu sein ein freund das habe ich nie behauptet ich sagte nur dass ich gegebenenfalls selbstverständlich zum duell greifen würde welches übrigens auch schon ein und das andere mal getan gerade so selbstverständlich wie ich schon mehrere mal in den krieg gezogen und bei dem nächsten anders wieder ziehen werde ich füge mich den satzungen der ehre damit will ich aber keineswegs gesagt haben dass diese satzungen wie sie unter uns bestehen meinem sittlichen ideal entsprechen nach und nach wenn dieses ideal die herrschaft gewinnt wird der begriff der ehre auch eine wandlung erfahren einmal wird eine erhaltene injurie wenn sie unverdient ist nicht auf den empfänger sondern auf den rohen geber als schmach zurückfallen zweitens wird das selbstrechteamt auch in sachen der ehre ebenso außer gebrauch kommen wie in kultivierter gesellschaft die selbstjustiz in anderen dingen tatsächlich schon verschwunden ist bis dahin da können wir lange warten unterbrach mein vater solange es überhaupt edelleute gibt das muss auch nicht immer sein meinte der doktor oho sie wollen gar den adel abschaffen sie radikaler rief mein vater den vordalen allerdings edelleute braucht die zukunft keine desto mehr edel menschen bekräftigte friedrich und diese neue gattung wird ohrfeigen einstecken sie wird vor allem keine austeilen und sich nicht verteidigen wenn der nachbarstaat einen kriegerischen einfall macht es wird keine einfallenden nachbarstaaten geben ebenso wenig als jetzt unsere landsitze von feindlichen nachbarburgen umgeben sind und wie der heutige schlossherr keinen tross bewaffneter knappen mehr braucht so soll der zukunftsstaat des bewaffneten heeres entraten können was wird denn aus euch oberstleutnants was ist aus den knappen geworden so hatte sich der alte streit wieder einmal entsponnen und derselbe wurde noch eine zeitlang fortgesetzt ich hing mit den zücken an friedrichs lippen es tat mir unsäglich wohl die sache erhöhter gesittung von ihm so fest und sicher vertreten zu sehen und im geiste verlieh ich ihm selber den titel den er vorhin genannt hatte edelmensch Ende von abschnitt 14 Ende von